Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten und ich rufe auf die laufende Nummer 3.1, die Priorität der SPD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 19. Da geht es um die Vorlage zur Beschlussfassung auf Drucksache 19, 1396, erstes Gesetz zur Änderung des Übernachtungssteuergesetzes. Und ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage und in der Beratung beginnt die Fraktion der SPD. Entschuldigung, das meint der Kollegin Schaller, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute beraten wir die Änderung des Übernachtungssteuergesetzes, die sogenannte CityTex in Berlin. Seit dem 1. Januar 2014 erhebt Berlin eine Steuer auf private Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben unserer Stadt. Beruflich bedingte Übernachtungen sind bislang von der Übernachtungssteuer ausgenommen. Diese Ungleichheit wird durch die vorliegende Gesetzesänderung nun beendet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf auf der Senatsbank wiederum ein wenig mehr Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Wie ist es denn überhaupt zu unterschiedlichen Behandlungen von Privat- und Geschäftsreisen gekommen? Ziel der Einführung der Übernachtungssteuer 2014 war es, die Einnahmen des Landes Berlins zu stärken. Die Gäste der Stadt werden seitdem an der Finanzierung der viel genutzten und gut ausgestatteten öffentlichen Infrastruktur sowie der vielen attraktiven öffentlich finanzierten Einrichtungen beteiligt. Bei Einführung der Übernachtungssteuer wurde aufgrund der damals aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes angenommen, dass die neue Steuer rechtlich ausschließlich bei privat veranlassten Übernachtungen erhoben werden darf. Daher kam es zu dieser Ausnahmeregelung für geschäftliche Übernachtungen, die bis heute gilt. Das bedeutet in der Praxis, geschäftlich reisende Personen müssen dem Beherbergungsbetrieb den dienstlichen Anlass der Reise nachweisen. So wird die Übernachtung von der Steuer befreit. 2022 stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass nun auch bei beruflich bedingten Übernachtungen eine Übernachtungssteuer erhoben werden darf. Vor dem Hintergrund dieser neuen Rechtsgrundlage beraten wir heute die Streichung der bisher geltenden Ausnahme und somit das Ende der Privilegierung für beruflich veranlasste Übernachtungen in Berlin. Dadurch werden Geschäftsreisende in Zukunft einen fairen Beitrag zur Finanzierung öffentlich bereitgestellter Infrastruktur leisten. Die Gleichbehandlung von Privat- und Geschäftlichreisenden ist angemessen, da auch beruflich Reisende die zahlreichen Angebote unserer Stadt nutzen. Wir vereinfachen die Abläufe vor Ort und schaffen Verwaltungsentlastung, da künftig keinerlei Nachweise über eine geschäftliche Tätigkeit eingefordert, vorgelegt und verwahrt werden müssen. Ich möchte der Besorgnis von Beherbergungsbetrieben und deren Verbänden entgegentreten und betonen, dass die erweiterte CityTags unserer Einschätzung nach keine Nachteile für die betroffenen Betriebe mit sich bringt. Beruflich veranlasste Reisen haben in der Regel eine Notwendigkeit und eine CityTags wird diese nicht beeinflussen. Außerdem entfällt für Geschäftsreisende eine Nachweispflicht, was Reisende entlastet und Verwaltungsaufwand reduziert. Auch zeigt der Blick auf die Entwicklungen der privaten Übernachtung in Berlin nach der Einführung der CityTags im Jahr 2014, dass keine negativen Folgen zu erwarten sind. Die Anzahl der touristischen Übernachtungen nahm in Folge der Einführung bis zur Corona-Krise weiterhin stetig zu. Berlin steht inzwischen im Hinblick auf die Anzahl der Übernachtungen hinter Paris und London auf Platz 3 der beliebtesten Metropolen Europas. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die vorliegende Änderung des Übernachtungsgesetzes ist eine gute Sache für Berlin. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und die Beratung in den Ausschüssen und danke für die Aufmerksamkeit. Es folgt für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen der Kollege Schwarze. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist noch nicht lange her, da wurde der Vorschlag, die Übernachtungssteuer auf die Geschäftsreisenden auszudehnen, von der SPD abgelehnt. Bereits in der vorherigen Koalition hatten wir uns zusammen mit der Linken für eine entsprechende Änderung eingesetzt. Umso mehr freuen wir uns aber, dass es jetzt eine Kehrtwende gibt und unser Vorschlag für eine Anpassung der Citytecs heute auch von SPD und CDU unterstützt wird. Der einzige Wermutstropfen, wir hätten das alles schon viel früher auf den Weg bringen können. Seit Herbst letzten Jahres liegt ein Gesetzesentwurf von Grünen und Linken zur Beratung vor. Und auch während der Haushaltsberatungen haben wir die Ausweitung der Citytecs vorgeschlagen, damals noch abgelehnt von CDU und SPD. Umso besser, dass Sie sich uns jetzt anschließen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, wenn Sie gerade dabei sind, wir haben noch eine ganze Reihe anderer guter Vorschläge, die Sie auch gerne umsetzen dürfen. Mit der Gesetzesänderung wird eine Ungleichbehandlung der Übernachtungsgäste beendet. Bisher zahlen nur Privatreisende die Citytecs, Geschäftsreisende nicht. Das hat meine Vorrednerin ja auch gerade ausgeführt. Wir können es aber auch anders formulieren. Städtereisende, die nur Freunde besuchen wollen oder sich nur unsere Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten ansehen, zahlen die Citytecs. Businessreisende, die sich nach einem Kongress auch die Stadt ansehen oder auch eine der zahlreichen Kulturveranstaltungen besuchen, bleiben ausgenommen. Das halten wir für falsch. Wir finden, dass alle Gäste mit der Citytecs einen Beitrag für Investitionen in die Stadt leisten sollen. Wo wir bisher von CDU und SPD aber leider keine Aussagen und Vorschläge gehört haben, ist, was Sie mit den Mehrheitnahmen eigentlich machen wollen. Zu den rund 50 Millionen Euro, die zuletzt durch die Citytecs eingenommen wurden, kommen durch die Gesetzesänderungen laut Senat noch einmal ca. 25 Millionen Euro hinzu. Nicht wenig also. Bisher ging von den Einnahmen aus der Übernachtungssteuer ein Sockelbetrag von rund dreieinhalb Millionen in die Bereiche Kultur, Sport und Tourismus. Der große Rest landete allgemein im Haushalt ohne Zweckbindung. Wir finden, dass mit den zusätzlichen Einnahmen diese drei Bereiche weiter gestärkt werden müssen. Wenn der Tourismus auch in Zukunft eine Rolle für Berlin spielen soll, dann muss er nachhaltig und stadtverträglich werden. Das sollte auch mit mehr Geld aus der Citytecs finanziert werden. Denn wir wissen, der Städtetourismus hat auch seine Schattenseiten. Der Massentourismus bedroht in einigen Kiezen längst die Akzeptanz für den Tourismus. Und ganz nebenbei gefährdet er die kleinteiligen Kiezstrukturen, die Berlin für viele doch erst so attraktiv machen. Auch deshalb muss es im Interesse der Stadt sein, hier Maßnahmen für einen ökologischen und stadtverträglichen Tourismus zu fördern. Genauso wichtig ist uns Grünen aber auch ein weiterer Punkt. Wenn wir über den Tourismus reden, müssen wir auch über die vielfältige Kulturszene unserer Stadt sprechen. Durch weitere Einnahmen der Citytecs könnte sie besser unterstützt werden. Denn seien wir ehrlich, warum kommen die meisten Menschen nach Berlin? Es ist die Kultur, die die Menschen anzieht. Ob Tristan oder Techno, ob alte Meister oder Streetart. Berlin bietet eine Vielfalt, die aufregend und immer wieder neugierig macht. Das ist aber nicht selbstverständlich. Wenn unsere Kulturszene in ihrer Breite ein Magnet für Gäste aus aller Welt bleiben soll, dann brauchen sie zusätzliche Unterstützung. Insbesondere die freie Szene. Und das war ja auch bei der Einführung mal so geplant, hier wesentlich mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Nutzen wir also die Chance und holen wir das jetzt nach. Lassen wir die Kultur deutlich von der Erhöhung der Citytecs profitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass wir die vorgeschlagene Erweiterung der Citytecs auf Geschäftsreisende richtig finden. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Koalition jetzt unser Ziel und unser Anliegen teilt, die Übernachtungssteuer auszuweiten und die bestehende Gerechtigkeitslücke zu schließen. Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass die Koalition sich als nächstes auch noch den Vorschlägen anschließt, die Citytecs-Gelder verstärkt für die Bereiche Kultur und freie Szene, den Breitensport und einen stadtverträglichen Tourismus einzusetzen. Vielen Dank. Applaus Für die CDU-Fraktion folgt dann der Kollege Goyny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir zu Beginn den Hinweis, lieber Kollege Schwarzer, dass es ja schon auffällig ist, dass die ganzen guten Ideen, die von Ihrer Fraktion kommen, ja erst kommen, seit Sie in der Opposition sind. Die sechs Jahre davor haben Sie das ja offensichtlich nicht hinbekommen. Die Einführung der Citytecs wäre ja auch schon seit 2022 möglich gewesen. Ich will dann aber auch noch mal aufräumen mit einer Geschichte, die Sie auch gerade wieder erzählt haben, weil sie so nicht stimmt und auch von grünen Finanzsenatoren hier in dieser Stadt nicht umgesetzt worden sind. Eine Steuer dient immer der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der die steuererhebenden Körperschaft. Und so ist es auch hier. Also eine Citysteuer, eine Citytecs hat natürlich keinen Verwendungszweck, sondern sie dient der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Landes Berlins. Und der Finanzsenat hat ja vorhin in der Fragestunde auch noch mal etwas über die Finanzlage gesagt. Ich finde es also ein bisschen unehrlich, wenn man jetzt hier die Erwartung weckt, als würde jetzt hier mehr Geld für Kultur zur Verfügung gestellt werden. So sehr ich auch ein Freund davon bin, Kultur in dieser Stadt mit zu finanzieren. Und das ist auch die ganzen sechs Jahre davor mit der Citytecs für touristische Zwecke nicht passiert, weil man genau vermeiden musste, um diese Steuer nicht angreifbar zu machen, durch die, die dagegen geklagt haben, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und man hatte damals parallel, als man sie eingeführt hat, diese Titel geschaffen, mit den jeweils dreieinhalb Millionen, um hier Kultur, Wirtschaft und Sport zu finanzieren. Aber es war natürlich nie ein wirklicher Verwendungszweck gewesen. Das geht steuerrechtlich einfach gar nicht. Und das muss man an dieser Stelle auch mal klar sagen, um hier nicht falsche Erwartungshaltungen auch in der Kulturszene zu wecken. Meine geschätzte Kollegin von der SPD hat eben schon alle Fakten zu dieser Steuer richtig dargestellt, auch aus Sicht der CDU-Fraktion. Wir halten das auch für notwendig, diese Steuer zu erheben, wenngleich wir grundsätzlich natürlich Steuererhöhungen sehr skeptisch gegenüberstehen. Aber hier ist es ja zum einen tatsächlich eine Verfahrensvereinfachung, die an verschiedenen Stellen wirksam wird. Deswegen finden wir das gut. Sie ist auch in der Sache richtig, weil sie eben halt hier einen Bereich mit erfasst, von dem bisher ja gar nicht zu begründen war, warum er von der Citytex ausgenommen ist. Es sind doch alle Buchungen, die noch bis zum 1. April diesen Jahres vorgenommen werden, von den Hotels, fallen auch noch unter die alte Citytex-Steuer. Das heißt, auch die Hotels sind hier in ihrem Geschäft, gerade was Buchungen von großen Kongressen und Veranstaltungen anbetrifft, nicht überrascht, sondern können im Gegenteil sogar noch bis zum 1. April unter dem alten Steuersatz Verträge schließen. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Punkt, wenn es um die Interessen auch der Hotel- und Tourismusbranche an dieser Stelle geht, die wir hier mit berücksichtigen wollen. Und das ist natürlich auch richtig, dass wir hier einen Bereich haben, der wächst, der wachsen will. Wir unterstützen ja nicht nur die Wirtschaftssenatoren bei ihrem Bemühen, Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches in diese Stadt zu holen. Und wir sind ganz sicher der Überzeugung, dass die Attraktivität dieser Stadt dem auch keinen Abbruch tun wird, wenn hier die City-Tex auf Gewerbetreibende eingeführt wird. Ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag auch dafür, dass diese Stadt hier auch ihre finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren meistern kann. Kein großer Beitrag, aber ein wichtiger Beitrag. Und für uns ist auch noch entscheidend, dass die Berlinerinnen und Berlinerinnen von dieser Steuer nicht betroffen sind, sondern die, die hier aus geschäftlichen Gründen herkommen. Und übrigens, dass ja teilweise dann auch noch als Werbungskosten und Betriebsausgaben jeweils in ihren Steuererklärungen auch noch wieder gelten machen können. Also alles in allem eine vernünftige Regelung, die wir jetzt hier unterstützen wollen und im Hauptausschuss sicherlich noch beraten werden. Und deswegen bitte ich auch für die CDU-Fraktion hier um Zustimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann haben die Grünen für den Kollegen Schwarzer um eine Zwischenbemerkung gebeten. Dem soll jetzt so sein. Bitte sehr, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Goini, natürlich ist uns bekannt, dass eine Steuer nicht zweckgebunden in den Haushalt fließt. Das ist keine Neuigkeit. Es ist aber durchaus so, und das haben Sie ja selber auch angesprochen, dass wir Haushaltstitel haben, wo es eine politische Entscheidung ist, ob ich die zum Beispiel verstärke oder auch, ob ich zusätzliche Projekte aufnehme. Und das wissen Sie ja auch. Und deswegen, glaube ich, ist das auch an dieser Stelle sehr relevant, darauf hinzuweisen, dass es sehr wohl einen Handlungsspielraum gibt, was man mit Mehreinnahmen tut. Hat der Finanzsenator vorhin ja auch ausgeführt. In anderer Stelle. Und dementsprechend ist es, glaube ich, an dieser Stelle nur redlich auch noch mal darauf hinzuweisen, wenn wir von Mehreinnahmen von 25 oder mehr Millionen ausgehen sollten, ist es durchaus eine Frage, die wir uns hier stellen müssen, was damit passiert. Und Sie wissen ja, in der Vergangenheit haben wir immer auch darüber gestritten, wie geben wir Geld auch zum Beispiel in den Bereich Kultur oder auch in den Bereich nachhaltigen Tourismus. Und auch da ist die Debatte nie gewesen, wir haben zu viel und wir wissen nicht, wohin damit. Das ist immer die Debatte, wir haben zu wenig und wie kriegen wir noch die Projekte unter. Wir könnten auch das zum Beispiel im Bereich der Clubkultur fortführen, da sind wir beide ja auch für zuständig. Da haben wir, glaube ich, sehr viele Projekte, die wir finanzieren könnten und finanzieren wollten. Das betrifft die freie Szene und andere aber ebenso. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, wenn man über diese Mehreinnahmen spricht, auch darüber zu reden, was damit passieren soll. Wenn Sie das überhaupt nicht tun, drängt sich schon der Verdacht auf, dass dieses Geld ohne Aufwüchse in diesen Bereichen, die wir ja schon im Haushalt verankert haben, einfach im Haushalt, in die Haushaltslöcher, die in dem Haushaltsplan, wie ja beschlossen wurde, die ja drinnen sind, dass sie da versacken. Und das wiederum, glaube ich, wäre sehr schlecht und ein schlechtes Signal, gerade auch in der jetzigen Situation. Und deswegen kann ich nur noch mal darauf hinweisen und daran appellieren, lassen Sie uns das Geld nutzen, um die Kultur, um den nachhaltigen Tourismus zu stärken und auch in den Breitensport zu gehen. Denn dort haben wir sehr viele Bedarfe. Und daran kann ich also nur anknüpfen und hoffe, dass Sie das aufgreifen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann frage ich den Kollegen Gorni, ob er antworten möchte. Das ist nicht der Fall. Und es folgt dann für die Linksfraktion der Kollege Schüssel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Am 22. März 2022 hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts seine lang ersehnte Grundsatzentscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der Übernachtungssteuer getroffen. Und seitdem ist klar, die Erhebung der Übernachtungssteuer ist verfassungskonform und insbesondere auch verhältnismäßig. Die Städte und Kommunen dürfen für Tages- und Übernachtungsgäste, Geschäftsreisende, für die Inanspruchnahme der öffentlichen Infrastruktur angemessen besteuern. Das ist eine gute Nachricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Entscheidung hat eben für diese zweite gute Nachricht klargestellt, dass die angemessene Besteuerung von, Zitat, beruflich veranlassten Übernachtungen Gegenstand der Aufwandsteuer sein können. Wir können also endlich die Geschäftsreisenden an der Finanzierung der von Ihnen genutzten Infrastruktur beteiligen. Und das ist aus mindestens drei Gründen richtig. Erstens, es schließt die angesprochene Gerechtigkeitslücke zu den privaten oder touristischen Aufenthalten. Denn es war schon schwer erklärbar, warum zum Beispiel der städtereisende Student zur Kasse gebeten wird und der Geldbeutel eines DAX-Unternehmens verschont blieb. Zweitens, es bringt uns dringend benötigte Mehreinnahmen zur Investition in unsere Infrastruktur. Berlin soll schließlich noch attraktiver werden. Für uns Berlinerinnen und Berliner, aber natürlich auch für unsere Gäste. Und drittens, die Streichung des Steuerprivilegs ist zugleich eine Entlastung der Beherbergungsbetriebe von unnötiger Bürokratie und Aufbewahrungskosten. Sehr geehrte Damen und Herren, genau aus diesen Gründen hat meine Fraktion bereits im Oktober 2022 noch in der R2G-Koalition vorgeschlagen, das Steuerprivileg für Geschäftsübernachtungen zu streichen. Das kann man auch nachlesen im Tagesspiegel in der Morgenpost. Und nach anfänglichem Zögern hatte dann auch Ex-Senator Schwarz, und da bin ich ihm sehr dankbar, und auch die SPD-Fraktion ihr Ok für eine Gesetzesänderung nach der Wiederholungswahl gegeben. Und wie bei einigen anderen Vorgängen auch, ist es wegen des Koalitionswechsels dann auch bei diesem Vorhaben zur erheblichen Verzögerung gekommen. Und deswegen, und auch wegen der sich zuspitzenden Haushaltsschieflage, haben die Grünen und wir dann im September 2023 einen Gesetzentwurf in dieses Haus eingebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, wie mein Kollege Schwarze, sehr, dass CDU und SPD sich von uns haben überzeugen lassen, diese Gesetzesänderung jetzt vorzunehmen. Und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf auch zustimmen. Ja, selbstverständlich. Erlauben Sie mir aber noch eine Kritik zum Schluss. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, auf Basis des Gesetzentwurfes von Grünen und uns Linken, die Steuer schon zum 1. Januar in Kraft treten zu lassen. Aber weil CDU und SPD leider nicht bereit waren, zum Beispiel über einen gesichtswahrenden Änderungsantrag unserem Entwurf zuzustimmen, kann das Gesetz jetzt erst zum 1.4. geändert werden. Und das führt wegen der Übergangsklausel in § 12 Absatz 2 aus Gründen des Vertrauensschutzes zu Steuermindereinnahmen für alle bestätigten Reservierungen vor dem Stichtag. Und es führt zu einer enorm bürokratischen Belastung in den Hotels, die jetzt jede einzelne Reservierungsbestätigung checken müssen und dann dafür auch weiterhin die Aufbewahrungspflichten haben. Und weil es einige Reservierungen für das gesamte Jahr oder auch das Folgejahr gibt, hat der DEHOGA den Hotels bereits mitgeteilt, dass auch, ich zitiere, Verträge für 2026 und 2027 von der CityTags befreit sind, nämlich sofern sie unter diese Klausel fallen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Spielchen des Politikbetriebs sind doch bei Punkten, wo wir demokratischen Fraktionen uns einig sind, doch wirklich unnötig und in diesem Fall auch noch nachteilig für das Land und die betroffenen Betriebe. Lassen Sie uns bitte in Zukunft versuchen, Eitelkeiten beiseite zu schieben und gemeinsam zum Wohle der Stadt zu handeln, vor allen Dingen dann, wenn es um so Punkte geht, die konsensual sind und die unsere Einnahmesituation und damit unsere Handlungsfähigkeit verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank und es folgt dann für die AfD der Abgeordnete Hansel. Na, dann ist das ja geklärt. Ich wollte Ihnen noch die Möglichkeit geben, den Saal zu verlassen. Ich frage nochmal vorsorglich, ob Sie vielleicht doch sicher sind, meiner Rede beizuwohnen. Dann war das wohl eine Theateraufführung der Spezialdemokraten von links bis zur CDU zu ihrer Haltung zum demokratischen Miteinander. Eine unwürdige Eintagsfliege. Und ich kann beginnen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Corona-Lockdown haben wir als AfD im Mai 2020 unter der Drucksache 182700 die Abschaffung des CityTags unter dem Motto gefordert, Berliner Tourismus stärken und nicht abwürgen. Wir hatten das damit begründet, dass die CityTags in der tiefen Krise des nationalen und internationalen Tourismus im Kontext des Corona-Lockdowns kontraproduktiv beim Prozess der Wiederbelebung des Tourismus ist. Alles, was die Wiederbelebung dieses Sektors behindert, muss im Zuge des beispiellosen Corona-induzierten Wirtschaftseinbruchs auf den Prüfstand bzw. gehört abgeschafft. Gerade wenn sich das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland verdüstert, wie jetzt. Jedes Stadt muss ein vitales Interesse daran haben, dass sich die Betriebe und Innenstädte von der Pandemie erholen. Da ist es absolut kontraproduktiv in Zeiten hoher Inflation und explodierender Energiepreise jetzt über neue Belastungen der Hotels und ihrer Gaststätten nachzudenken, mahnte der Deutsche Hotel und Gaststättenverband Dehova 2022. Nachdem nunmehr das Bundesverfassungsgericht auch noch den Weg freigemacht hat, dass Geschäftsreisende ebenfalls besteuert werden, hatten natürlich zuerst die Wegelagerer der Linken und die grünen Oko-Sozialisten die glorreiche Idee, die Steuerbasis auszuweiteten und begründeten das, wie auch der schwarz-rote Senat jetzt in der Vorlage damit, dass durch die Abschaffung der Ausnahmeregelung für die Geschäftsreisende zusätzliche Bürokratie auf jeden Falle. Nein, liebe Freunde, es ist die Abschaffung dieser Steuer an sich, die den größten bürokratischen und auch materiellen Entlassungseffekt für die Hotellerie bringt. Das unglaubliche Argument für die Einbeziehung der Geschäftsreisenden in die Besteuerungsbasis von Genossen Schüsselburg, die er im Tagesspiegel übergemacht hat, nicht heute, darüber hinaus entstünde ein Lenkungseffekt, um unnötige Geschäftsreisen und die damit erhergehenden CO2-Emissionen zu reduzieren, lasse ich mal kurz stehen. Nein, wir als wirtschaftsfreundliche alternative Hauptstadtfraktion wollen den Tourismus in und nach Berlin und wir wollen auch den Erfolg der Tourismus, der Messe und Kongresswirtschaft, denn davon leben die Geschäftsreisenden, weil das eine hohe Stadtrendite bringt, vor allem, weil da alle von profitieren. Und liebe Berlinerinnen und Berliner, nicht nur dunkelrot-grün, nein, auch schwarz-rot versündigt sich hier an Berlin, Frau Kiffey. Der links-grüne Antrag kommt jetzt als Senatsvorlage daher, in der es wörtlich heißt, ich zitiere frei, Seite 4 der Vorlage, es ist nicht zu erwarten, dass diese Besteuerung den Tourismus nicht übermäßig belastet und dass ein negativer Einfluss nicht wahrscheinlich sei. Aha. Wir als Hauptstadtfraktion des politischen Realismus aus der Mitte der Gesellschaft sind der Auffassung, dass die Politik nicht dazu da ist, die Tourismusbranche mehr oder weniger zu belasten oder mehr oder weniger wahrscheinlich negativen Einfluss auf die touristische Attraktivität Berlins zu generieren, nein, sondern dass sie ganz im Gegenteil ausschließlich dafür sorgen muss, Berlin und die Tourismusbranche von allen Reiserestriktionen zu befreien und zu entlasten. Nicht mehr oder weniger belasten, nein, entlasten ist das Gebot der Stunde und der Politik, Frau Giffey. Es zeigt einmal mehr, dass der Schwarz-Rot einfach da weitermacht, wo Rot-Grün aufgehört hat. Die Wegener-CDU macht mit der noch Giffey-SPD links-Grün weiter. Die Politikwende, die der Wähler erwartet hat, Frau Giffey, findet nicht statt. Es herrscht Einigkeit von ganz links bis zur CDU, dass der Klimarettungswahn, egal was er den Bürger kostet, auf Teilbekum raus gegen den Steuerzahler durchgesetzt werden muss. Auch wenn es hier nur um 25 Millionen geht, die das in die Landeskasse spült, ist es Ihnen völlig egal, deswegen einen eindeutigen Wettbewerbsnachteil für Berlin im internationalen Terrorismus in Kauf zu nehmen. Nein, wir machen das offenbar als Einzige nicht mit. Und das ist der Grund, dass Sie uns weghaben wollen und bekämpfen mit allen, auch unlauteren Mitteln und unwürdigen Experienzien, wie heute Morgen, die am Ende nur Ihnen selber schaden. Weil wir als einzige politische Alternative für die Menschen da sind und die Menschen es bei jedem politischen Fehler, den Sie in dieser Richtung jedes Mal neu machen, merken und eben trotz Ihrer Diffamierung und trotz des heute morgen wieder medial inszenierten Tribunals zu uns kommen und sich nicht mehr abschrecken lassen. Kehren Sie um, ändern Sie Ihre Politik, hier schon mal ganz im Kleinen, schaffen Sie die CityTags ab. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich habe die Gesetzesvorlage vorab an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie an den Hauptausschuss überwiesen und darf hierzu Ihre nachträgliche Zustimmung feststellen. Ich rufe dann auf die laufende Nummer 3.2, die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 38. Da geht es in den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 1363, das Azubi-Werk Berlin gründen. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und hier die Kollegin Schädlich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen, wer aktuell eine Ausbildung in Berlin macht oder beginnen möchte, hat verständlicherweise viele Fragezeichen im Kopf. Woher kommt die bezahlbare Wohnung mit kurzen Anfahrtswegen zur Arbeit? Wie komme ich mit dem geringen Azubi-Gehalt im Monat aus? Wie unterschreibt man Verträge? Muss ich mich vielleicht noch um Versicherungen kümmern? Und welche Rechte habe ich? Und vor allem auch, an wen kann ich mich mit all diesen Fragen wenden? Eine zentrale Anlaufstelle für Azubis gibt es in Berlin zurzeit nicht. Sie wird aber dringend benötigt. Deswegen fordern wir in unserem Antrag ein Auszubildendenwerk oder kurz Azubi-Werk. Analog und in enger Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk kümmert es sich um die Auszubildenden und ihre Anliegen. In Hamburg und München gibt es dies bereits und die Angebote der Werke werden viel genutzt. In Berlin haben wir die gleichen Probleme und Bedarfe. Wer sich um Fachkräfte von morgen sorgt, muss die Azubis von heute unterstützen. In erster Linie soll das Azubi-Werk Auszubildenden günstige Wohnheimplätze anbieten. Ihnen Beratungsangebote zur Sicherung ihrer Ausbildung machen und zur Steigerung der Aktivität von Ausbildungsberufen beitragen. Konkrete Aufgaben wären also, die bessere und flächendeckende Versorgung mit preiswertem Wohnraum sicherzustellen, denn ohne bezahlbare Wohnungen können künftige Auszubildende oft nicht einmal mit der Wunschausbildung beginnen. Das Azubi-Werk soll auch eigene Mensen und Cafeterien betreiben und in enger Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk gegenseitige Zugänge ermöglichen. Auszubildende sollen sich auch bei Problemen im Betrieb oder in der Berufsschule an die Beratungsstellen des Azubi-Werks wenden können. Es soll auch eine Sozial- und Rechtsberatung und eine psychologische Beratung für Auszubildende angeboten werden. In diesen Beratungsstellen gibt es dann Unterstützung, insbesondere auch für Auszubildende mit Inklusionsbedarfen, für Azubis mit Kindern und für Geflüchtete Auszubildende. Aber auch für alle, die im Betrieb unglücklich sind und erfahren wollen, welche Möglichkeiten es gibt, den Betrieb zu wechseln. Dadurch sinkt die Abbruchquote, weil die passenden Betriebe gefunden werden können. Das Auszubildendenwerk soll den Austauschauszubildender untereinander und auch international fördern. Oft wissen Azubis gar nicht, dass sie die Möglichkeit haben, einen Austausch im Ausland zu machen. Hierbei kann das Azubi-Werk ebenfalls beraten. Liebe KollegInnen, nicht alle jungen Menschen haben ein Umfeld, welches sie bei der Ausbildung unterstützen kann. Diese Lücke soll das Azubi-Werk schließen. Im Sinne der Chancengerechtigkeit ist es dafür höchste Zeit. Azubis brauchen genauso Unterstützung wie Studierende und alle jungen Menschen. Sie haben ein Recht auf gute unterstützende Angebote. Sie sollen motiviert werden, ihre Ausbildung abzuschließen und sie sollen überhaupt erst einmal gute Bedingungen vorfinden und diese Ausbildung dann mit Motivation und Spaß absolvieren können. Azubis verdienen Ansehen und Anerkennung, ihnen muss zugehört werden. Wer schlechte Rahmenbedingungen und lebensentscheidende Sorgen hat, der kann sich nicht auf den Berufsschulalltag und die Arbeit fokussieren. Bessere Ausbildungsbedingungen sind ein Schlüssel, um mehr Azubis und so natürlich auch Fachkräfte zu gewinnen. Aber erlauben Sie mir auch folgende Anmerkung, Selbst wenn wir keinen Fachkräftemangel hätten, hätten diese jungen Menschen verdient, dass wir alles tun, um ihnen gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Das Azubi-Werk ist ein Baustein, Ausbildungen besser zu machen. Es soll von Beginn bis zum Ende der Ausbildung den Auszubildenden zur Seite stehen. Unterstützen wir unsere Azubis und gründen ein Azubi-Werk für Sie. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Dann darf ich die Gelegenheit nutzen, zum zweiten Mal heute eine Abordnung von Dienstkräften der Polizei Berlin hier im Abgeordnetenhaus als Gäste begrüßen zu dürfen. Es sind Bedienstete aus verschiedenen Direktionen. Auch Ihnen herzlich willkommen im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielen Dank für Ihren Einsatz für Berlin. Und es folgt dann die CDU-Fraktion in der Rederunde. Und hier Herr Professor Dr. Petzold, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank an Bündnis 90 die Grünen, dass wir heute über das Azubi-Werk, über ihren Antrag hier im Hohen Haus diskutieren können, um unsere Wertschätzung nochmal für Auszubildende deutlich zu machen. Sie haben in den letzten Jahren, das will ich durchaus wertschätzend sagen, ja auch als Koalition vieles dafür getan und versucht auch die Ausbildung im Land Berlin zu stärken. Wir haben alle ja gesehen, auch was die Zahlen derer angeht, die in Ausbildung gekommen sind, wie schwer diese Herausforderung zu meistern es war. Und das ist jetzt auch gemeinsame Kraftanstrengungen der christdemokratischen mit der sozialdemokratischen Koalition bedarf, das auszubauen und gerne auch Punkte, die Sie in Ihren Antrag beschreiben, auch gemeinsam umzusetzen. Wir haben schon im gemeinsamen Haushalt erste Voraussetzungen dafür geschaffen, auch das, was Sie in Ihrem Antrag formulieren, gemeinsam umzusetzen. Deswegen sehen wir Ihren Antrag auch für die Ausschussarbeit der Staatssekretärin der Senatorin positiv, um das, was wir gemeinsam auch umsetzen wollen, positiv zu begleiten. Und ich will das hier sehr deutlich sagen, wir haben im Koalitionsvertrag ja schon Grundlagen dafür gelegt, das, was Sie ja auch als Argumente benennen, das, was Sie ja auch eben hier dargestellt haben, in Ihrer Rede gemeinsam umzusetzen. Und ich habe es gesagt, mit aller Wertschätzung, Sie haben es gesehen, wie schwer es ist, mehr Menschen in Berlin in Ausbildung zu bekommen. Und deswegen hat auch die Senatorin ja für sich selber, zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister, das Bündnis für Ausbildung wirklich in den Vordergrund gerückt. Und das ist ja eines unserer großen Themen, gemeinsam das zum Erfolg zu führen und mehr Menschen in Ausbildung zu bekommen, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Der zweite Punkt, der uns auch sehr wichtig war, den Sie auch in Ihrer Rede, auch in Ihrem Antrag schon beschreiben, ist die Frage, wie es uns gelingt, mehr Wohnraum zu schaffen, Wohnraum zu schaffen für Auszubildende. Da kann man durchaus positiv auf Studentenwerk schauen, auch in der Vergangenheit, denen es ja immer wieder gelungen ist, dort Rahmenbedingungen zu schaffen, auch wenn wir wissen, dass mittlerweile das Angebot nicht ansatzweise reicht, um die Nachfrage zu bedienen, so kann natürlich so ein Azubi-Werk und die Schaffung von Wohnraum gezielt auch für Auszubildende eine Hilfeleistung darstellen. Wir haben deswegen im Koalitionsvertrag uns darauf geeinigt, 5.000 zusätzliche Wohnungen für Studenten und Auszubildende zu schaffen und daran werden wir jetzt auch arbeiten, das gemeinsam hinzubekommen. Und der dritte Punkt, der mich umtreibt und den Sie in Ihrem Antrag ja auch ansprechen, ist die Frage, wie wir die Attraktivität der Ausbildung insgesamt steigern. Auch dazu haben wir im Koalitionsvertrag ja einiges formuliert. Ich will zwei Punkte konkret erwähnen. Es ist einerseits, dass wir Meisterfortbildung auch besser ermöglichen, dass wir da unterstützen und dass wir zweitens in dem Bereich vor allen Dingen gucken, dass wir Schulgelder in einigen Bereichen der Ausbildung zukünftig streichen und das werden wir jetzt auch in den kommen. Deswegen sehen wir Ihren Antrag als gute Grundlage im Ausschuss darüber intensiv zu reden, zu schauen, welche inhaltlichen Punkte wir aufnehmen können, wie wir gemeinsam auch an den Zielen, die wir uns im Koalitionsvertrag gegeben haben, dann auch schneller arbeiten, gemeinsam erfolgreich sind. Sie haben es beschrieben, Auszubildende, die Frage, wie wir Fachkräfte der Zukunft ausbilden, ist einer der Grundlagen, einer der Säulen dafür, dass wir unseren Wohlstand in Deutschland erhalten können. Wenn wir dafür gemeinsam etwas tun können, dann soll Ihr Antrag gerne dazu einen guten Beitrag leisten. Vielen Dank. Dann folgt für die Linksfraktion der Kollege Walgolio. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Dr. Petzold, so ein richtig klares Ja zum Azubi-Werk und zu mehr Wohnungen habe ich da jetzt nicht rausgehört, aber das ging schon in die richtige Richtung. Wir sind da wie oft grundsätzlich einer Meinung. Wir als Linke sind natürlich der Auffassung, dass ein Azubi-Werk eine prima Sache ist. Wir unterstützen den Antrag der Grünen und der Kollegin Schädlich. Ein solches Werk wird schon lange von der DGB Jugend Berlin-Brandenburg gefordert. Der Landesausschuss für Berufsbildung hat sich jetzt erst gerade wieder dafür ausgesprochen. Es ist ja auch völlig klar, dass der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Azubis, aber nicht nur, auch für viele andere Menschen ein Riesenproblem ist in der Stadt und dass dieser Mangel zu verheerenden Auswirkungen führen kann, wenn eben deswegen keine Ausbildung mehr stattfinden kann. Ein Vorteil des Azubi-Werks ist übrigens auch, das ist noch nicht gesagt worden, dass die Finanzierung bereit gefächert werden kann. Es können auch Verbände, es können Unternehmen über Beiträge an der Finanzierung beteiligt werden eines solchen Werks. Das ist sehr gut, denn, das ist schon gesagt worden, genügend Ausbildung ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse und deswegen ist es nur richtig, wenn man auch die Kosten dafür auf möglichst breite Schultern verteilt. Wo ich allerdings Probleme sehe, ist, dass es bisher überhaupt keine konkreten Umsetzungsschritte des Senats in diese Richtung gibt. Es gibt Ankündigungen der Arbeitssenatorin, die ich richtig finde, in der Presse, es gibt die Förderung, Forderung danach, aber wo steht bitte was konkret im Haushalt dazu? Wo sind die Mittel dafür eingestellt? Wo sind die konkreten Umsetzungsschritte? Ich habe den Eindruck, der Senat ist im Moment mit ganz anderen Sachen beschäftigt, irgendwelche neuen internen Verfahrensregelungen wegen Interessensgegensätzen, wegen persönlicher Beziehungen, interner Streit, wie man die pauschalen Minderaufgaben auflöst, weil die Koalition einen Haushalt mit riesigen Luftbuchungen beschlossen hat, Olympia-Bewerbung, Zaumen um den Görlitzer Park, also ihr seid mit allem möglichen beschäftigt im Senat, aber die Sachen, die wichtig sind für die Menschen, ausreichend Wohnungen, für Azubis und für die Stadt, da sehe ich überhaupt noch keine konkreten Umsetzungsschritte. Das ist ein Problem und insbesondere deswegen ein Problem, weil es ja Bundesmittel gibt, die abgerufen werden könnten aus dem Programm Junges Wohnen und wenn der Senat jetzt nicht schnell handelt und die Voraussetzungen dafür schafft, dass die abgerufen werden können, sehe ich die große Gefahr, dass diese Mittel verfallen oder für anderes verwendet werden, weil der Senat eben mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ein Azubi-Werk ist eine gute Sache, habe ich gesagt, aber ein Azubi-Werk kann natürlich auch Wohnungen nicht backen und deswegen muss die Gründung eines Azubi-Werks, wenn sie wirklich für Wohnraum sorgen soll, verbunden werden mit einem massiven öffentlichen Wohnungsbauprogramm. Da haben wir als Linke konkrete Vorschläge vorgelegt. Wir haben ein kommunales Wohnungsbauprogramm vorgeschlagen, das über eine massive Zuführung von Kapital an die Wohnungsbaugesellschaften und über die Trennung von Neubau und Bestandsbewirtschaftung dafür sorgen kann, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 100.000 neue Wohnungen in kommunaler Hand entstehen. Und diese Wohnungen können dann selbstverständlich von einem Azubi-Werk übernommen werden und bewirtschaftet werden. Aber ohne ein solches Wohnungsbauprogramm wird, wie gesagt, auch ein Azubi-Werk nicht viele Azubis unterbringen können. Das eine bedingt das andere. Ein wichtiger Punkt des Azubi-Werks, den ich schon genannt habe, ein großer Vorteil dieses Azubi-Werks ist, dass man ganz verschiedene Finanzierungsquellen mit einbeziehen kann in die Finanzierung der Ausbildung. Eine dieser Finanzierungsquellen, die die Grünen in ihrem Antrag richtigerweise benennen, ist die Ausbildungsplatzumlage. Da kann man darüber reden. Die Ausbildungsplatzumlage soll ja Unternehmen, die Ausbilden unterstützen und damit für zusätzliche, für mehr Ausbildungsplätze sorgen. Daneben soll die Ausbildungsplatzumlage auch die Kosten der Ausbildung auf möglichst breite Schulden verteilen und möglichst alle Unternehmen an diesen Kosten beteiligen. Und deswegen ist es ein guter, ein folgerichtiger Vorschlag zu sagen, dann überlegen wir doch mal, ob man nicht auch dieses Azubi-Werk aus der Ausbildungsplatzumlage zumindest ein Stück weit mit finanzieren kann. Das große Problem an dieser Sache ist aber auch da wieder, dass in dieser Legislaturperiode keine Einnahmen aus einer Ausbildungsplatzumlage vorliegen werden. Der Senat hat angekündigt, dass er im Oktober 2025 entscheiden will, ob eine Umlage kommen soll. Da läuft das Ausbildungsjahr schon. Das heißt, die Umlage könnte frühestens im dann folgenden Ausbildungsjahr, also ab September 2026 erhoben werden. Da ist der Senat aber schon gar nicht mehr im Amt. Da sind wir schon in der neuen Legislatur. Das heißt, der Senat hat das gar nicht mehr an der Hand. Und deswegen ist offensichtlich, dass wir in dieser Legislaturperiode keine Einnahmen aus der Ausbildungsplatzumlage zur Verfügung haben werden. Und damit fehlt nicht nur ein wichtiges Instrument, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, sondern eben auch ein mögliches Finanzierungsinstrument für das Azubi-Werk und ein mögliches Finanzierungsinstrument für zusätzlichen Wohnraum für Auszubildende. Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich war gerade beim letzten Satz, Herr Präsident, und deshalb habe ich relativ wenig Vertrauen in diese Ankündigung, lieber Kollege Petzold, dass da viel passieren soll. Da fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen, obwohl wir so dringend zusätzlichen Wohnraum gerade für Azubis brauchen. Ich darf mich aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Insofern bin ich gespannt, was mein Freund Sven Mayer jetzt dazu erzählen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat dann wie bereits angekündigt der Kollege Mayer das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, vielen Dank für die Ankündigung, Damiano. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommen wir bei dem einen oder anderen Punkt ja zusammen. Erstmal muss ich sagen, bin ich über den Antrag der Grünen auf der einen Seite erfreut, überrascht und irritiert zugleich. Warum? Erstmal bin ich wahnsinnig erfreut, tatsächlich, über den Antrag, weil dadurch tatsächlich Aufmerksamkeit auf ein Projekt gebracht wird, was tatsächlich von uns kommt. Das kommt tatsächlich von unserer Koalition, von der SPD und es geht ganz genau um bezahlbaren Wohlraum, um Beratungsangebote, um Unterstützungsangebote, in einem breiten Bereich. Und ja, genau das wollen wir. Und ich bin überrascht, dass Sie das Thema aufgenommen haben, weil eben tatsächlich beispielsweise unsere Senatorin Kieselzeppe genau dieses Projekt angekündigt hat, schon letztes Jahr im Juli und immer und immer wieder dieses Projekt tatsächlich in die Medien gebracht hat. Und ja, wir haben es, genauso wie mein Kollege Herr Petzold gesagt hat, in den Haushalt schon eingebracht. Wir sind tatsächlich dabei, es ist unser Projekt und wir werden es durchführen. Herr Kollege, und Sie wissen, wie wichtig dieses Projekt ist. Ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Schädlich aus der Grünen-Fraktion zu lassen. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber ansonsten nett für die Rückfrage. Okay, also das ist unser Projekt. Wir werden es tatsächlich durchziehen und wir wissen, wie wichtig dieses Projekt ist. Genau. Also es geht tatsächlich genau um die Punkte, die Sie genannt haben. Viele Punkte davon haben wir mit drin und werden es tatsächlich auch durchführen. Aber ich bin auch tatsächlich irritiert bei einigen Sachen. gerade bei einigen Forderungen, die Sie haben, die Sie dort aufstellen. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel genau die Mensen. Mal ganz ehrlich. Wir haben eine Stadt von fast 900 Quadratkilometer. Quadratkilometer. Wir haben 35.000 Azubis und fast 1.800 Ausbildungsstätten. Wie sollen da Mensen über das Land Berlin tatsächlich gelegt werden? Wie sollen tatsächlich die Auszubildenden in ihren Pausen dann zu den Mensen gehen? Das ist völlig realitätsfremd. Viele Punkte da drin sind tatsächlich realitätsfremd. Und ich habe eher das Gefühl, da wird vom Studentenwerk einfach Copypass in die Ausbildungswerk reingebracht. Viel wichtiger ist es, sich genau anzuschauen, was wir brauchen. Viele Aspekte, die Sie da drin haben, da gibt es Förderung. Es gibt Förderungsmaßnahmen auch vom Bund. Wir haben einige Sachen, wie beispielsweise eine Beratungsstelle, jetzt auch noch mal extra im Haushalt reingegeben. Was es bedarf, ist es, noch mal genau zu schauen, wie sind die Bedürfnisse der Auszubildenden hier in Berlin? Welche Aspekte brauchen wir? Wo müssen wir auch Förderungsmöglichkeiten zusammenführen, damit wir das dickig nicht größer machen, sondern kleiner machen? Wo müssen wir nachjustieren? Und genau das werden wir jetzt tun. Dafür haben wir auch Geld in den Haushalt reingesetzt. Dafür werden wir uns jetzt in den nächsten Monaten Zeit nehmen. Und wir werden einen wirklich kompakten, sinnvollen Antrag daraus bringen. wir werden ihn dann hier vorstellen und mit euch diskutieren, hier im Plenum und im Ausschuss. Ich freue mich sehr darauf, weil es ist ein wichtiges Anliegen. Es ist das zentrale Anliegen dieser Regierung. Es ist ein zentrales Anliegen der Senatsverwaltung, unserer Senatorin, von uns, weil die Rahmenbedingungen der Auszubildenden müssen verändert werden. Wir müssen sie verbessern. Wir sind genau hier dran, auch im Pakt, im Bündnis für Ausbildung. Und dort gehört das auch mit rein. Und genau hier werden wir ansetzen und ich freue mich schon drauf auf die Diskussion. Vielen Dank. Und dann folgt für die AfD-Fraktion die Abgeordnete Auricht. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, es ist ein bekanntes Modell der Parteien zaghafte Lerneffekte dann zuzulassen, wenn man selber nicht mehr regiert. Plötzlich fallen einem dann Dinge ein, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder die man irgendwie versäumt hat. Jetzt die Grünen, die ja fordern, ein Azubi-Werk nach Vorbildern wie in Hamburg zum Beispiel einzurichten. Ja, die Aufgabe soll darin bestehen, Auszubildende endlich günstigen Wohnplatz anzubieten und allgemein zur Steigerung der Attraktivität von tatsächlich Ausbildungsberufen beizutragen. Das finden wir gut. Ja, der Berliner Wohnungsmarkt ist mehr als angespannt und da haben es Auszubildende besonders schwer. Wir haben es ja schon gehört, hier Wohnraum zu finden. Und das sind genau die Menschen, die wir ja in der Stadt brauchen. Andere Großstädte haben seit Jahren damit angefangen. Berlin ist halt Berlin, kommt ein bisschen später. Das ist schade, denn gerade die Städte, wo Azubi-Werke schon gegründet worden sind, zeigen, dass es einen langen Prozess braucht, bis die ersten Auswirkungen wirklich einsetzen. Deshalb frage ich mich natürlich auch, warum kommt der Antrag erst jetzt und warum kommt er jetzt, wo der Senat ihn sowieso schon auf dem Schirm hat. Und Frau Kisetepe hat es ja auch schon irgendwo angekündigt, wir haben Bundesmittel, nämlich 57 Millionen, wenn ich mich nicht irre, die wir ja auch dazu benutzen könnten. Und da freue ich mich schon im Ausschuss, was wir dazu hören bekommen. Ich möchte aber auch ein paar Bedenken aufzeigen. Das sind rechtliche Sachen, wie zum Beispiel die Unterbringung von unter 18-Jährigen. Das sind Betreuungsaspekte, die wir vielleicht mal besprechen müssten. Und Herr Mayer, glaube ich, hat es schon angesprochen, Sie fordern ja sehr viel in Ihrem Antrag, was das Azubi-Werk alles leisten soll. Aber es gibt ja bereits viele Strukturen in Berlin, die Auszubildenden helfen, ihre Ausbildung erfolgreich zu absolvieren und ihre Lebensqualität zu verbessern. Da gibt es die BAföG, die Kammernverbände, die Auszubildende beraten. Es gibt Sprachkurse, Integrationskurse, die wollen Sie ja auch noch haben. Es gibt Jugendzentren, Sportvereine, ich will sie nicht alle aufzählen. Alle diese Angebote existieren bereits und sollten auch nicht ignoriert werden, denn wir wollen ja auch keine Parallelstrukturen schaffen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ein Azubi-Werk kann natürlich helfen, einige wenige Missstände zu beheben, aber ich würde das gerne größer denken und auch grundlegende Probleme mal analysieren und nicht immer nur kleine, kleine kosmetische Korrekturen anbringen. Wir wollen Ausbildungsberufe nicht nur ein kleines bisschen attraktiver machen, indem es ein neues Azubi-Werk gibt, das können wir machen. Wir wollen grundlegend und nachhaltig weg von diesem Akademisierungswahn, den ja gerade auch die Grünen in Berlin und im Bund zu verantworten haben. Wir wollen zurück zu dem, was Deutschland einst auszeichnete, Berufsausbildung auf höchstem Niveau mit bestmöglichen Bedingungen von Handwerk bis hin zur Industrie. Leider zeigt der Bildungsvergleich der OECD, dass immer weniger junge Erwachsene in Deutschland überhaupt über eine klassische Berufsausbildung verfügen. Und der Rückgang in der Ausbildung ist der größte im Vergleich der OECD-Länder und diese jungen Menschen fehlen uns wirklich auf dem Arbeitsmarkt. Da müssen wir wirklich ran. Und wir erleben auch eine Bildungspolarisierung zwischen einem nicht ausgebildeten und einem überakademisierten Teil der Jungen. Und auch das kommt leider nicht von ungefähr, denn seit mindestens zwei Generationen wird den jungen Menschen in Deutschland immer eingeredet, dass man eigentlich nur mit einem Studium gute Gehälter und finanzielle Sicherheit bekommen kann und dass ein Beruf, der nicht mit einem großartigen Titel daherkommt, irgendwie auch eine Art von Misserfolg sei. Das soll heißen, dass wir auch an der gesellschaftlichen Anerkennung von Handwerk und normalen Ausbildungsberufen arbeiten müssen. Denn es liegt ja nicht nur am Azubi-Werk, dass junge Menschen in die Unis flüchten, die Probleme liegen einfach tiefer. Wir würden gerne einen fundamentalen Wandel haben. Wir müssen die Potenziale unserer Jugend vielseitig fördern. Wie es möglich, wo es möglich ist, müssten zukünftig Azubis natürlich durch bezahlbaren Wohnraum, Zuschüsse zum Führerschein zum Beispiel, durch Wegfall von Gebühren für Ausbildung. Für eine gute Perspektive auf gute Löhne, da müssen wir unterstützen. Und zudem fordert die AfD schon seit langem kostenlose Meisterausbildung. Sie sehen also, mit kleinen Korrekturen ist uns nicht geholfen. Wir müssen das Ruder ganz herumreißen, um einen Ausweg aus der Bildungs- und Ausbildungskatastrophe zu finden. Und das katastrophale Bildungssystem hier in Berlin will ich jetzt gar nicht erwähnen. Aber auch da muss dringend was passieren. All diese Entwicklungen sorgten nämlich dafür, dass sich der Fachkräftemangel hier verschärft hat. Damit das deutsche bewährte System der dualen Ausbildung vorbildlich wie einst funktionieren kann, müssen wir umfassend in Wissen, in Fort- und Weiterbildung unserer kommenden Leistungsträger investieren. Ausbildungsqualität, Ausbildungsvergütung, größere Wertschätzung der Berufsausbildung, all das sind Themen, in denen wir uns kümmern müssen, um die wir uns kümmern müssen im Ausschuss. Da freue ich mich schon auf die Aussprache. Das Azubi-Werk kann nur ein kleiner Baustein von vielen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wie gesagt, auf die Diskussion im Ausschuss. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Arbeit und Soziales und mitberatend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie. Widerspruch höre ich dazu nicht, dann verfahren wir so. Und ich rufe auf die laufende Nummer 3.3, die Priorität der Fraktion Die Linke. Das ist der Tagesordnungspunkt 22, eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen auf Drucksache 19.1301 zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19.964. Mieten sozial gestalten, Bundesratsinitiative zur Begrenzung des Anstiegs von Indexmieten starten. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke und hier der Kollege Schenker. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich will Sie heute zu Beginn meiner Rede mal nicht mit Zahlen, Daten, Fakten zum Berliner Wohnungsmarkt langweilen, denn die kennen wir, die kennen Sie und die kennen vor allem die Berliner Mieterinnen und Mieter. Aber um es kurz zu machen, die Situation ist wirklich dramatisch und die Situation spitzt sich immer weiter zu. Aktuell, das können wir jeden Tag in der Presse lesen, haben wir es mit einer dramatischen Welle an horrenden Betriebskostennachzahlungen zu tun, die auf die Berliner Mieterinnen und Mieter zurollen. Und es ist ehrlicherweise kein Zufall, dass das nun vor allem Immobilienkonzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen oder Adler trifft, die nun seit Jahren dafür bekannt sind, dass sie hier mit den Betriebskosten tricksen. Ich habe gerade erst gestern eine Mieterversammlung in der Angerburger Allee in Charlottenburg organisiert. Da kamen 200 Mieterinnen und Mieter, von denen viele bis zu 5000 Euro nachzahlen sollen. Das ist, wie angekündigt, eben kein Einzelfall. Wir sehen ähnliche Fälle aktuell in Tempelhof, Tegel oder Lichtenrade. Berlin ist im Heizkostenschock, doch dieser Senat hat zu diesem Thema bisher wirklich noch kein einziges Wort verloren. Und ich finde, wir brauchen jetzt einen Härtefallfonds für steigende Heizkosten, damit eben niemand seine Wohnung verliert oder im Kalten sitzt. 2024 wird kein gutes Jahr für Mieterinnen und Mieter. Da sind sich Expertinnen einig, da sind sich Analyseportale einig. Alle erwarten Mietsteigerungen von 10 bis 20 Prozent. Ein ganz wesentlicher Faktor ist die Mietenexplosion, also ein ganz wesentlicher Faktor für die Mietenexplosion ist die zunehmende Anzahl an Indexmieten. Nach Schätzung des Berliner Mietervereins gibt es in Berlin aktuell rund 300.000 Mietverträge mit Indexmieten. Und die Tendenz ist klar steigend. Also 2022 wurden 70 Prozent aller neuen Mietverträge mit Indexmieten abgeschlossen. Kein Wunder, Indexmieten versprechen in Zeiten steigender Preise ganz besonders hohe Gewinne. Also Heizkostenpreise und Mieten gehen durch die Decke. Und das große Problem ist, dass die Löhne und Sozialleistungen hier aber überhaupt nicht mithalten. Und ich finde es ehrlicherweise beschämend, dass in einem so reichen Land etwas so Existenzielles wie das Wohnen für immer mehr Menschen wirklich zur Armutsfalle wird. Aber es gibt eigentlich eine gute Nachricht. Denn der Mietenwahnsinn ist kein Naturgesetz. Nur können weder die neue Bauordnung oder ihr komisches Schneller-Bauen-Gesetz der Mietpreisdynamik etwas entgegensetzen. Berlin bräuchte jetzt eine beherzte Mietenpolitik. Berlin bräuchte einen Senat, der sich dafür einsetzt, die Mieten zu deckeln, Sozialwohnungen zu bauen und zu verhindern, dass Menschen im Kalten sitzen, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten können. Und Berliner Mieterinnen und Mieter bräuchten vor allem eine Bundesregierung, die endlich ihre Arbeit macht. Man kann es wirklich nicht oft genug sagen, die Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP im Bund ist wirklich ein mietenpolitischer Totalausfall. Was hat sich die Ampel noch vor zwei Jahren dafür gefeiert, dass sie nach 20 Jahren nun endlich wieder ein für das Wohnen eigenes Ministerium zuständig, ein eigenes Ministerium geschaffen hat? Ja, aber ich will auch sagen, Clara Geiwitz ist auch die schlechteste für das wohnzuständige Ministerium seit mindestens 20 Jahren. Clara Geiwitz hat es tatsächlich geschafft, noch weniger für Mieterinnen und Mieter zu erreichen, als ihr Vorgänger Heimathorst Seehofer. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man tatsächlich erst mal schaffen. Laut einer Forsa-Umfrage ist bezahlbares Wohnen das zweitwichtigste politische Thema der Deutschen. Und kein Wunder, Deutschland blickt einer historischen Wohnungsnot entgegen. Es fehlen 900.000 Sozialwohnungen. Wir erleben den größten Mietenanstieg seit Jahrzehnten und eben auch die Preise für Gas, Strom und Energie steigen an. Aber die aktuelle Bundesregierung hält unbeirrt an ihrer Politik fest. Das ist eine politische Bankrotterklärung. Wir reden so auch heute absolut zu Recht über die faschistischen Umtriebe der AfD. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Verbot dieser Partei prüfen müssen. Wir brauchen eine breite antifaschistische Mobilisierung. Aber wir müssen auch den Rechten, den politischen Nährboten entziehen. Und deswegen finde ich, das beste Gegenmittel gegen die AfD ist Schluss mit der Politik gegen Geflüchtete und Erwerbslose, stattdessen bundesweiter Mietendeckel, sozialer Klimaschutz und Milliardärssteuer. Also, um es noch mal kurz zu machen, wir schlagen jetzt vier Maßnahmen vor, um die Mietenkrise zu lösen. Wir brauchen schnellstmöglich einen bundesweiten Mietendeckel, um die Mietpreiseskalation endlich in den Griff zu bekommen und zu stoppen. Wir wollen Index- und Staffelmieten verbieten. Und ein Anfang wäre ganz schnell gemacht, auch hier für den Senat. Wie meine Anfrage gezeigt hat, gibt es auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen 1.300 Ingex-Mieten. Die müssten direkt verboten werden. Drittens, wie das Verbändebündnis das vorgestern gefordert hat. Wir brauchen jetzt 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau und für dauerhaft gebundene Sozialwohnungen. In Berlin wollen wir ein kommunales Wohnungsbauprogramm auf den Weg dringen, damit endlich die Wohnungen entstehen, die wir tatsächlich brauchen. Und viertens, wir brauchen einen Härtefallfonds, und davon bin ich überzeugt, für steigende Heizkosten, damit niemand seine Wohnung verliert oder im Kalten sitzt. Sie sehen, es könnte alles ganz einfach sein, wenn man sich konsequent an die Seite der Mieterinnen und Mieter stellt. Gemeinsam mit unseren Bundespartnern werden wir dafür auch weiter streiten. Und ich will mal sagen, der politischen Apathie, die wir, und der Einfalls- und Mutlosigkeit, die wir sowohl von der Ampel als auch vom Berlin-Länder-Senat sehen, werden wir konsequent das entgegensetzen. Versprochen. Vielen Dank. Es folgt dann für die CDU-Fraktion der Kollege Dr. Naas. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, mit dem vorliegenden Antrag soll eine Kappungsgrenze für Indexmietverträge eingeführt werden. Auch wenn man einer Begrenzung von Indexmieten zugestimmt hat oder zustimmt wird, halten wir den Antrag für nicht zustimmungsfähig. Aber erlauben Sie mir noch eine Frage, Herr Schenker, was haben Betriebskosten Nachzahlungen mit der Indexmiete zu tun? Was hat die Milliardensteuer mit der Indexmiete zu tun? Sie haben vorhin über Themen geredet, die mit Indexmieten und Indexmietverträgen nichts zu tun haben. Wenn wir bei der Sache bleiben, wenn es Ihnen tatsächlich um den Mieterschutz geht, dann müssen wir bei der Sache bleiben und sachlich argumentieren. Zunächst möchte ich deutlich machen, dass eine Kappungsgrenze bei Indexmietverträgen ähnlich wie in § 558 Absatz 3 grundsätzlich möglich ist. Die Koalition hat sich auch vorgenommen, solch eine Kappungsgrenze einzuführen. Die Koalition wird auch in Kürze einen eigenen Antrag hier bei Ihnen vorliegen. Dennoch halten wir eine Begrenzung auf 6 Prozent für nicht vertretbar und auch nicht sachgerecht. Die Vorstellung des Gesetzgebers von 20 Prozent wird damit deutlich unterschritten. In Berlin wären das 15 Prozent. Und wir wüssten nicht, warum wir das noch mal drastisch senken sollten auf 6 Prozent. Noch gravierender halten wir aber die Vorstellung, dass der Abschluss von neuen Verträgen verboten werden soll. Sie wollen in Ihrem Antrag ganz ausdrücklich ein Verbot von Neuvertragsabschlüssen mit Indexmieten. Das wird zwar dazu führen, dass keine neuen Verträge eh abgeschlossen werden und wenn Sie die Indexmiete auf 6 Prozent reduzieren, wird auch keiner einen Indexmietvertrag abschließen. Aber warum sprechen wir, meine Damen und Herren, immer wieder von Verbot hin? Sie wollen doch nicht den Menschen wieder vorschreiben, ob und wie Sie Ihre Verträge gestalten sollen. Wenn Sie den Mieterschutz wollen, reicht eine Begrenzung aus. Ein Verbot ist der falsche Weg. Unsere Rechtsordnung schützt nicht nur die Mieterinnen, sondern auch die Vertragsautonomie der einzelnen Parteien, der Vertragspartner. Darüber haben wir ausführlich im Ausschluss debattiert. Und auch dieser Schutz sollte nicht vergessen werden. Ein Vertragsabschlussverbot ist daher abzulehnen und in der Sache nicht zu rechtfertigen. Das einzig Positive in diesem Antrag ist lediglich die Erkenntnis, dass es Lücken in bundesgesetzlichen Regelungen gibt. Sie haben immer wieder auf die Bundesregierung geschimpft, was sie machen soll, was sie machen soll, was sie machen soll. Hier im Land können wir nur Initiativen einreichen. Es gibt Lücken auf Bundesebene. Ja, denn es gibt keine Kappungsgrenze für Indexmieten. Diese Lücken sollte man schließen, indem man die gesetzlichen Verweise und die Bestimmungen entsprechend anpasst und auch eine Kappungsgrenze für den Indexmietvertrag vorsieht. Daher wäre es aus unserer Sicht ratsam, sich an der geltenden Kappungsgrenze zu orientieren. Aber auch hier führen wir die Diskussion fort und werden eine verlässliche und für die vielen Mieterinnen und Mietern Berlins gute Lösung finden. Das verspreche ich Ihnen. Diesem Antrag werden wir aber nicht zustimmen und haben auch nicht zugestimmt. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Dann folgt für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen die Kollegin Schmidberger. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mieterinnen und Mieter, dass man sich von warmen Worten und substanzlosem Geschwafel auch nichts mieten kann, hat mein Vorredner von der CDU ja ganz gut hier wieder gezeigt. Sie haben zwar im Ausschuss und jetzt gerade auch wieder eine Debatte innerhalb der Koalition angekündigt zu Indexmieten und dass vielleicht auch ein Antrag kommt, aber Ihr vorgeschobenes Argument gerade mit der Vertragsfreiheit und dass doch Verbote per se immer das Falsche sind, wollen Sie eigentlich nur davon ablenken, dass im Zweifel die CDU bei der Wohnungspolitik immer für die Rendite der Vermieter steht. Weil selbst Herr Dr. Naas, Sie wissen ja selber auch, dass wir diesen Antrag auch vorgelegt haben zu den Indexmieten, weil eben Indexmieten den Mietspiegel kaputt machen, weil sie den Mietspiegel nach oben treiben und weil sie eben auch wirklich zu einem Kostenbeschleuniger in der Stadt geworden sind und das angesichts der Tatsache, dass Mieterinnen und Mieter durch hohe Energie und Lebenshaltungskosten eh schon so heftig belastet sind. Und ich finde es auch wirklich schäbig hier nicht zu erwähnen, dass wie gesagt Indexmietverträge ganz legal sozusagen von der Deckelung der Miete nach Mietrecht abweichen können, dass das abgekoppelt ist. Sie haben nie ein Problem damit, wenn Vermieterinnen und Vermieter plötzlich mal eben innerhalb von einem Jahr die Miete um 30 oder 40 Prozent anheben können. Dazu äußern Sie sich nicht. Das nennen Sie nie als Missstand. Deswegen bitte kommen Sie mir nicht mit Vertragsfreiheit oder irgendwie fairen Argumenten. Das ist bei Ihnen leider nicht zu finden. Und gerade wurde es ja auch schon gesagt, es gibt Schätzungen des Berliner Mietervereins. Dank dem Senat haben wir ja keine konkreten Zahlen, weil der Senat immer noch kein Miet- und Wohnungskataster machen will, wo man mal alle Miethöhen in der Stadt erheben würde. Aber dank des Berliner Mietervereins kennen wir eine Schätzung, dass 70 Prozent aller neuen Mietverträge im letzten Jahr bereits Index-Mietverträge waren. Und das wissen Sie auch. Und ich finde es auch schon sehr erstaunlich, hier das Argument der Koalition zu bringen, auch von dem Senator kam es im Ausschuss, dass man ja diesen Vorstoß für eine Bundesratsinitiative jetzt nicht mehr machen kann, weil ja bereits der Bundesrat im Jahr 2022 sich gegen die Begrenzung von Indexmieten ausgesprochen hat. Ich finde, das ist eine ziemlich billige Ausrede fürs Nichtstun, gerade angesichts der Tatsache, dass Sie doch erst in Ihren Koalitionsvertrag im Frühjahr 2023 reingeschrieben haben, dass Sie eine Bundesratsinitiative zur Begrenzung von Indexmieten befürworten. Ja, was denn nun? Wo soll es denn jetzt wohnungspolitisch hingehen? Und damit keine Miss... Ja, das ist ja in Ordnung, Sie können gerne, ich habe auch, Herr Gebler, kein Problem damit, wenn Sie unseren Antrag ablehnen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Sie eine eigene machen. Ist ja logisch, dass dieser Antrag hier abgelehnt, der kommt ja von uns. Aber was ich wirklich alarmierend finde, ist insgesamt jetzt mal nach einem halben Jahr Bilanz dieser neuen Koalition, ist Ihr Umgang insgesamt mit dem Thema Mieterinnenschutz. Ich finde es alarmierend, ob beim Thema Zweckentfremdungsverbot, bei Mietwucher, das Thema Mietpreisprüfstelle, davon wollen Sie auch nichts mehr hören, Wohnraumsicherungsgesetz steht im Koalitionsvertrag, davon hört man nichts, kein Miet- und Wohnungskataster, kein Vorkaufsrecht. Bei Mieterinnenschutz glänzt schwarz-rot mit purer Konzept und Ambitionslosigkeit und das zum Schaden der Mieterinnen und Mieter. Und es ist ja schön, dass der Herr Senator sagt im Ausschuss, man müsse ja Wege finden, um Mieterschutz bei Indexmieten zu gewährleisten. Sie haben aber weder gesagt, wie Sie es machen wollen, noch was Sie machen wollen. Und Sie haben noch nicht mal sich dazu bekannt, im Rahmen des Wohnungsbündnisses, wo Vonovia und Co. eben drin sind und die eben jetzt die mit den hohen Indexmieten sind, dass Sie sich mal darum kümmern werden, darauf hinzuwirken, dass diese Indexmietverträge zurückgenommen werden oder zumindest die hohen Mieterhöhungen zurückgenommen werden. Da höre ich nichts von Ihnen. Es juckt Sie nicht. Es juckt Sie auch nicht, die hohe Betriebskostennachzahlung, die jetzt gerade massiv verschickt werden in der Stadt. Und ich finde es auch wirklich bedenklich. Wir geben für das Wohnungsbündnis weiterhin jährlich 200.000 Euro raus. Da fragt man sich dann schon, was es den Mieterinnen und Mietern bringt, wenn hier öffentliche Gelder veranschlagt werden, aber die Mieterinnen und Mieter davon überhaupt nichts haben. Ich glaube, Sie hätten das Geld besser in eine bessere Mieterberatung stecken sollen. Naja, 20.000 Euro pro Bezirk, die großzügig, Herr Gebner. Wundern tut uns das aber schon lange nicht mehr, denn alles, was die Mieterinnen Schutz dient, wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen abgelehnt. Da macht der SPD-Senator CDU-Wohnungspolitik. Und was machen die beiden Fraktionen? Die eine, die CDU, freut sich und lehnt sich zufrieden zurück. Und die SPD-Fraktion schaut einfach zu oder wird sogar umgangen, wie bei der Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Wo ist denn bei Mieterinnen-Schutz die sozialdemokratische Handschrift, liebe SPD? Seit einem halben Jahr kommt nichts von Ihnen dazu. Und was auch noch mal allen klar sein muss, wir haben nicht nur eine Baukrise, man kann immer wieder schön viel Geld, wie die CDU, vom Bund fordern für ein Neubauprogramm. Ihnen allen muss aber klar sein, in allen Städten steigen die Mieten und Bodenpreise umgebremst weiter. Wir haben ein systemisches Problem, das gelöst werden muss. In der Krise müssen alle einen Beitrag leisten. Warum denn nicht dann auch die Vermieterinnen, die sich in den letzten 20 Jahren eine goldene Nase hier in der Stadt verdient haben? Das ist einfach nicht einsehbar. Und zum Schluss will ich noch mal Lukas Siebenkotten erwähnen. Der Präsident des Mieterschutzbundes hat erst vor ein paar Tagen in den Medien wieder gefordert, dass endlich ein Umdenken in der Politik stattfinden muss, um dem Wohnen und der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum mehr Bedeutung zu geben. Da hat er vollkommen recht und man muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich gilt das auch für die Ampel. Liebe Linke, ihr wisst das leider auch, Mehrheiten sind Mehrheiten. Ich finde auch, die SPD muss sich jetzt mal langsam im Bund entscheiden. Ist ihr die Vorratsdatenspeicherung wichtiger oder das Mietrecht? Das werde ich, aber fest steht auch, fest steht auch, auch wenn der Bund für das Mietrecht zuständig ist, Sie werden als Landesebene davon nicht befreit, sich auch um Mietwucher und überhöhte Mieten zu kümmern. Wir sind mal gespannt, ob das 2024 was wird. Vielen Dank. Besten Dank. Es folgt dann für die SPD-Fraktion die Kollegin Aydin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Geheimnis, dass die Mietpreisspirale in Berlin sich weiter dreht. Deshalb bringen wir als SPD auf Bundes- und Landesebene um eine Lösung, insbesondere auch für die Index-Mietverträge, aber auch um Mietpreise zu begrenzen. Wir wissen alle, dass wir endlich eine Öffnungsklausel für Mietbegrenzung in den Bundesländern brauchen, um die aktuelle Mietpreisentwicklung einzudämpfen. Dies hat die Berliner SPD-Fraktion immer wieder auch gefordert. Um Schlupflöcher bei der Mietpreisbremse entgegenzuwirken, ist es uns wichtig, und wir sind auch gerade dabei, die Prüfstelle auf Landesebene einzuführen, weil wir damit eben auch die Mietpreisverstöße gerade auch bei privaten Wohnungsunternehmen ahnden können. Denn die Situation der Mieterinnen und Mieter hat sich natürlich aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die Energiekrise und auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie verstärkt. Diese Herausforderungen, wissen wir, haben zu erhöhten Lebenserhaltungskosten und zusätzlichen Belastungen zu Energie- und Erhaltungskosten geführt. Und Verbesserungen sind auch nicht in Sicht. Die Inflation lag im Jahr 2023 mit knapp 6 Prozent weiterhin auf einem hohen Stand. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 besonders stark. Und dieser erhebliche Anstieg der Inflation in den letzten zwei Jahren hat insbesondere bei Index-Mietverträgen zu starken und unverhältnismäßigen Mieterhöhungen geführt. Die Mieten sind bei diesen Verträgen an die Inflation gekoppelt und sind zum Problem geworden, weil die Preise angestiegen sind und damit eben die Mieten angezogen haben. Die bisherige Regelung hat vielfach zu Mietsteigerungen von mehr als 10 Prozent geführt. Deshalb hat die SPD-Fraktion, das möchte ich nochmal eindeutig betonen, im letzten Jahr einen Antrag für eine Bundesratsinitiative zur Begrenzung von Index-Mieten beschlossen und schlägt vor, die Index-Mieten statt an die Inflationsrate an die allgemeine Entwicklung der Nettokaltmieten zu koppeln. Deshalb richte ich mich auch an die CDU. Also wir brauchen keinen neuen Antrag. Wir haben schon einen Antrag, das möchte ich auch eindeutig mal hier klarstellen. Und mit uns wird es auch keine 15 Prozent Kappungsgrenze geben. So, das möchte ich auch nochmal eindeutig sagen. Der Nettokaltmietenindex ist aus unserer Sicht der bessere Weg, um Index-Mieten zu begrenzen. Und das ist auch der Grund, warum wir dem Antrag der Opposition hier nicht zustimmen. Es gibt auch einen zweiten Grund, denn es gab bereits eine ähnliche Bundesratsinitiative in Hamburg, die abgelehnt wurde. Daher macht es aus unserer Sicht Sinn, dass wir in Berlin einen anderen Ansatz wählen und so dann vorgehen, um auch mehr Erfolg zu haben im Bundesrat. Für uns ist klar, bei stark steigenden Verbraucherpreisen müssen wir die Menschen besser vor dem uferlosen Anstieg der Indexmieten schützen. Eine wirksame Kappung ist hier dringend notwendig. Dass die Lebensmittelkosten jetzt explodieren, belastet viele Menschen bereits stark. Wir brauchen hier einen wirksamen Schutzmechanismus und deshalb ist es für uns wichtig und war es auch wichtig und deshalb haben wir die Begrenzung der Indexmieten natürlich in den Koalitionsvertrag auch mit der CDU festgeschrieben. Ja, hier wurde es schon mal immer wieder betont, egal wie wir uns drehen und wenden, Mietrecht ist Bundesrecht und die größten Lösungen in diesem Bereich sind auf der Bundesebene. Das können wir gar nicht abstreiten. In erster Linie müssen wir gemeinsam mit den Grünen dafür sorgen, dass wir die gesetzliche Kappungsgrenze in angespannten Wohnungsmarktlage von 15 Prozent auf 11 senken. Das ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Das ist für Berlin wichtig. Müssen wir gemeinsam tun. Da vereinbliche ich das nicht und ich stehe auch dazu so. Zudem müssen wir dafür sorgen, dass die Umgehung der Mietpreisbremse durch vermeintliche Immobilierung der Wohnung oder eine Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch nicht länger möglich ist. Aus meiner Sicht müssen wir auch den Personenkreis für die Eigenbedarfskündigung per Gesetz einschränken, um Missbräuche zu hindern. Was die Indexmietverträge angeht, wir wissen, dass auf Bundesebene das Bauministerium schon Vorschläge zur Begrenzung von Indexmieten erarbeitet hat. Allerdings blockiert die FDP, dass die FDP auch kein Herz für Mieterinnen und Mieter hat. Das ist uns auch allen bekannt. Da muss Marco Buschmann handeln. Da muss Marco Buschmann handeln. Im Grunde gibt es ja auch eine Bundesratsinitiative. Dennoch sehen wir es als SPD-Fraktion notwendig, dass wir auch an Berlin eine weitere starten, um Druck auszuüben. Und damit bedanke ich mich auch für das zu hören. Und es folgt dann für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Herr Latsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, schöne Märchenstunde, Frau Aydin. Ich nenne Ihnen jetzt mal drei Gründe, wie es zu solchen Auswüchsen kommt. Und ich sage Ihnen, was man dagegen tun kann. Der erste Grund. Ohne Inflation gäbe es kein Problem mit Index-Mietverträgen. Und das hat nichts mit Putin oder mit Trump oder sonst eben zu tun. Die Ursache ist nicht beim Mietvertrag, sondern bei der Schuldenpolitik der Regierung und der EZB. Seit Jahren laufen gezielte Maßnahmen unter Draghi und heute unter der verurteilten Straftäterin Lagarde, die Inflation in die Höhe zu treiben und um die Staaten der EU zu entschulden. Das ist kein Versehen und kein Geheimplan, meine Damen und Herren, sondern klare Absicht. Zunächst waren zwei Prozent angepeilt, aus denen schnell vier Prozent wurden. Aber selbst das reichte nicht aus, die Staaten, die schon immer auf Inflation setzten, handlungsfähig zu halten. Das Versprechen, der Euro wird so hart wie die D-Mark, war eine bewusste Lüge der CDU unter Kohle. Und wer will heute die Schuldenbremse knacken, Sie alle gemeinsam, meine Damen und Herren, was macht das? Das wird die Mieten weiter explodieren lassen, mieter oder ohne Index, Mietvertrag. Das treibt die Preise nach oben und die Einkommen werden nicht mithalten. Und da machen Sie sich gleichzeitig hier zum rettenden Engel. Das ist einfach nur zynisch. Der zweite Grund, ein richtiges, übles, menschenfeindliches Gebräu wird aus der Inflation gepaart mit ihrer Bauverhinderungspolitik, meine Damen und Herren, von der Sozialistischen Einheitspartei, die Sie auch heute noch konsequent fortsetzen und mit Umwelt und Klima verbrämen oder sonst irgend sowas. Nimmt man, manche sogar mit Putin, nimmt man noch die von Ihnen allen getragenen Massenmigration hinzu, kann man solche Anträge nur als das bezeichnen, was sie sind, scheinheilig bis ins Mark. Sie haben unter R2G alles getan, um das Bauen zu verhindern. Dass Berliner auf der Straße stehen mit 800 anderen Bewerbern um eine Wohnung, das hat Sie nie interessiert. Sie haben durch die Hintertür illegale Migranten in die Wohnungen geschleust, frei nach den Motti, wir haben Platz und Berlin ist ein sicherer Hafen. Und gleichzeitig stellen Sie sich als Retter der Mieter da. Insbesondere RBB und Tagesspiegel haben Ihnen dabei geholfen, den Mietern Sand in die Augen zu streuen. Die Verantwortung für die steigenden Mieten tragen allein Sie und die Verantwortung dafür, dass Berliner keine Wohnungen finden, auch. Sie haben das Angebot vorsätzlich verknappt mit Hilfe der Medien, den Berlinern erklärt, mehr Angebot würde nicht helfen. Und es gab eine ausreichende Zahl an Menschen, die nicht rechnen konnten und ihnen ihre Stimme gaben. Pisa sei Dank. Die steigenden Mieten sind der Preis dafür. Bedankt euch bei denen, die euch hinters Licht geführt haben. Linke, Grüne, SPD und natürlich auch bei RBB und Tagesspiegel, liebe Bernina. Applaus Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Das ist Ihr Hass auf persönliches Eigentum, welches Sie mit allen Mitten bekämpfen. Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Den Preis zahlt das Volk, die, die gestern auf Sie hereinfielen, die, die es heute immer noch tun und auch die, die es morgen wieder tun werden. Dafür haben Sie mit Ihrer Bildungspolitik und der Hoheit über die Kinderbetten gesorgt. Leider zahlen auch die, die rechnen können und den Sozialismus aus gutem Grund ablehnen, den Preis dafür. Sozialismus macht erst alle gleich und dann alle gleich arm. Ich sage Ihnen, was Wohnraum schafft und damit die Mieten reguliert. Mehr bauen und Remigration illegaler Einwanderer, die ihre Pässe ins Meer versenken, weil sie ihre Vergangenheit auslöschen müssen. Sie schaffen die Ursachen und machen andere für die Symptome verantwortlich. Ihren Antrag werden wir selbstverständlich ablehnen, denn er ist nichts als eine Nebelkerze und wird dafür sorgen, dass noch weniger Wohnungen in Berlin gebaut werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Latsch, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass in diesem Parlament keine Abgeordneten einer sozialistischen Einheitspartei gesessen und auch gesessen haben. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ich rufe Sie für das Auslachen des Stuhls ein zweites Mal zur Ordnung. Ich weise darauf hin, dass der dritte Ordnungsruf den Ausschuss von der Sitzung zur Folge hätte. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19-664 empfiehlt der Fachausschuss gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-1301 mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90 die Grünen und die Fraktion Die Linke die Ablehnung. Wer den Antrag dennoch annehmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von Bündnis 90 Grüner und die Linksfraktion und der fraktionslose Abgeordnete King. Gegenstimmen? Gegenstimmen bei der CDU-Fraktion, bei der SPD-Fraktion, bei der AfD-Fraktion und beim fraktionslosen Abgeordneten Brusek. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe dann auf die laufende Nummer 3.4. Das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 52a. Dringlicher Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19-1397. Berlin braucht eine professionelle Regierung Compliance-Regeln für den Berliner Senat einführen. Der Dringlichkeit haben Sie bereits eingangs zugestimmt. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier die Abgeordnete Frau Dr. Brinker. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 40 Milliarden Euro wird die Berliner Regierung in diesem Jahr ausgeben. Es gibt nur ein einziges Unternehmen in Berlin, das ähnliche Summen bewegt, die Deutsche Bahn. Zum Vergleich, Zalando hat 10 Milliarden Umsatz, Axel Springer knapp 4 Milliarden, Vivantes 1,5 Milliarden Euro. Manager, die so hohe Summen verwalten, haben eine sehr hohe Verantwortung. Das gilt auch für Politiker. Im Gegensatz zu Unternehmen berühren politische Entscheidungen das Leben von 3,8 Millionen Berlinern. Das ist eine Verantwortung, die weit über den Verantwortungsbereich von Managern hinausgeht. Die Berliner erwarten, dass die Mitglieder der Berliner Regierung dieser Verantwortung auch gerecht werden. Sie erwarten, dass Bürgermeister und Senatoren professionell handeln. Diese geforderte Professionalität lässt der Regierende Bürgermeister vermissen. Kurz vor Silvester hat der Regierende die Trennung von der Mutter seiner beiden kleinen Kinder bekanntgegeben. Im neuen Jahr haben wir dann erfahren, dass Herr Wegner mit Bildungssenatorin Günther Wünsch liiert ist. Persönlich wünsche ich Ihnen beiden alles Gute. Politisch halte ich diese Liaison allerdings für nicht tragbar. Jedes größere Unternehmen verfügt über klare Verhaltensregeln für Führungskräfte, Neudeutsch-Compliance. Zu den Compliance-Regeln gehören auch klare Richtlinien, die potenzielle Interessenkonflikte durch Liebesbeziehungen verhindern sollen. Insbesondere innerhalb von Führungsgremien bei der Deutschen Bahn etwa müssen alle Mitarbeiter, ich zitiere, mögliche beziehungsweise bestehende Interessenkonflikte unverzüglich ihrer Führungskraft anzeigen. In allen großen Wirtschaftsunternehmen gibt es ethische Grundsätze, wie sich Führungskräfte zu verhalten haben. Und wer gegen die ethischen Grundsätze verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. Ich erinnere an die Entlassung des Chefredakteurs von Bild vor zwei Jahren. Reichelt musste gehen, weil er eine Liebesbeziehung mit einer untergebenen Mitarbeiterin hatte. Er hatte damit gegen die Compliance-Regeln von Axel Springer verstoßen. Um dem Verdacht von Interessenkonflikten zu entgehen, hat der Senat jetzt seine Geschäftsordnung offenbar geändert. Wenn es innerhalb des Senats zu Konflikten kommt mit der vom Bürgermeister geliebten Bildungssenatoren, soll in Zukunft nicht mehr Herr Wegener vermitteln, sondern sein Stellvertreter wegen der Befangenheit. Sollte es dann aber zu einem Konflikt zwischen dem Stellvertreter und der Bildungssenatoren kommen, soll ein anderer Stellvertreter vermitteln. Auf diese Weise will der Bürgermeister eine professionelle Arbeit des Senats garantieren. Das reicht aber nicht. Denn was wollen wir machen, wenn sich noch weitere Senatsmitglieder ineinander verlieben, wenn sich der Bürgermeister und eine andere Senatorin verliebt? Das zeigt doch die Absurdität dieser Regel. Aus gutem Grund gibt es ja in jedem Unternehmen Compliance-Regeln, die genau sowas in Führungsgremien untersagen. Und so müssen wir das auch handhaben, weil Berlin eine professionelle Regierung dringend braucht. Und bei all dem bleibt eine wichtige Frage offen. Stimmt es, dass die Beziehung schon im Herbst 22 begann? Wenn das der Fall sein sollte, dann müssen wir nämlich über Konsequenzen sprechen. Dann hat der Bürgermeister nach seiner Wahl seine Geliebte zur Senatorin gemacht. Und das kann nicht sein und das darf nicht sein. Und da müssen wir auch über Rücktritt sprechen. Die Frage ist nur, Rücktritt von wem? Besonders ärgerlich ist nämlich diese Affäre für die Schüler und Lehrer der Berliner Schulen. In 30 Jahren Regierungsbeteiligung haben die Sozialdemokraten das Berliner Bildungssystem ruiniert. Berliner Schüler landen in bundesweiten Vergleichen regelmäßig auf dem letzten Platz. Ein Drittel der Viertklässler kann ich richtig lesen und schreiben. Mit Frau Günther Wünsch hat Berlin endlich eine Bildungssenatorin, die tatsächlich etwas von Bildung versteht. Frau Günther Wünsch hat lange als Schulleiterin gearbeitet und gilt als Fachfrau. Sie soll sich beweisen. Denn wir sind uns alle einig, Berlin braucht eine bessere Bildungspolitik. Und deswegen braucht Berlin auch eine Bildungssenatorin wie Frau Katharina Günther Wünsch. Was wir aber nicht brauchen, ist ein Bürgermeister, der Privates von Beruflichem nicht trennen kann. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion hat nun der Kollege Herrmann das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer vor Ort und daheim an den Empfangsgeräten. Berlin hat eine professionelle Regierung. Und das Thema fehlende Compliance hatten wir ja vorhin schon bei der AfD. Compliancefehler beim Thema Verfassungsfeinde, beim Thema Rechtsextremismus. Deswegen ist es schon sehr scheinheilig, jetzt diese Debatte hier anzustimmen und mit dem vorliegenden Antrag am Ende nicht weniger als die Liebe im Senat verbieten zu wollen. Das wird mit uns nicht zu machen sein. Und wenn ich an Liebe denke, kommt mir die Textzeile einer bekannten Berliner Band in den Sinn. Nein, nicht die Ärzte aus Berlin, sondern Rosenstolz. Liebe ist alles. Zu Recht hat daher nach der Walmart-Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf die ständige Rechtsprechung der Arbeitsgerichte gesagt, Liebe am Arbeitsplatz lässt sich nicht verbieten. Die Anknüpfung und Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen auch am Arbeitsplatz bleibt vielmehr grundsätzlich Privatsache der Beteiligten. Das ist von Ihnen gefordert ein pauschalem Liebesverbot im Senat ist gemessen an dieser Rechtsprechung unzulässig und daher bereits aus diesen rechtlichen Gründen klar abzulehnen. Ihr Antrag ist aber auch inhaltlich unnötig und auch aus diesem Grunde abzulehnen. Berlin hat, wie eben schon gesagt, eine professionelle Regierung, die längst schon gehandelt hat. Zwei Tage, zwei Tage bevor Sie Ihren Antrag zur Einführung von Compliance-Regeln auf den Weg gebracht haben, hat der regierende Bürgermeister dem Senat bereits einen Vorschlag unterbreitet. Einen Vorschlag, um mit dieser ja besonderen Situation professionell umzugehen. Auch das gehört zu einer professionellen Regierung und zu einem professionellen Umgang. Selbst Vorschläge unterbreiten, um etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden. Dieser Vorschlag wurde, auch das noch, bevor Sie überhaupt Ihren Antrag hier eingebracht haben, im Senat zustimmend zur Kenntnis genommen. Und diese Woche hat der Senat, hat diese professionelle Regierung, es ist ja nicht nur der Regierende, es ist der Senat, mit einem konkreten Senatsbeschluss nachgelegt und die Anwendung der Geschäftsordnung konkretisiert. Das heißt, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, Sie haben es ja kurz ausgeführt, zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Verwaltung führt nicht der regierende Bürgermeister die Gespräche zur Einigung, sondern Bürgermeister Evers. Und bei Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung kann ja passieren, führt der Bürgermeisterin Giffey genau diese Einigungsgespräche. Und damit ist Ihr Antrag, liebe AfD, letztlich wohl doch nur ein stummer Schrei nach Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Mirzaid das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der Demokratischen Partei, es ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, dass gerade die AfD sich hier und heute anmaßt, über Vertrauen und Integrität in der Politik zu sprechen. Eine Partei, die systematisch daran arbeitet, das Vertrauen in unsere Demokratie zu zerstören. Eine Partei, die die Integrität unseres Grundgesetzes und die Menschenwürde mit Füßen tritt. Ich denke, ich spreche hier für alle Demokratinnen im Haus, wenn ich sage, in Fragen des demokratischen Miteinanders brauchen wir keine Nachhilfe von Rechtsextremisten. Und man muss es so deutlich sagen, der Antrag der AfD hat die inhaltliche Tiefe einer Klatsch- und Tratschpostille. Arbeiten Sie am rechten Rand mal lieber Ihre eigenen Beziehungen auf. Ihre Beziehungen zu Neonazis, Rechtsterroristen und Reichsbürgern, das sind die problematischen Beziehungen. Ich danke an dieser Stelle allen Journalistinnen, die unter hohem persönlichen Risiko die rechten Machenschaften der AfD aufdecken. Freie Medien sind ein hohes Gut. Es wundert mich nicht, dass die AfD und andere Rechtsextreme ein Problem mit freien Medien haben. Sie hetzen gegen die Presse und den öffentlichen Rundfunk. Warum? Sie fürchten sich vor dem Licht der Öffentlichkeit. Sie wollen im Geheimen Pläne schmieden und weiteren Hass sehen. Für alle Demokratinnen muss klar sein, jeder Angriff auf kritische Journalistinnen ist ein Angriff auf uns, den wir nicht zulassen dürfen. Immer wieder lese ich in diesem Zusammenhang, wehret den Anfängen. Aber seien wir doch ehrlich, wehret den Anfängen war gestern. Ich kann mich noch vage erinnern, was diese Anfänge gewesen wären. Wehret den Anfängen wäre gewesen, als der ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin durch die Talkshows tingelte und Rassismus mit seinem Pamphlet salonfähig gemacht hat. Wehret den Anfängen war, als Bernd Lucke und seine Kumpanen von Medien und Öffentlichkeit als harmlose Professorinnenpartei dargestellt wurden. Wehret den Anfängen war, als die Pogrome der 90er Jahre uns schmerzlich vor Augen geführt haben, dass sich rechtsextreme Gewalt nach 1990 nicht einfach in aufgelöst hat. Aber ich bin nicht hier, um Resignation zu verbreiten. Für wehret den Anfängen mag es zu spät sein, aber nie wieder. Das ist jetzt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Spätestens ab jetzt muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen bedeuten, die Sorgen derer endlich ernst zu nehmen, die von der AfD und ihrem Neonazinetzwerk bedroht werden. Wenn Rechtsextreme in Berliner Hinterzimmern Umsturzpläne schmieden, dann muss das Konsequenzen haben. Sicherheitsbehörden sind gut beraten, genau hinzuschauen bei diesem und weiteren Netzwerktreffen in der Wohnung des früheren CDU-Senators Peter Kurt. Aber wissen Sie was, Frau Brinker? Es wundert mich gar nicht, in welchen Runden Sie anzutreffen sind. Erst im März letzten Jahres haben Sie als AfD-Chefin eine Potsdamer Erklärung unterzeichnet. Gemeinsam mit Herrn Höcke posieren Sie auf Fotos und fordern Remigrationsbeauftragte. Zwischen Sie und Herrn Höcke passt kein Blatt. Sie verdanken dem völkischen Flügel von Herrn Höcke Ihren Aufstieg in der Partei und in Ihrem Wahlprogramm ist Remigration ein Standardbegriff. Das ist Nazisprech, der in der Politik nichts zu suchen hat. In Bezug auf Sie und Ihre Partei muss jetzt Schluss sein mit Wegschauen und Verharmlosen. Es gibt keine gemäßigte AfD. Die AfD ist eine faschistische Partei. Sie propagieren eine völkische Blut- und Bodenideologie. Sie wollen Demokratie und Menschenrechte abschaffen. Wir müssen sie gemeinsam stoppen. Liebe Kolleginnen der demokratischen Parteien, ja, es braucht eine politische Auseinandersetzung mit dem Erstarken des Rechtsextremismus, auch hier im Parlament. Wir müssen über sozialen Zusammenhalt, soziale gerechte Politik für alle sprechen, über eine positive Vision für unsere Gesellschaft. Wir müssen der Gegenentwurf sein zu Hass und Hetze. Wenn AfD und Co. Massendeportationen fordern, müssen wir umso lauter einstehen für Einwanderung, Menschenrechte und eine postmigrantische Gesellschaft. Denn die beste Prävention gegen Rechts, das ist diese gute Politik. Herr Kollege, sprechen Sie bitte zum Antrag. Wenn man so will, müssen wir ein AfD-Verbot jetzt dringend prüfen. Denn das sind die Compliance-Regeln unserer Verfassung, die uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes mitgegeben haben. Diese Verantwortung dürfen wir nicht leichtfertig zurückweisen. Und natürlich braucht es auch Compliance-Regeln für diesen Senat. Wir erwarten jetzt, wie vom Regierenden versprochen, die verschriftlichten Senatsbeschlüsse. Das ist die Grundlage weiterer Debatten, nicht dieser Nonsens-Antrag der AfD. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun erhält der Abgeordnete Gläser die Gelegenheit für eine Zwischenbemerkung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe gut gelaunte Abgeordnetenkollegen. Was waren das jetzt schon wieder für Verbalentgleisungen, faschistische Partei und Nazi-Spreche und was wir uns hier alles anhören mussten. Es tut mir leid, Sie reden, Herr Kollege, Sie reden die ganze Zeit an der Sache vorbei. Und alles, was Ihnen einfällt, sind solche unsachlichen Vorwürfe, mit denen Sie hier kommen, die jegliche Grundlage entbehren. Heute vor 120 Jahren, das sage ich zu Ihnen allen hier auf der linken Seite, ist Rosa Luxemburg verurteilt worden wegen Majestätsbeleidigung, weil sie im Wahlkampf im Jahr davor dem Monarchen vorgeworfen hat, der sei inkompetent, weil er die Bedürfnisse der deutschen Arbeiter nicht richtig versteht. Und das war nach damaligem Gesetz Majestätsbeleidigung. Und sie ist später wieder verurteilt worden. Und am Ende schwamm sie im Landwehrkanal und dann wollte es keiner gewesen sein. Und Sie machen daraus eine Riesengeschichte. Und zu Recht beklagen Sie das, was Rosa Luxemburg am Ende geschehen ist. Aber Sie ziehen überhaupt keine Konsequenzen draus, wenn hier Sie selber sich immer als die Demokraten darstellen und andere verbrämmt werden. Das sind keine Demokraten. Sie müssen doch selber merken, wie unaufrichtig das ist, wenn Sie das System von Regierung und Opposition außer Kraft setzen und diejenigen, die gegen die Regierung sind, dafür nicht komplett ausgrenzen und Ihnen jegliche Rechte absprechen wollen. Hier Ihre Meinung... Also, lassen Sie mich kurz noch mal sagen, es ist einfach skandalös, wenn private Stasi-Unternehmen wie Korrektiv private Treffen aushorchen und ausforschen. Es ist skandalös, wenn die berechtigte Vorderung nach der Abschiebung von... Ich lese auch Sie, möchte ich darum bitten, zur Sache und zu dem vorherigen Redner zu sprechen. Sie dürfen fortfahren. Ach, Frau Schubert. Das war unparlamentarisch, Frau Schubert, das wissen Sie auch. Also, all die ganzen Vorwürfe, Sie haben doch heute gemerkt, Sie können uns damit nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil. Sie sind es, die versuchen uns zu provozieren den ganzen Tag und es gelingt Ihnen nicht. Und dann machen Sie Mimimi und gehen einfach raus. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr, dass Sie die Demokratie retten. Wir sind die einzige demokratische Opposition hier im Haus. Nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Und ich frage den Abgeordneten Misaí, ob er wünscht, darauf zu antworten. Das ist nicht der Fall. Damit spricht nun für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Schneider. Bitteschön, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Gläser, manchmal erzeugen auch parlamentarische Geschäftsführer eine komische Komponente und das, was Sie gerade hier von sich geben, gehört sicherlich zur Spitzenrunde dazu. In der Sache, wer, das wollte ich eigentlich gar nicht anmerken, sagen, wie Sie, Sprache benutzt, um zur Verrohung des politischen Diskurses bis zur jeweiligen Zulässigkeitsgrenze durchzuprobieren. Der muss sich doch nicht wundern, wenn er in gleicher Weise mit diesem Instrument von der demokratischen Mitte der Gesellschaft Antwort erfährt. Zumal ich der Analyse des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der öffentlich erklärt hat, die AfD sei eine gefährliche Nazi-Partei, zuspreche, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Woldeit, Herr Kollege? Frau Präsidentin, mit Verlaub, ich gestatte nie Zwischenfragen. Jetzt zur Sache selbst. Jetzt zur Sache selbst. Der Antrag, der hier zugrunde liegt, und dazu ist das entsprechende ja mit großer Breite formuliert, der unterstellt als Prämisse, dass es Regelungen gibt in Unternehmen, auch in Landesbeteiligungen, und dass das sozusagen der übliche Usus sei, Liebesbeziehungen zu untersagen. Unsere Befundung ist eine andere, und wir waren auch noch so offen und fair, das im Ältestenrat schon und auch in der Geschäftsführung schon mitzuteilen. Alles ist gesprochen, was zu dieser Frage zu sprechen war und auch geschrieben. Ich will deshalb damit sozusagen enden, den Senat zu ermuntern, da mal hinzusehen. Denn das Störgefühl, dass es irgendwo so und woanders so geregelt sei, das darf natürlich nicht existieren. Die Tendenzen in der Rechtsprechung, die sind aber eindeutig. Und da gab es ja zwei bemerkenswerte Beiträge. Man kann Liebe nicht verbieten, weiß ich nicht, ob das im Tenor das Urteil dazu steht. Aber das ist im Prinzip die freie Übersetzung. Also wenn wir solche Regeln noch haben sollten, auch unsere Recherche sind die nicht mal mit Betriebsvereinbarungen, mit Betriebsräten gerichtsfest zu vereinbaren. Dann muss man darauf reagieren. Das bedeutet nicht, dass man alles jetzt gut oder schön findet. Aber diese moralische Kategorie ist für uns ausdiskutiert. Wir haben keine Anhaltspunkte, dass die Regierung alleine durch diesen öffentlich transparenten Fakt jetzt unprofessionell arbeitet. Und damit ist das erforderlich gesagt. Ich fand übrigens den Beitrag, den Liedbeitrag interessant. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Sie den Refrain noch zu Ende führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun der Kollege Schlüsselburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt kaum etwas Intimeres als die romantische Liebe zwischen zwei oder auch mehr Menschen. Und entsprechend sollte dies auch nicht Gegenstand öffentlicher Debatten sein. Und das gilt auch für PolitikerInnen unabhängig von Ämtern und Mandaten, meine Damen und Herren. Leider sieht die Realität oft anders aus. Es herrscht eine teilweise schon widerliche Lust daran, das Intimste von Menschen zum Gegenstand unappetitlichster Debatten zu machen. Und manche Zeitungen in diesem Land haben das ja praktisch zur Grundlage ihres Geschäfts gemacht. Insofern bedauere ich, dass die persönliche Beziehung von Frau Günther Wünsch mit Herrn Wegner in dieser Form hier und heute sogar Anlass parlamentarischer Debatten ist. Andererseits verstehe ich natürlich, wenn die besonders herausgehobenen Funktionen, die Frau Günther Wünsch und insbesondere Herr Wegner haben und die sich daraus ergebenden Abhängigkeits- und Unterstellungsverhältnisse zumindest Fragen nach potenziellen Interessenkonflikten aufwerfen. Insofern ist es zu begrüßen, und das tun wir auch, dass der Senat jetzt Regelungen gefunden hat, die vermeiden sollen, dass auch nur der Anschein aufkommt, dass Private und das beruflich-politische Würden miteinander vermengt. Dies gilt umso mehr, als das Platzen des schwarz-roten Haushaltes nach weniger als einem Monat zu absehbar harten Verteilungskämpfen und Zielkonflikten zwischen den Senatsverwaltungen führen wird. Dies ist dann auch die Bewährungsprobe für diese Regelungen im Senat, die sie sich gegeben haben, und da werden wir als demokratische Opposition natürlich genau hinsehen, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Regierender Bürgermeister, einen Umstand, eine Zuständigkeit können Sie allerdings auf der Ebene der Geschäftsordnung des Senats nicht regeln. Nach Artikel 58 Absatz 2 und Absatz 3 bestimmen nur Sie allein die Richtlinien der Regierungsbewegung, und überwachen nur Sie allein deren Einhaltung. Ich hoffe, dass Sie, anders als Bundeskanzler Scholz, niemals zu diesem Instrument werden greifen müssen, sondern dass das Kollegialitäts- und Ressortprinzip im Vordergrund stehen wird. Und ich hoffe, dass diese Kompetenz niemals für den Geschäftsbereich der Bildungsverwaltung nötig sein wird. Denn die könnten Sie verfassungsrechtlich nicht an Bürgermeister Evers oder Bürgermeisterin Giffey delegieren. Vielleicht ist das auch ein praktisches Beispiel dafür, warum für die alte verfassungsrechtliche Stellung des Regierenden als primus inter pares der übrigen Senatsmitglieder praxisnäher und zeitgemäßer war als die jetzige Regelung. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz sicher ist, dass der Antrag der Faschisten nicht geeignet ist, das Problem zu bearbeiten. Liebe lässt sich nicht verbieten, auch nicht am Arbeitsplatz. Es kommt darauf an, transparent und seriös damit umzugehen. Dies gilt im Senat, genauso wie zum Beispiel auf einem Betriebshof der BVG. Rechter Puritanismus, der sich ja oft auch genug, oft genug als nur vorgeschoben erwiesen hat, hilft da keinem weiter. Darum werden wir den Antrag der Faschisten selbstverständlich ablehnen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die AfD-Fraktion hat eine sofortige Abstimmung über ihren Antrag beantragt. Wer also den Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19-1397 annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind alle weiteren Fraktionen, sowie der fraktionslose Abgeordnete King. Wer enthält sich? Das ist der Abgeordnete Prussek. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.5. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 43. Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 19-1368, Versorgungs- und Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 zu gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Krankenkassen machen. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege Zander, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Viele Krankenkassen, auch die Mitgliederstarken, übernehmen die Kosten für die Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 auf freiwilliger Basis, aber leider nicht alle und teilweise auch nur unter dem Konstrukt der Selektivverträge. Das heißt, man muss schon bei einer entsprechenden Kinderarztpraxis Patientin, Patient sein, die einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben, um diese Leistung übernommen zu bekommen. Deshalb ist Ziel unseres Antrags, dass es künftig nicht mehr davon abhängen soll, in welcher Krankenkasse man Mitglied ist und auch bei welchem Kinderarzt, bei welcher Kinderärztin man behandelt wird, sondern dass es für alle eine Pflichtleistung ist. Seit Anfang der 70er Jahre gibt es diese Vorsorgeuntersuchung für die Kinder. Sie sind seit 1971 Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Das Spektrum wurde nach und nach erweitert. Zwischen der U9, der letzten im Alter von fünf Jahren regelfinanzierten Untersuchung bis zur J1, die im Alter von zwölf Jahren stattfindet, etwa besteht eine große Lücke, in der das Kind aber eine enorme körperliche und geistliche Entwicklung vollzieht. Aus diesem Grunde wurden später die U10 und die U11 entwickelt, um gerade diese große Lücke zu schließen und mögliche Fehlentwicklungen oder Verzögerungen zu entdecken und diesen auch zu begegnen. Ebenso zielt die J2 für die Zeit am Ende der Pubertät darauf ab. Diese in Anführungszeichen neuen Vorsorgeuntersuchungen gibt es seit 2006. Sie wurden aber anders als die U7a im Jahre 2008 vom Gemeinsamen Bundesausschuss nicht in den Katalog der Pflichtleistungen aufgenommen. Aber es sind ja nicht nur die Kinder- und Jugendmediziner, die die Durchführung dieser Vorsorgeuntersuchung empfehlen, sondern auch die freiwillige Übernahme der Kosten durch die oben erwähnten zahlreichen Krankenkassen zeigt ja auch, dass es eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Untersuchungen darstellt. Denn sonst würden ja Krankenkassen, die ja an allen Ecken und Enden sparen wollen, nicht freiwillig solche Ausgaben tätigen. Derzeit findet eine Auswertung der Daten zu den Pflichtuntersuchungen statt und außerdem eine Prüfung, ob eine zulässige U im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren eingeführt wird. Das hat auch die Patientenvertretung des Gemeinsamen Bundesausschusses so angeregt. Noch einmal plastischer dargestellt, die vom Pflichtkatalog abgedeckte Lebensphase oder die nicht abgedeckte Lebensphase umfasst, die gesamte Berliner Grundschulzeit. Und so stehen bei diesen Untersuchungen naturgemäß auch gerade die für die schulische Entwicklung wesentlichen Faktoren im Fokus. Es gibt Untersuchungen zur Leserechtschreibschwäche, zur ADHS, aber auch zu Motorikstörungen, zum kritischen Medienkonsum, zum Impfstatus und das emotionale und soziale Umfeld. Und auch Haltungsschäden. Auch Haltungsschäden werden begutachtet, wenn man in der U-Bahn sitzt und sieht, wie man diesen 90-Grad-Winkel hat, um mit dem Kopf auf sein Smartphone zu schauen. Wer kann sich vorstellen, dass Haltungsschäden doch ein ernstes Thema sind, nicht nur wie man am Schreibtisch sitzt. Aus diesem Grund wollen wir mit diesem Beschluss das Entscheidergremium des Gemeinsamen Bundesausschusses darin bestärken, bei der aktuell laufenden Prüfung die Aufnahme der drei Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 in den Pflichtkatalog aufzunehmen, damit eine gute gesundheitspräventive Versorgung für alle Versicherten angeboten wird. Denn eine gute Prävention verhindert spätere Erkrankungen und Behandlungen, steigert somit die Lebensqualität und entlastet zugleich das Gesundheitssystem sowohl von den Kapazitäten her als auch bei den Kosten. Aber nur auf die Kosten zu schielen wäre ja zu kurz. Und die Aufnahme als Pflichtleistung bedeutet nicht nur eine finanzielle Entlastung. Es soll ungefähr so 50 Euro kosten, wenn man das Ganze selbst bezahlt. So ein Ziel ist damit auch, dass das systematische verbindliche Einladungswesen noch verbessert werden kann, ausgedehnt werden kann, erfolgen kann, damit die Familien erstens flächendeckend davon Kenntnis erhalten, dass es dieses wichtige Angebot gibt und dass wir eine möglichst hohe Teilnahmequote erzielen. Bei den ersten Untersuchungen bis zur U9 gibt es im Schnitt eine bundesweite Teilnahmequote von ungefähr knapp 90 Prozent. Und die Quote bei der J1, die dann kommt, sechs Jahre später, von nur noch knapp 50 Prozent, zeigt auch hier eine negative Wirkung dieser großen zeitlichen Lücke, weil einfach so viele Jahre dann vergangen sind, dass man dann nicht mehr an dieser Untersuchung teilnimmt. Ich würde mich daher freuen, wenn wir fraktionsübergreifend diesen Beschluss zur Verbesserung der Vorsorge und Prävention für junge Menschen im Gesundheitssystem treffen könnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht nun die Kollegin Pierrot. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass Vorsorge und Prävention insbesondere im Kinder- und Jugendlichenalter von besonderer Bedeutung sind, darin können wir uns ja hier alle nur einig sein. Die Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2 werden von Kinder- und Jugendärztinnen als Zusatzleistungen zu den Früherkennungsuntersuchungen empfohlen, vor allem um Abstände zwischen diesen zu verkürzen. Herr Zander hat es gesagt. Dass sie leider noch nicht von allen Krankenkassen im Bundesgebiet übernommen werden, trifft zwar zu, auch wenn dies in Berlin, anders als ihr Antrag suggeriert, mehrheitlich nicht der Fall ist. Unabhängig davon, wie oft Vorsorgetermine bei Ärztinnen stattfinden, müssen Gesundheitsförderung und Präventionsmaßnahmen auch bei den Menschen ankommen. Dafür ist vor allem wichtig, Prävention muss in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ansetzen, zum Beispiel in Kitas und Schulen. Dabei ist die gute Nachricht, es gibt bereits ein Berliner Landesprogramm integrierte Versorgung. Hier geht es genau darum, verschiedene Ebenen zusammenzubringen, niedrigschwellig, bedarfsorientiert und wohnortnah, um in den verschiedenen Settings anzusetzen. Beratungsbedarfe wie zum Beispiel zu den Themen Ernährung, psychische Gesundheit und gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen werden hier über verschiedene Berufsgruppen und Sozialgesetzbücher hinweg miteinander verzahnt. Damit die Kinderärztin bei Anhaltspunkten für familiäre Probleme direkt an die Familienberatung nebenan überweisen kann, und zwar bevor mögliche Konflikte Jugendliche krank machen. Zudem werden bei integrierten Angeboten auch Kinder- und Jugendärztinnen entlastet. Das ist bitter nötig, denn wir wissen um die Versorgungslage in Berlin. Die Gesundheitsverwaltung muss also das Programm, statt es vielleicht in Zukunft zu kürzen, weiter umsetzen. Nehmen Sie das Heft doch bitte in die Hand, Frau Tschiborra, und machen Sie sich für soziale Gesundheitsversorgung beim Finanzsenator weiterhin stark. Leider nicht da. Und ja, Jugendliche sind nicht gut durch die Pandemie gekommen, aber immer nur mit den Fingern auf andere zu zeigen, auf den Bund, auf den GBA, Herr Zander, und auf Herrn Lauterbach und sagen, mach mal so, liebe CDU, bewegt sich leider gar nichts. Hier in Berlin sollten wir daher zum Beispiel ein ÖGD-Programm mit den Kammern und den OSZs für die Oberstufen und Auszubildenden stricken. Das wäre zum Beispiel mal innovativ. Mein Kollege Luis Krüger veranstaltet in Kürze einen Fachtag zum Thema mentale Gesundheit an Berliner Schulen. Die daraus folgenden Erkenntnisse sollten wir dringend mit einbeziehen. In jedem Fall wird der öffentliche Gesundheitsdienst eine wichtige Brückenrolle spielen. Dafür braucht es aber auch die notwendigen Ressourcen, die er zurzeit nicht hat. Auch hier gilt, Sie haben dies als Koalition nicht nur heute zur Priorität erklärt, jetzt heißt es realisieren. Wir wissen, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Herrn Christian Drosten, man erntet keinen Ruhm für Prävention. Insofern danke ich der Koalition für einen geplanten Vorstoß auf Bundesebene. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn nun auch tatsächlich umsetzbare Maßnahmen vor der eigenen Haustür unterstützt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat die Kollegin König das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Pirot, das waren jetzt viele interessante Ideen. Schade, dass die grüne Gesundheitssenatorin zu ihrer Zeit nichts dergleichen auf den Weg gebracht hat. Das wäre ja wirklich eine Möglichkeit gewesen, hier Kindergesundheit voranzubringen. Schade. Aber zum Thema. Regelmäßige Vorsorge spielt für eine langfristig gute Gesundheit eine große Rolle. Sie führt dazu, dass gesundheitliche Probleme, Vorbauten von körperlichen oder seelischen Erkrankungen im Idealfall sehr früh erkannt werden. Das kann schnell gehandelt werden und dann sind die Chancen auf Heilung auch besser. Kurz ärztliche Vorsorgeuntersuchungen sind generell ein wichtiges Instrument, um gesundheitliche Probleme zu erkennen und bei Kindern eben auch, um Förderbedarf zu identifizieren und um rechtzeitig einzugreifen. Bei Kindern geht es bei Vorsorgeuntersuchungen immer auch darum, im Blick zu behalten, ob das Kind gesund aufwächst, ob die Lebensumstände zu Hause stimmen, ob es sich gesund und altersgemäß entwickelt. Und dem wird, zumindest bis zum Alter von fünf Jahren, ein hoher Stellenwert eingeräumt. Bis ein Kind fünf ist, durchläuft es von der Geburt an neun verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen, haben wir jetzt hier schon gehört, die von allen Krankenkassen gleichermaßen und unbürokratisch finanziert werden. Danach sieht es dann aber leider etwas dünn aus. Und das, obwohl das Kind auch im Alter von fünf Jahren plus natürlich viele wichtige Entwicklungen durchläuft. Die U9 im Alter von fünf ist für einige Jahre die letzte von allen Kassen finanzierte Vorsorge. Finanziert von allen Kassen wird danach erst die J1 im Alter von 13. Es geht uns also um das Schließen der Vorsorgelücke, das hat Herr Zander schon gesagt. Das sind nämlich acht wichtige Jahre des Heranwachsens, in denen sich ein Kind zum Teenager entwickelt und in denen es sowohl körperlich großen Entwicklungen gegenübersteht, als auch seelisch vielen Herausforderungen begegnen kann. Wir halten es für wichtig, dass auch in diesen wichtigen Jahren die Routine der bekannten U's weitergeführt und vor allem durch alle Kassen gleichermaßen finanziert wird. Der vertraute Kinderarzt. Der vertraute Kinderarzt soll die Entwicklung des Kindes standardisiert weiter begleiten. Wichtig ist das übrigens auch für das Thema Impfen. Es gibt Impfungen wie zum Beispiel Tetanus, die muss im Kindesalter aufgefrischt werden. Und es gibt Impfungen wie die HPV-Impfungen, die sind noch nicht bekannt genug und für die ist der richtige Zeitpunkt sehr entscheidend. Und ohne Vorsorgeuntersuchung besteht die Gefahr, dass diese Impfungen auf der Strecke bleiben. Neben der Regelfinanzierung der U10 im Alter von sieben bis acht und der U11 im Alter von neun bis zehn, wollen wir zudem, dass dann nach der wieder von allen Kassen übernommenen J1 auch die J2, das wäre dann im Alter von circa 16 Jahren, eine Regelleistung wird. 16 Jahre, das ist ein Alter, in dem sich Jugendliche vielen Themen gegenübersehen. Erste Alkohol- und Drogenerfahrung, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Über- oder Untergewicht, Verhaltenssüchte, Mobbingerfahrung, dies können alles Themen sein, denen sich Jugendliche dann gegenübersehen. Und nicht alle davon sind zwingend den Eltern bekannt. Durch eine weite Vorsorgeuntersuchung in dieser Zeit könnten gesundheitliche Probleme in Seele und Körper besser erkannt werden. Es gibt bereits Kassen, da haben Sie natürlich recht, Frau Pirat, die die genannten Vorsorgen finanzieren, aber es sind bei weitem nicht alle und es gibt zudem sehr unterschiedliche Vorgaben für die Inanspruchnahme dieser bisher freiwillig finanzierten Us. Einige Kassen erstatten die Kosten nur bei einigen wenigen Vertragsärzten und eben nicht zwingend beim heimischen Kinderarzt. Einen Termin bei einem fremden Kinderarzt zu bekommen, ist aber aufgrund des allers bekannten Arztmangels quasi unmöglich. Das brauche ich Ihnen, glaube ich, hier nicht weiter erläutern. Bei einigen anderen Kassen müssen die Eltern in finanzielle Vorleistung gehen. Das ist auch nicht für jeden so einfach machbar. Und andere Kassen finanzieren die Vorsorge überhaupt nicht. Das ist alles nicht ideal. Wir müssen unseren Kindern ein gesundes Aufwachsen ermöglichen, damit der Grundstein dafür gelegt ist, dass sie ihr Leben lang so gesund wie möglich bleiben. Und wir wollen, dass dies für alle Kinder gilt, unabhängig von der Kasse. Und gerade für die jetzige junge Generation ist das besonders wichtig. Durch die Pandemie haben die Kinder und Jugendlichen einiges mitgemacht. Die Gesellschaft hat ihnen viel abverlangt. Die Pandemie blieb für viele junge Menschen nicht ohne Freude. Seit ihr gibt es zum Beispiel mehr diagnostizierte Depressionen, mehr diagnostizierte Essstörungen, mehr diagnostizierte Adipositas-Fälle. Hier muss also auch entsprechend gehandelt werden. Dieses mehr an notwendiger Versorgung muss erfasst und durch ein mehr an Behandlung auch aufgefangen werden. Dafür sind die Vorsorgeuntersuchungen ein wichtiger Baustein. Durch die zusätzlichen Vorsorgemöglichkeiten kann es gelingen, gesundheitliche Entwicklungsprobleme früh zu erkennen und Fördermöglichkeiten zu identifizieren, Probleme vorzubeugen und Gesundheitskompetenz von jungen Menschen und ihren Eltern zu stärken, um so eine Grundlage für lebenslange Gesundheit zu bilden. Und diese Chance sollten wir auch ermöglichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun der Abgeordnete Schulze. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns alle weitgehend einig, glaube ich, in diesem Saal zu dem Antrag. Denn in der Abfolge zu den regelmäßigen U-Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen klafft eine Lücke. Die letzte U-Untersuchung ist die U9 mit fünf Jahren. Und danach passiert zumindest als Regelleistung der Kassen nichts bis zum Alter von zwölf Jahren. Das ist also die gesamte Grundschulzeit, es wurde schon gesagt, ohne eine regelmäßige Untersuchung. Und erst mit zwölf Jahren erfolgt dann die erste J1 als Untersuchung im Jugendalter, eine J2. Danach mit 14 oder 15 ist auch keine Regelleistung. Und eine Vorsorge, die die Gesundheitsprobleme von Kindern und Jugendlichen in Angriff nimmt, muss aber genau in diesem Alter zwischen sieben und zwölf Jahren ansetzen, weil da die meisten Entwicklungsschritte passieren. Und andere Länder in Europa sind hier längst viel weiter. Die meisten europäischen Länder haben solche Vorsorgeuntersuchungen in dem Alter als Regelleistung. Und auch in Deutschland halten alle Verbände, ob die der Kinder- und Jugendmedizin oder die der Patientenvertretung oder auch die Wissenschaft, diese Untersuchungen der U10 und der U11 und auch der J2 für absolut sinnvoll. Und nicht zuletzt geht es darum, das wurde schon gesagt, auch um den Impfstatus. Die HPV-Raten sind niedrig bei uns. Wir haben etwa die Hälfte nur der Kinder und Jugendlichen, die entsprechend im richtigen Alter geimpft werden. Und das ist eindeutig zu wenig, wenn man Gebärmutterhalskrebs bekämpfen möchte. Viele Krankenkassen haben ja interessanterweise den Sinn der Vorsorge in diesem Alter erkannt. Krankenkassen zahlen ja nur das, was ihnen wirklich als evident erscheint. Und das haben sie in diesem Fall. Und erstatten die Kosten für die U10 und die U11 und oft auch für die J2 freiwillig, wenn auch auf Umwegen. Denn sie wissen, wenn die Kassen wissen, Prävention zahlt sich an dieser Stelle aus. Und Entwicklungen wie die zu Adipositas und Übergewicht, Bewegungsmangel, Suchtverhalten oder auch überhöhten Medienkonsum, auch die Neigung zu Depressionen, die wir verstärkt feststellen nach der Pandemie oder anderen psychischen Erkrankungen, lassen sich mit diesen frühzeitigen Untersuchungen erkennen. Und es lässt sich gegensteuern. Die Nutzen von solchen Untersuchungen zweifelt also niemand an. Aber die Gretchenfrage ist ja, warum ist es noch nicht so weit? Warum sind diese Untersuchungen nicht längst Regelleistungen der Krankenkassen? Die Antwort ist relativ eindeutig und sie beinhaltet drei Teile. Erstens, Public Health, also die öffentliche Gesundheit und insbesondere Prävention haben insgesamt immer einen schweren Stand in unserer Gesundheitspolitik. Das ist nicht gut. Zweitens, Kinder und Jugendliche werden nicht als besonders wichtige Patientengruppe angesehen. Das kann man daran erkennen, dass sie keine Priorität im stationären Bereich haben und dass sie auch keine Priorität im niedergelassenen Bereich haben. Wir müssen aber Kinder und Jugendliche stärker in den Fokus nehmen. Hier werden viele Grundlagen für die gesundheitliche Entwicklung im gesamten Lebensalter gelegt. Und drittens, unsere Krankenversicherungen haben aktuell ein Finanzierungsproblem. Und alle drei Gründe lassen sich widerlegen und die Probleme lassen sich bei entsprechendem politischen Willen lösen. Wenn es zum Beispiel um die Kosten geht, haben SPD und Grüne ja seit langem die Einführung einer Bürgerversicherung angekündigt. Jetzt sind Sie im Bund an der Regierung und ich kann Sie nur auffordern und bitten, gehen Sie das auch an. Ich weiß, dass die FDP nicht dafür ist, aber vielleicht kann man Herrn Lindner ja irgendwann mal überstimmen oder überzeugen, wie auch immer. Aber wir brauchen dringend eine besser ausgestattete, finanziell ausgestattete Gesundheitsversicherung. Schaffen Sie private Versicherungen endlich ab und lassen Sie alle in die gesetzliche Gesundheitsversicherung einzahlen. Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss hat einen Antrag auf die Aufnahme der zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen gestellt. Unser Senat in Berlin sollte diesen Antrag unterstützen, auch beim BMG. Und wir werden auch als Linke den Antrag der Koalition an dieser Stelle unterstützen. Das ist sinnvoll. Und wir hoffen, dass die Ergebnisse dann noch in dieser Legislaturperiode zu sehen sein werden. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Uwe Lode das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die sogenannten U-Untersuchungen, zählen zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen im Kindesalter. Aber beim Lesen des kurz gehaltenen Antrags kann man sich des Eindrucks leider nicht erwehren, dass die Antragsteller schon wissen, dass es sich hier um einen Schaufensterantrag handelt. Wesentliche Voraussetzungen zur Umsetzung, die vorab geklärt werden müssten, fehlen. Das beginnt mit der Zahl der aktuell in Berlin tätigen Kinderärzte, die bereits jetzt weit über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus gefordert sind. Zu dieser negativen Ausgangssituation findet sich in diesem Antrag kein Wort. Stattdessen wollen Sie diese Arztgruppe noch weiter belasten. Zur Erinnerung, bereits im Oktober 2022 wandten sich die Berliner Kinderärzte in einem offenen Brief an die damalige Gesundheitssenatorin Tenor. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Selbstverständlich ist es richtig und geboten, jede zur Verfügung stehende Möglichkeit zu nutzen, um das Wohl der Kinder zu stärken und zu schützen. Seit vielen Jahren betonen Kinderärzte deutschlandweit die Notwendigkeit, sich für die kleinen Patienten Zeit nehmen zu müssen und zu wollen. Wir als AfD-Fraktion empfehlen jedoch dringend, zunächst einmal die zwingend notwendigen Voraussetzungen zu initiieren, bevor sie zu Lasten der zu untersuchenden Kinder und auf dem Rücken der überlasteten Kinderärzte diesen noch mehr Arbeitsbelastungen zumuten. Denn bei einer U10-Untersuchung beispielsweise, die immerhin das Aufspüren von Lese-, Schreib-, Rechenschwächen, motorischen Störungen, Verhaltensstörungen, Sehtest-, Hörtest-, EKG- und vieles anderes mehr beinhaltet, gibt es bereits bei einem durchschnittlichen Gebührensatz von gerade mal 58 Euro jetzt genau zwei Möglichkeiten für die niedergelassenen Ärzte. Entweder findet eine Massenabfertigung zu Lasten des Kindeswohls statt oder das budgetierte Einkommen ist zu gering, als dass ein ausgebildeter Facharzt davon erwartungsgemäß und qualifikationsentsprechend Medizin betreiben kann. Apropos Kindeswohl. Die AfD-Fraktion hatte die Bedeutung der U-Untersuchung in einem Antrag bereits vor vier Jahren umfassend thematisiert. Das Problem ist nämlich vorrangig nicht die Untersuchung der Kinder, die gesund aufwachsen. Das Problem sind Eltern, die Mangelsverpflichtungen dieser Untersuchung grundsätzlich gar nicht wahrnehmen. Diese Kinder, diese Eltern werden wir auch zukünftig und bei vollständiger Kostenübernahme durch die Krankenkassen trotzdem nicht bei unseren Kinderärzten sehen. Diese Gruppe ist aber eine wesentliche Zielgruppe, in der die Fachärzte dann fast ausnahmslos die Kinder entdecken, die missbraucht, genital verstümmelt oder in anderer Form gesundheitliche Verletzungen oder Vernachlässigungen am eigenen Leib erleben mussten. Es ist deshalb zwingend notwendig zu wissen, welche Faktoren zu einer unterschiedlichen Entanspruchnahme von medizinischen Leistungen führen und was dagegen getan werden kann. Meine Damen und Herren, darüber wird in diesem Antrag kein Wort verloren. Auch darüber hinaus bleibt der vorliegende Antrag unkonkret. Es ist zutreffend, dass sich die Folgen der Pandemie negativ auf die Kinder- und Jugendgesundheit ausgewirkt haben. Eine Folge Ihrer Corona-Politik gegenüber den Menschen in diesem Land im Übrigen. Aber der Antrag gibt keine Antwort auf die entscheidende Frage, nämlich welche Folgen die Pandemie im Einzelnen hatte, beziehungsweise welche Folgen durch diese hier herausgehobenen U-Untersuchungen entgegnet werden muss. Um beispielsweise Adipoditas, immunologische Störungen, Verhaltensstörungen oder Depressionen bei Jugendlichen zu behandeln, braucht es mehr als nur eine Kostenzusage bei U-Untersuchungen. Um das ganze Ausmaß der Pandemiefolgen in den Blick zu nehmen, wäre es viel sinnvoller, endlich unserem Antrag auch Einrichtungen einer Enquete-Kommission zuzustimmen. Einer der Punkte lautet nämlich, Zitat mit Erlaubnis der Präsidentin, Untersuchungen der Auswirkungen im Kontext der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche in Berlin, sowie Empfehlungen, um zukünftig rechtzeitig erforderliche und zielgerichtete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Sehen Sie, genau das ist zwingende Voraussetzung, um Antworten auf diese entscheidende Frage zu finden. Gibt es zudem Ihrerseits konkrete Zahlen zum tatsächlich medizinischen Bedarf an diesen Vorsorgeuntersuchungen? In welcher Größenordnung bewegen wir uns denn kurz- bzw. mittelfristig? Welche Auswirkungen sind für die Beitragszahler zu erwarten? Alles Fragen, auf die Sie keine Antwort geben und ohne die Sie für diesen Antrag spätestens auf Bundesebene mitnichten Unterstützung erhalten werden. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gesundheit und Pflege. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Damit kommen wir zu den geheimen verbundenen Wahlen. Ich rufe dazu auf Tagesordnungspunkt 4, Drucksache 19-0909, Wahl eines stellvertretenden Mitglieds und Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Tagesordnungspunkt 5, Drucksache 19-0915, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der G10-Kommission des Landes Berlin. Tagesordnungspunkt 6, Drucksache 19-0936, Wahl von zwei Mitgliedern des Präsidiums des Abgeordnetenhauses. Tagesordnungspunkt 7, Drucksache 19-1000, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses für Verfassungsschutz. Tagesordnungspunkt 8, Drucksache 19-108, Wahl eines Mitglieds sowie eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Tagesordnungspunkt 9, Drucksache 19-1057, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Lette-Vereins, sowie Tagesordnungspunkt 10, Drucksache 19-1058, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Pestalozzi-Fröbelhauses. Die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion für diese Gremien haben in den letzten Sitzungen keine Mehrheit gefunden. Die AfD-Fraktion schlägt heute zur Wahl vor für den Untersuchungsausschuss, Herrn Abgeordneten Robert Eschricht als stellvertretendes Mitglied und Herrn Abgeordneten Carsten Woldeit als stellvertretenden Vorsitzenden. Für die G10-Kommission, Herrn Abgeordneten Robert Eschricht als Beisitzer und Herrn Abgeordneten Ronald Gläser als stellvertretenden Beisitzer. Für das Präsidium, Herrn Abgeordneten Frank-Christian Hansel und Herrn Abgeordneten Harald Latsch als Mitglied. Für den Ausschuss für Verfassungsschutz, Frau Abgeordnete Dr. Christine Brinker als Mitglied und Herrn Abgeordneten Dr. Hugh Bronson als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung, Herrn Abgeordneten Carsten Woldeit als Mitglied und Frau Abgeordnete Janett Aurecht als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium des Lette-Vereins, Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann als Mitglied und Herrn Abgeordneten Tommy Tabor als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium des Pestalozzi-Fröbelhauses, Herrn Abgeordneten Martin Trefzer als Mitglied und Herrn Abgeordneten Carsten Ubelode als stellvertretendes Mitglied. Die AfD-Fraktion hat eine geheime Wahl beantragt. Die Fraktion haben einvernehmlich vereinbart, diese Wahlen in einem Wahlgang durchzuführen. Sie erhalten sieben Stimmzettel in verschiedenen Farben. Der Stimmzettel sieht jeweils die Möglichkeit, vor Ja, Nein oder Enthaltung anzukreuzen. Für jeden Vorschlag darf nur ein Feld angekreuzt werden. Stimmzettel ohne Kreuz, mit mehreren Kreuzen für einen Vorschlag, anders als durch ein Kreuz gekennzeichnet oder mit zusätzlichen Bemerkungen oder Kennzeichnungen sind ungültig. Die Stimmzettel dürfen nur in den Wahlkabinen und nur mit den darin bereitgestellten Stiften ausgefüllt werden. Die Stimmzettel sind noch in der Wahlkabine einmal zu falten und in den Umschlag zu legen. Abgeordnete, die ihre Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine kennzeichnen oder in den Umschlag legen, sind nach § 74 Absatz 2 der Geschäftsordnung zurückzuweisen. Der Umschlag ist erst dann in die Wahlurne zu legen, wenn die Stimmabgabe von der Beisitzerin oder dem Beisitzer vermerkt worden ist. Bitte geben Sie dazu ihren Namen an und warten Sie, bis ihr Name auf der Liste abgehakt worden ist. Wie in den letzten Sitzungen stehen acht Wahlkabinen zur Verfügung. Abgeordnete, deren Namen mit A bis K beginnen, wählen bitte von Ihnen ausgesehen auf der linken Seite. Abgeordnete, deren Namen mit L bis Z beginnen, nutzen bitte die rechte Seite. Ich weise darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet werden dürfen. Alle Plätze direkt hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum bitte ich jetzt frei zu machen. Die Sitzung wird nach dem Ende der Wahlen direkt fortgesetzt und nicht für die Auszählung unterbrochen. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische und Wahlkabinen aufzustellen. Ich bitte die BeisitzerInnen, ihre vorgesehenen Plätze einzunehmen, mit dem Namensaufruf anschließend zu beginnen und die Stimmzettel dann auszugeben. Ich bitte die BeisitzerInnen. Ich bitte die BeisitzerInnen. Die Plenarsitzung ist zurzeit unter unterbrochen. unterbrochen. bergänz- Vielen Dank. 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 ... Die Plenarsitzung ist zurzeit unterbrochen. 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 Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18, Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache 191386, Gesetz zur Novellierung des Berliner Stiftungsgesetzes sowie zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung. Ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Vorgeschlagen wird Überweisung der Gesetzesvorlage federführend an den Hauptausschuss sowie mitberatend an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 19 war Priorität der Fraktion der SPD unter der Nummer 3.1. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20, Drucksache 191247, Wahl von 15 Mitgliedern des Beirates der Berliner Stadtwerke GmbH. Nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023 bedarf es einer Neuwahl. Die Fraktionen haben vereinbart, die Wahl durch einfache Abstimmung getrennt nach den Fraktionsvorschlägen durchzuführen. Die Wahlvorschläge können sie auch der Tischvorlage entnehmen. Die Fraktion der CDU schlägt vor Herrn Abgeordneten Christian Greff, Herrn Abgeordneten Adi Turell-Hack, Herrn Dietmar Hölscher, Frau Abgeordnete Bettina Meißner, Frau Beate Roll, Herrn Sascha Schwarz. Wer die Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, der Bündnis 90 Grün und die Linke. Wer stimmt dagegen? Und Enthaltungen sehe ich beides nicht. Enthaltungen bei der AfD-Fraktion. Damit sind die vorgeschlagenen Personen gewählt. Die Fraktion der SPD schlägt vor Frau Petra Hildebrandt, Herrn Frank Jahnke und Herrn Abgeordneten Jörg Ströter. Wer die Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen sowie Die Linke. Gegenstimmen sehe ich nicht. Und Enthaltungen bei der AfD-Fraktion? Vielen Dank. Damit sind die vorgeschlagenen Personen gewählt. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen schlägt vor Frau Jana Bosse, Frau Sandra Gegelmeier und Herrn Erik Häublein. Wer die Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen sowie Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sehe ich nicht. Und Enthaltungen bei der AfD-Fraktion? Damit sind die vorgeschlagenen Personen gewählt. Die Fraktion Die Linke schlägt vor Herrn Dr. Michael Elfer sowie Frau Susanne Zielke. Wer die Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen teilweise der CDU. Das ist die CDU-Fraktion. Vielen Dank für die Klärung. Die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen sowie Die Linke. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Das sehe ich nicht. Und Enthaltungen bei der AfD-Fraktion? Vielen Dank. Damit sind die vorgeschlagenen Personen gewählt. Und die AfD-Fraktion schlägt vor Herrn Abgeordneten Frank Christian Hansel. Wer den Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich bitte jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen sowie Linke. Ich frage vorsichtshalber nach Enthaltungen. Das sehe ich nicht. Damit ist Herr Abgeordneter Hansel nicht gewählt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 21. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Pflege und Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 19 1292. Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 19 0993. Unzumutbare Zustände im Krankenhaus des Maßregelvollzugs beenden, Platzmangel beheben, Arbeitsbedingungen verbessern und Masterplan sofort umsetzen. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin Piroth, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin eine Mitarbeiterin des Krankenhauses des Maßregelvollzugs. Besondere Ereignisse, so nennen wir es, wenn ein Patient Grenzen überschreitet, zum Beispiel einen Mitpatienten gefährdet oder gegenüber seiner Therapeutin übergriffig wird. Bis zum 18. Dezember kam es in unserem Krankenhaus dieses Jahr zu 848 besonderen Ereignissen. 2020 waren es noch 358. Ich würde mich über mehr Ruhe freuen. Als wir erst im November im Gesundheitsausschuss über die Situation im KMV sprachen, war allen klar, es handelt sich um eine tickende Zeitbombe. Und es ist nur die Frage, wann die nächste Eskalationsstufe erreicht sein wird. Das mussten wir nun über den Jahreswechsel schmerzlich mitverfolgen. Das Krankenhaus des Maßregelvollzugs ist als forensisch-psychiatrische Klinik für die Unterbringung psychisch und suchtmittelerkrankter, straffällig gewordener Menschen zuständig, die unter die Paragrafen 63 und 64 StGB fallen. Platz und vor allem Personalmangel sind der Nährboden für frühzeitige Entlassung, Flucht und Gewalt. Die Konsequenzen tragen vor allem Mitarbeitende und Patientinnen, aber letztlich wir alle. Frau Ciborra, Sie sprachen im November wesentliche Punkte an. Das KMV muss dringend räumlich erweitert werden. Das notwendige Geld ist vorhanden. Und für einen Neubau bedarf es einer Zusammenarbeit mit Brandenburg. Das ist richtig. Aber, liebe Ina Ciborra, es geht auch darum, eine zeitgemäße forensische Psychiatrie mit moderner Personalstrategie zu entwickeln. Wir Grüne und auch die Linke machen dazu seit geraumer Zeit Vorschläge. Bis dato wurde davon nichts, aber rein gar nichts umgesetzt. Wir brauchen jetzt endlich eine Akut- und Mittelfristplanung. Das heißt nicht nur den Masterplan 2040. Es geht um die kommenden 16 Jahre. Und die haben längst begonnen, meine Damen und Herren. Aktuell fehlen 102 Personalstellen. Gleichzeitig sind 72 Patientinnen mehr untergebracht als vom Amtsarzt zugelassen. Das hat zur Folge, dass Pflegekräfte gerade einmal die Essens- und Medikamentenausgabe sowie das Scannen auf gefährliche Gegenstände gewährleisten können. Es geht also um reine Aufbewahrung. Angemessene Betreuung ist schlicht nicht möglich. Zwar liegt diese Aufgabe federführend im Bereich Gesundheit. Aber ich möchte hier insbesondere die CDU adressieren, die ihre Verantwortung gern allein der Gesundheitssenatorin überlässt, wo doch konstruktive Zusammenarbeit gefragt wäre. Bereits 17 vorzeitig Entlassene im vergangenen Jahr und weitere 20 in akuter Warteschleife dürften doch auch der CDU große Sorgen bereiten. Die Justizsenatoren sind leider nicht zugegen. Die im Haushalt hinterlegten 83 und 89 Millionen Euro schaffen ein bisschen Luft. Aber nur Geld reinschütten, das hat Frau Tschiborra auch schon gesagt, Gebäude und Betten erweitern, genügt eben nicht. Wir brauchen dringend akute Lösungen. Dazu gehört, offene Stellen schnell besetzen und angestoßene Zulagenregelungen auch für die verbleibenden Berufsgruppen umsetzen. Dazu gehört auch, eine professionelle Organisations- und Personalbeauftragte einzubeziehen und sich Expertise einer öffentlichen Ausschreibungsagentur dazu zu holen. Es braucht die Etablierung eines positiven Leitbilds, damit im Krankenhaus des Maßregelvollzugs Ärztinnen, Pfleger und Psychologinnen auch wieder arbeiten möchten. Dazu gehört, Berlins Ressourcen zu nutzen und das KMV mit dem bestehenden psychiatrischen Versorgungssystem zu verknüpfen und mit dem Institut für forensische Psychiatrie der Charité einen wissenschaftlichen Leuchtturm zu entwickeln. Das Entlassmanagement muss verbessert werden und die forensische Psychiatrie wieder als Transit begriffen werden. Und dazu gehört auch, die Aus- und Weiterbildung mitzudenken und das KMV für einen forensischen Praxisanteil in der akademischen Pflegeausbildung zu öffnen. Die im Bund richtigerweise angestoßene Reform des § 64 StGB, die die Anordnungsvoraussetzung für die Unterbringung enger fasst, muss selbstverständlich von einem akuten Ausbau von Suchttherapieplätzen in regulären Justizvollzugsanstalten begleitet werden. In diesem Sinne, das Minimum an dieser Stelle sollte sein, nicht länger den Kopf in den Sand zu stecken und unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Zander. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Katharina Piroth, wir hatten uns sehr über Ihren Antrag gewundert, denn er kam gerade mal drei Wochen, nachdem Ihre grüne Senatorin Frau Goethe die Amtsgeschäfte übergeben hatte. Insofern stellt Ihr Antrag ja ein schlechtes Arbeitszeugnis des alten Vorgängersenats dar und einen Vertrauensvorschuss und ein Glauben daran, dass der neue Senat die Probleme endlich beheben kann, die Sie nicht beheben konnten, meine Damen und Herren. Ich gestehe Ihnen ja zu, dass Sie Vorschläge gemacht haben, aber es ist ja leider bei den Vorschlägen geblieben. Bei den konkreten Ergebnissen war immer der Bericht, ja, wir haben geguckt, ob wir irgendwo Ersatzflächen finden können, aber sowohl die Justizverwaltung damals und auch die anderen haben alle keine Ersatzflächen bieten können. Wissen wir nicht, was ist. Sie haben eine konstruktive Zusammenarbeit gefordert, die findet ja nun tatsächlich statt. Justizverwaltung, Innenverwaltung, Gesundheitsverwaltung haben sich konstruktiv zusammengeschlossen, eine Lösung gefunden und gerade Ersatzflächen gefunden, was der Altsitschner nicht geschafft hat. Im Sommer, mit etwas Glück, auch schon etwas früher, werden wir circa 50 Plätze am Kirchner Damm, für diejenigen, die nach 64, also mit einer Drogen- und Suchtproblematik dort untergebrachten, Plätze anbieten können und zu einer deutlichen Entlastung führen können. Das andere, wo man natürlich nicht so schnell eine Entlastung finden kann, ist die bauliche Erweiterung auf dem Gelände in Reinickendorf mit dem sogenannten Haus 8. Das muss man ja völlig neu anfassen, das kann man nicht von einem Jahr auf das nächste schaffen, aber auch hier haben wir gehandelt, was der Vorgängersenat nicht gemacht hat. Wir haben die Mittel bereitgestellt, die BIM wird sowohl das Projekt in Tempelhof-Schöneberg als auch hier begleiten, weil das KMV das nicht selber machen kann und dann auch dort für die dringend benötigte Entlastung sorgen. Was wir auch brauchen, ist die Verbesserung beim Personal, haben Sie zu Recht angesprochen. Auch hier haben wir Dinge geschafft, die der Vorgängersenat nicht geschafft hat. Wir sollten ja erst auch positive Botschaften vermitteln, das heißt, die Senatsverwaltung für Finanzen hat zum Beispiel zugestimmt, dass das Personal, das auch für die Forensik gebraucht wird, besser finanziert werden kann. Was ja auch ein Problem ist bei der Vergütung, dass es durchaus andere attraktive Arbeitsplätze gibt und die Leute nicht zum KMV gehen, sondern an andere Stellen. Und hier ist eine Voraussetzung dafür geschaffen. Für das übrige Personal sind auch noch die Tarifverhandlungen abzuwarten, die dann auch noch kommen werden. Insofern haben wir auch wirklich konkret etwas getan. Die Entlastung wird passieren. Die andere Entlastung mit der Gesetzesänderung auf Bundesebene, mit der Frage, wann werden die Menschen nach 64, nach 63, wie auch immer, eingewiesen oder zugewiesen zu einer solchen Einrichtung. Das muss sich irgendwie erst noch richtig rumsprechen und etablieren. Da ist es leider noch nicht zu einem Rückgang der Kräfte gekommen. Aber wenn man allen Teilen hört, dass in den Jahren 20 bis 22 der Prozess für eine Entlastung ins Stocken geraten ist, Frau Piroth, dann erinnern wir Sie daran, Sie haben Vorschläge gemacht, aber leider nicht gehandelt. Der ins Stocken geratende Prozess ist jetzt in Fahrt gekommen und die Ergebnisse werden geliefert. Wir machen. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Schulze das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich glaube, der KMV, das Krankenhaus des Maßregelvollzugs, ist eines der schwierigen und langwierigen Themen in der Berliner Gesundheitspolitik. Und ich glaube, auch gegenseitige Schuldzuweisungen helfen hier nicht unbedingt weiter. Da haben sich alle Gesundheitssenatorinnen bisher die Zähne dran ausgebissen und versucht, Dinge in die Wege zu leiten beziehungsweise mit mehr oder weniger Priorität an dem Thema zu arbeiten. Und die Zustände haben sich trotzdem nicht verbessert, sondern eher verschlechtert seitdem. Für die, die es nicht wissen, das Krankenhaus des Maßregelvollzugs nimmt nicht schuldfähige Straftäterinnen und Straftäter auf und solche mit Suchterkrankungen, die dort behandelt werden müssen. Und die Zustände in dem Krankenhaus sind seit langem bekannt. Sie verschärfen sich allerdings von Jahr zu Jahr, weil die Zuweisungen immer höher werden und die Personaldecke immer dünner. Stand letzten Herbst waren dort 613 Patientinnen bei 541 Planbetten, wobei Planbetten noch nicht betreibbare Betten sind, untergebracht. Und die zentralen Ursachen dafür sind Raum- und Personalmangel. Und das führt natürlich diese Überbelegung zu Zuständen, wie sie eigentlich mit Menschenrechten nicht mehr richtig zu vereinbaren sind. Also dort werden Patientinnen und Patienten mit Medikamenten ruhig gestellt. Sie müssen fixiert werden. Sie werden isoliert und einzeln untergebracht, obwohl das möglicherweise bei einer besseren therapeutischen Betreuung nicht notwendig wäre. Wir haben Hungerstreiks von Patientinnen dort im vergangenen Herbst erlebt. Und an mich hat sich auch eine Mutter einer Patientin gewendet, die mir das Leid ihrer Tochter dort geklagt hat, die am 24. Februar dort eine Demonstration vor der Senatsgesundheitsverwaltung organisieren wird. Und man kann sagen, die Menschenwürde ist bedroht in unserem Maßregelvollzug. Und dagegen müssen wir dringend etwas tun. Im Schnitt verbringen die Patientinnen und Patienten acht Jahre in diesem Krankenhaus. Das muss man auch noch wissen. Es geht also nicht darum, eine kurze Übergangszeit, sondern es sind lange Zeiträume, in denen sich die Menschen dort aufhalten und in denen sie vernünftige therapeutische Angebote brauchen. Die Anhörung, die wir im Gesundheitsausschuss dazu hatten, hat auch gezeigt, und jetzt noch mal der jüngste Ausbruch, dass dort viele Aufgaben mittlerweile aufgrund des Personalmangels an private Sicherheitsdienste ausgelagert worden sind. Und das hat natürlich Probleme. Und zwar die Probleme, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der privaten Sicherheitsdienste gar nicht die entsprechende Ausbildung haben, um mit der speziellen Patientenklientel dort umzugehen. Und trotzdem ist es wichtig, dass sie da sind, weil ansonsten würde niemand etwa Hofgänge oder Spaziergänge oder ähnliche Wege mit den Patientinnen und Patienten unternehmen. Um den Personalmangel mal in Zahlen zu bringen, derzeit sind 490 Vollzeitkräfte und Vollzeitäquivalente bei 610 Planstellen dort tätig. Das heißt, fast 20 Prozent der Planstellen im KMV sind nicht besetzt. Und die Arbeitsbedingungen dort, die machen es natürlich immer schwerer, überhaupt noch Fachkräfte zu gewinnen, weil wenn erst mal Leute dort anfangen und sehen, wie schwer und wie hart die Arbeit ist bei der Unterbelegung, dann gehen sie relativ schnell wieder. Und wir brauchen also dringend eine Fachkräftestrategie. Das hat der Antrag der Kollegin der Grünen auch aufgeschrieben. Und die TVL-Einigung hat zwar eine gewisse Erleichterung gebracht, sodass die Beschäftigten dort jetzt von 72 bis 144 Euro monatlich zusätzlich bekommen können. Ob das allerdings ausreicht, um mehr Personal zu finden, das werden wir sehen. Wir brauchen dringend die Ertüchtigung der Räume dieses Hauses 8 von außerhalb. Und da will ich auch hier an die Koalition appellieren, das Geld für diese Sanierung darf nicht gestrichen werden. Das gehört zu den absoluten Essentials, die wir im Investitionshaushalt haben. Man muss sich die Sternenhäuser auf dem Bonhoeffer Gelände noch mal angucken. Möglicherweise geht da auch noch was. Das ist zwar jetzt als Wohnbauprojekt vorgesehen, aber ich denke, die Situation ist so dringend, dass wir diese Sternenhäuser brauchen. Und wir brauchen dringend die bessere Vernetzung mit den sonstigen psychiatrischen Einrichtungen in der Stadt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Krankenhaus des Maßregelvollzugs braucht mehr Aufmerksamkeit. Dort muss hingeguckt werden. Dort sitzen viele Menschen, die wenig Lobby haben und sich nicht wehren können aufgrund ihrer Situation. Und deswegen müssen wir uns so genau angucken, was da passiert. Wir müssen die Beschäftigten umwerben. Wir brauchen neue Leute dort. Und wir müssen ihnen gute Arbeitsbedingungen sichern, damit Menschen mit Suchterkrankungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, die im Strafvollzug sitzen, besser versorgt werden können. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion spricht nun die Abgeordnete König. Wenn ich mich kurz halten wollte, dann wäre zu dem Antrag nur zu sagen, dass er ein Armutszeugnis ist. Sorry. Und drei Wochen eingereicht, drei Wochen nachdem Sie nicht mehr die Gesundheitssenatoren gestellt haben. Ja, natürlich gibt es viele Probleme im Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Überbelegung, fehlende Kapazitäten, Sanierungsstau, wachsende Aggressionen in der Einrichtung, Personalmangel. Das sind die Fakten, die wir nicht ignorieren können. Wenn eine dauerhafte Überbelegung vorliegt und wenn Straftäter entlassen werden müssen, weil es für sie keinen angemessenen Platz gibt oder Straftäter ausbrechen können, dann kann man das Problem hier nicht kleinreden. Und auch die derzeitigen Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Schlechte Arbeitsbedingungen führen zu weiteren Personalmangel und zu einer Mehrbelastung für die Beschäftigten, die noch da sind. Es besteht dann auch die Gefahr, dass Patienten nicht mehr die Aufmerksamkeit und Therapien erhalten, derer sie bedürfen. Dadurch steigen die Risiken dann einerseits für die Menschen, die mit ihnen arbeiten, und andererseits für die Bevölkerung, die darauf angewiesen ist, dass potenziell gefährliche Menschen sicher untergebracht und eben auch wirkungsvoll therapiert werden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Franco? Nein. Warum ist dieser Antrag trotz all dieser Probleme überflüssig? Er ist überflüssig, weil dieser Senat unsere jetzige Gesundheitssenatoren die geforderten Dinge bereits angepackt hat. Zentrale Forderungen des Antrags sind längst in Arbeit. Das hat auch die Beratung im Ausschuss sehr deutlich gemacht. Der Senat arbeitet an einer Erhöhung der kurzfristig verfügbaren Plätze und auch an einer mittel- und langfristigen Platzerweiterung. Die Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs und eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter, die Zulage, die nehmen Fahrt auf. Unbesetzte Stellen konnten zum Teil besetzt werden. Und für Erweiterung der Plätze, für Sanierung vorhandener Gebäude, für den Ausbau sind entsprechend Mittel in Höhe von mindestens 67 Millionen Euro vorgesehen und stehen bereit. Die Probleme werden jetzt also angegangen. Und die Reform des Paragraphs 64 StGB, wie Sie sie hier vorschlagen, ist im Bund bereits auf den Weg gebracht. Die Senatspläne sind weit fortgeschritten. Die Probleme werden jetzt von dieser Koalition mit Nachdruck bearbeitet. Dafür brauchen wir keinen Antrag der Grünen. Und dieser Antrag ist auch wirklich wohlfeil, liebe Grüne. Wer war eigentlich ab Dezember 2021 zuständig für das Thema? Es war die von den Grünen gestellte Gesundheitssenatoren. Und wer war zuständig für dieses Thema, so dringende Finanzfragen? Es war der von den Grünen gestellte Finanzsenator. Der Antrag beschäftigt sich gewissermaßen mit einer Hinterlassenschaft Ihrer Regierungsarbeit, mit Problemen, die Ihre Senatoren nicht ausreichend angegangen sind. Keiner der von Frau Piroth genannten Punkte wurde wirklich umgesetzt von der Grünen-Senatoren. Und ehe Sie jetzt versuchen, das Problem an die Vorgänger Ihrer Senatoren weiterzureichen, es war Frau Dilek Kalaitschi, die in ihrer Amtszeit eine nennenswerte Anzahl neuer Plätze geschaffen hat. Mit dem Wechsel zu Frau Goethe zog dann Stillstand ein. Deshalb bin ich froh, dass das Haus jetzt wieder in sozialdemokratischer Hand ist. Und jetzt mit aller Kraft an den nötigen Verbesserungen für den Maßregelvollzug gearbeitet wird. Denn das haben sowohl die PatientInnen als auch die MitarbeiterInnen verdient. Die Zustände müssen besser werden. Und wir als Regierungsparteien sehen das als unsere Aufgabe, die Probleme der Stadt zu lösen. Dankeschön. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Oberlode. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Situation in der Klinik des Maßregelvollzugs bleibt leider weiterhin prekär. Die Probleme und Gefahren für die Beschäftigten bleiben im Wesentlichen ungelöst. Die Sicherheitsfrage und die damit verbundenen Gefahren für die Menschen dieser Stadt ungelöst, wie Ausbrüche immer wieder belegen. Nebenbei bleibt die CDU hinter ihrem eigenen Antrag aus 2021 in weiten Teilen zurück. Richtige Schritte in die richtige Richtung ersetzen noch keine nachhaltige, spürbare, richtige Politik. Der zuständigen Senatorin wiederum bleibt nicht viel mehr übrig, als sich hinter der Untätigkeit der letzten Senate zu verstecken. Neben einer Aneinanderreihung von vermeintlichen, ursächlichen Gründen für diese katastrophale Situation liegt der wesentliche Fokus auch dieses Senates auf dem Prinzip Hoffnung, ein Offenbarungseid zu einer grundsätzlich irregeleiteten Politik. Die Situation in den Kliniken des Maßregelvollzugs ist dabei ein weiteres Symptom sozialistischen Staatsversagens, meine Damen und Herren. Nachdem es nun auf allen verantwortlichen Ebenen nicht sonderlich viel mehr als Vergangenheitsbeschreibung, vage Absichtserklärung und null, ich wiederhole, null Lösungsansätze für eine wenigstens kurz- bis mittelfristige Verbesserung, der nicht mehr tragbaren Personalrahmenbedingungen gab, sind wir als AfD-Fraktion übrigens sehr auf die nun beanbrechenden weiteren Lösungsvorschläge der im Ausschuss besprochenen und sicherlich im letzten Jahr noch im Senat beschlossenen Vorlage gespannt. Denn aktuell ist die Gesundheitsausschussdebatte zu diesem bedeutenden, aber auch brisanten Thema leider sehr kurz zusammenzufassen. Erstens, gut, dass wir mal wieder darüber gesprochen haben, ändern wird sich aber sobald nichts Wesentliches. Zweitens, der Beirat wurde neu berufen mal wieder und für Haus 8 braucht es einen mittel- bis langfristigen Plan. Ein kurzfristiger Bezug sei nicht möglich, so die zuständige Staatssekretärin Lösungsansätze wie auch bei der zuständigen Senatoren. Fehlanzeige. Ernsthafte Reaktionen, so Punkt 3, verbunden mit ernsthaftem Änderungswillen, beispielsweise auch auf die letzten Ausbrüche hin, die vor kurzem uns erreicht haben, die unter anderem die Süddeutsche Zeitung am 3. Januar 2024 zu Recht sogar fragen ließ, wie sicher diese Einrichtungen in Berlin seien. Fehlanzeige. Viertens, letzter Punkt, eine nachhaltige, rasche, deutliche Verbesserung der Situation der Beschäftigten, die der katastrophalen Situation angemessen wäre, nicht feststellbar. Schönen Dank auch. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Schluss eine Bemerkung. Lebendige Demokratie, parlamentarischer Diskurs, leben vom Zuhören, vom Einanderringen um die beste Lösung. Parlamentarismus und Demokratie legt vom Gegenseit der Toleranz anderer Meinungen. Sie, die Fraktionen von Linke bis CDU, haben heute mit ihrem Verhalten bei der Aussprache zu dem ersten Besprechungspunkt ein mangelhaftes Demokratieverständnis gezeigt, was ich sehr bedauere. Insbesondere die CDU, die ja in diesem vermeintlichen Glashaus ebenfalls sitzt, ist mal wieder den übrigen linken Parteien als Mitläuferpartei hinterhergedackelt. Ich fand das übrigens sehr armselig. Dankeschön. Und weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19-0993 empfehlen die Ausschüsse gemäß den Beschlussempfehlungen auf Drucksache 19-1292 mehrheitlich gegen die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke sowie Beenthaltung der AfD-Fraktion die Ablehnung. Wer den Antrag dennoch annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen? Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen sowie die Fraktion Die Linke und der fraktionslose Abgeordnete King. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der SPD sowie der CDU und der fraktionslose Abgeordnete Brusek. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 22 war Priorität der Fraktion Die Linke unter der Nummer 3.3. Die Tagesordnungspunkte 23 bis 27 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 28. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 50 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache 19 13 87, Neufassung des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Bergbehörde und energieaufsichtliche Zuständigkeiten. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beantragt die Überweisung der Vorlage an den Ausschuss für Bundes- und Europa-Angelegenheiten Medien. Dementsprechend wird Verfahren. Im Übrigen hat das Haus von der Vorlage hiermit Kenntnis genommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 29. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache 19 13 91, Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke beantragen die Überweisung der Verordnung über die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals der Berliner Stadtreinigungsbetriebe und der Berliner Wasserbetriebe für das Jahr 24 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie an den Hauptausschuss. Dementsprechend wird Verfahren. Im Übrigen hat das Haus von der vorgelegten Rechtsverordnung hiermit Kenntnis genommen. Die Tagesordnungspunkte 30 bis 34 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 35 Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke Drucksache 19 13 06 Zugang zum Wohnberechtigungsschein Neuregeln und schlechter Stellung Geflüchteter beenden. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Bitte schön, Frau Abgeordnete Eralb, Sie haben das Wort. Die Kollegin wünscht keine Zwischenfragen. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrte Präsidentin, geehrte Kolleginnen, liebe BerlinerInnen, wir haben heute gemeinsam mit der Grünen-Fraktion diesen Antrag für einen besseren Zugang von Geflüchteten zum Wohnberechtigungsschein eingebracht, weil die derzeitige Regelung die Menschen von Sozialwohnungen und dem Gro der landeseigenen Wohnungen ausschließt, die mit am prekärsten in unserer Stadt leben und die größte Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erleben. Wir wollen diese Gerechtigkeitslücke schließen. Denn derzeit ist es so, dass an Familien, wo auch nur bei einem Familienmitglied der Aufenthaltstitel nur noch eine Restdauer von elf Monaten hat, kein WBS vergeben wird, obwohl die Titel zumeist verlängert werden. Dabei lässt das Wohnraumförderungsgesetz mit der Vorgabe eines nicht nur vorübergehenden Aufenthalts eine andere Handhabung zu, wie das hiesige Oberverwaltungsgericht vorletztes Jahr erst bestätigte. Auf diese Reform hatte sich Rot-Grün-Rot daher verständigt und auch der schwarz-rote Koalitionsvertrag sieht sie vor. Aber passiert ist nichts. Und auf Nachfrage im Ausschuss konnte uns der Stadtentwicklungssenator auch keinen konkreten, zügigen Zeitplan vorstellen, obwohl er auf genügend Vorarbeit in seiner Verwaltung zurückgreifen kann. Denn schon unter Katrin Lomscher wurden Vorschläge erarbeitet, um den Senat vorgelegt. Leider hat damals die SPD gemauert mit dem Argument fehlender Wohnungen. Aber stattdessen haben sie nun kürzlich selbst den Anspruchskreis der WBS-Berechtigten erweitert. Allerdings in die andere Richtung, nämlich nach oben, so dass nun die Konkurrenz zu Lasten der Ärmsten erhöht wurde. Dabei ist die Wohnsituation von Geflüchteten, wenn wir uns Massenunterkünfte wie Tegel anschauen, doch unerträglich. Keine Privatsphäre, zu wenig Zugang zu Beratungen, Gesundheitsversorgung, Freizeit- und Lernangebote für Kinder. So müssen hunderte traumatisierte Geflüchtete teilweise über ein Jahr lang leben, wie der der Senat auf meine schriftliche Anfrage auch einräumte. Und dass es in solchen beengten Verhältnissen dann zu Konflikten kommt, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben, ist doch auch klar. Daher müssen wir endlich wegkommen von den Massenunterkünften. Geflüchtete müssen Zugang zu Wohnungen erhalten. Natürlich gibt es nicht die eine Lösung, aber eben verschiedene Maßnahmen, die für alle MieterInnen unserer Stadt existenziell sind. Leerstand muss über einen Wohnraumkataster angegangen werden. Es braucht höhere Belegungsquoten für WBS- Berechtigte in landeseigenen Wohnungen und mehr bezahlbaren Neubau, weswegen wir einen Vorschlag für ein kommunales Wohnungsbauprogramm für WBS- Berechtigte vorgelegt haben. Aber nichts davon setzt der Senat bisher um. Stattdessen werden Zeit und Ressourcen für ein sinnloses Vergesellschaftungsrahmengesetz verschwendet, statt endlich dem klaren Votum der ExpertInnen-Kommission und vor allem dem der BerlinerInnen zu entsprechen und zu vergesellschaften, um 240.000 Wohnungen bezahlbar zu machen. Wenn das so weitergeht, wie wird Berlin, wie London oder Paris, wo nur noch wohlhabend im Stadtkern wohnen und arme Menschen an den Stadtrand gedrängt werden, darunter übrigens viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber statt dass sich Herr Wegner, der jetzt nicht da ist, sich bei dieser zentralen Aufgabe stärker einbringt und dafür sorgt, dass der Senat ein langfristiges Konzept für humane Unterkünfte und vor allem für bezahlbaren Wohnraum vorliegt, übernimmt er noch die Rhetorik von der AfD und fordert allen Ernstes einen Migrationsgipfel mit der Bundesregierung für mehr Begrenzung und eine Kurskorrektur. Und das, obwohl die Bundesregierung doch gerade etliche Verschärfungen beschlossen hat, wie das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz oder die Zustimmung zur Inhaftierung von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen über das Geas. Damit gießen Sie, Sie sind zwar nicht da, aber damit gießen Sie Wasser auf die Mühlen der AfD. Und das in so einer gefährlichen Situation, das ist absolut unverantwortlich. Sie scheinen auch immer noch nicht verstanden, haben Sie von der CDU, hören Sie gerne zu, dass Sie so die AfD stärken, weil die Leute dann lieber das Original wählen. Unverantwortlich ist auch, dass heute Morgen der CDU-Fraktionsvorsitzende, Herr Stettner, uns angriff, weil wir Ferrad Kocak als Opfer rechter Gewalt hier haben sprechen lassen und vor allem, dass er ihn hier auch öffentlich diffamiert hat. Und das, wo es in der Rederunde um Deportationspläne gegen uns Menschen mit Migrationsgeschichte ging, bei denen CDU-Mitglieder übrigens mitgemacht haben. Dafür erwarten wir eine Entschuldigung von Ihnen. Ja, da schütteln Sie den Kopf. Keinen Anstand haben Sie. Zu diesen Rhetoriken rufen wir Stopp und fordern solidarische Lösungen, wie eben auch besseren Zugang von Geflüchteten zu Wohnraum. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht, das für alle Menschen gilt. Danke. Vielen Dank. Und für die Fraktion der CDU spricht nun der Abgeordnete Dr. Naas. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Ehralp, Menschen mit Migrationsgeschichte. Nun spricht auch einer mit Migrationsgeschichte. Und zu einem Thema, losgelöst von parteipolitischen Diffamierungen, losgelöst von ideologischen Attacken, würde ich gerne zu Ihrem Antrag Stellung nehmen. Sie wollen mit diesem Antrag. Ich hätte mir nur gewünscht, man hätte sich den Antrag und insbesondere die Vorschriften, die man hier zitiert, genauer angesehen. Und man hätte vielleicht, wenn man auch das OVG zitiert, das richtige Aktenzeichen angegeben, damit wir auch mal prüfen können, ob dieses Zitat aus einer obergerichtlichen Entscheidung zutrifft oder nicht. Aber Sie wollen, in dem Antrag heißt das, Sie wollen eine Ausführungsvorschrift zum Paragrafen 27 ändern. Ich habe mir mal die Vorschrift angesehen, die besteht aus zwei Paragrafen. Aber eigentlich wollen Sie das ganze Gesetz, wollen Sie das Gesetz ändern, nämlich das Wohnraumförderungsgesetz. Sie wollen den Kreis der Antragsberechtigten deutlich erweitern und damit das Gesetz ändern. Und es ist ein Bundesgesetz und nach meinem Verständnis haben wir hier im Landesparlament keine Kompetenz, Bundesgesetze zu ändern. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Omar? Jetzt nicht. Danke, bitte. Eigentlich wollen Sie laut Antrag vereinfachen, stattdessen wird es noch komplizierter. Vielleicht in Kürze zusammengefasst. Nach dem Wohnraumförderungsgesetz sollen die Menschen einen Wohnberechtigungsschein erhalten, die ein gewisses Bleiberecht in Deutschland haben. Menschen, die kein Bleiberecht haben, sollen von diesem Privileg nicht profitieren dürfen. Und ich glaube, das ist legitim. Das ist nicht diskriminierend. Wenn ich an ein Bleiberecht, wenn ich den Wohnraumberechtigungsschein an ein Bleiberecht anknüpfe, das ist absolut legitim. Einfach zu behaupten, das Ganze sei diskriminierend, ich glaube, das ist zu pauschal, um sich auch damit auseinanderzusetzen. Da müssen Sie konkret sagen und Sie müssen in der Tat in das Gesetz eingehen. Aber noch einen anderen weiteren Aspekt, den Sie in Ihrer Rede nicht angesprochen haben, aber in Ihrem Antrag anführen. Sie haben Bedarfsgruppen angesprochen, die besonders schutzbedürftig sind. Frauen in Frauenhäusern, Menschen in Einrichtungen der Kältehilfe, also Obdachlose oder ähnliche Bedarfsgruppen. Anscheinend haben Sie nicht gemerkt, dass die Koalition bereits Regelungen zum Schutz dieser besonderen Bedarfsgruppen getroffen hat. Anscheinend war die Koalition wieder zu schnell und hat bereits Verbesserungen vorgenommen, die Sie verpasst haben. Das Berliner Wohnraumversorgungsgesetz wurde bereits geändert, so geändert, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Alleinerziehende oder vergleichbare Bedarfsgruppen besonders berücksichtigt und privilegiert werden. Der Schutz dieser Bedarfsgruppen war und ist uns ein besonderes Anliegen. Diesen Schutz haben wir im letzten Jahr bereits umgesetzt. Daher sehen wir momentan keinen weiteren Handlungsbedarf und werden Ihrem Antrag nicht zustimmen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Omar das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist der Kern unseres Antrages, der Ihnen vorliegt? Es geht im Kern um nichts anderes als die Gewährleistung des Gleichheitsprinzips unter den WBS-Berechtigten. Aktuell wird nämlich eine ganze Gruppe an Menschen systematisch vom WBS-Zugang ausgeschlossen, obwohl sie nach den Einkommenskriterien eigentlich berechtigt wären. Sie erfüllen die gesamte Checkliste der Bedingungen. Sie sind in Berlin angemeldet und Sie haben ein niedriges Einkommen, aber leider steht Ihnen trotzdem etwas im Weg, und zwar wofür Sie nichts können, die Dauer Ihres Aufenthaltstitels. Das liegt daran, dass im § 27 des Wohnraumförderungsgesetzes sich folgende Formulierung findet. Antragsberechtigt sind Wohnungssuchende, die nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten. Und unsere Berliner Verwaltungen interpretieren das so, dass Menschen, die einen Aufenthaltstitel von weniger als elf Monaten haben, nicht WBS-berechtigt sind. Und das, obwohl sie die Einkommensvoraussetzungen erfüllen, in prekären finanziellen Verhältnissen leben und dadurch auch auf dem offenen Wohnungsmarkt genauso wie die anderen WBS-Berechtigten kaum eine Chance haben. Um wen geht es konkret? Offensichtlich hat der Kollege Naas nicht verstanden, worum es geht hier. Es geht um alle Menschen, die in Berlin leben und einen Aufenthaltstitel haben, der auf weniger als elf Monate befristet ist. Und zwar nicht, weil Sie was dafür können, sondern wenn jemand zum Beispiel seit drei Jahren hier wohnt und in seinem Aufenthaltstitel lediglich acht Monate verblieben sind, der ist nicht berechtigt, eine Aufenthaltsverlängerung zu beantragen, weil laut Aufenthaltsgesetz muss weniger als zwei Monate noch in seinem Aufenthaltstitel verblieben sein. Und deswegen kann er nichts dafür. Aber das haben Sie auch als Jurist leider nicht verstanden. Die Idee hinter den Sozialwohnungen und dem Wohnraumförderungsgesetz ist, dass die Gesellschaft sich solidarisch mit den Menschen erklärt, die wenig verdienen und keine teuren Mieten leisten können. Das ist nobel. Und um dieser Gruppe den Zugang zum bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen, werden die sozialen Wohnungen sowie ein Teil der Mietwohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit vergleichsweise günstigeren Mieten bei den neuen Vermietungen vorenthalten. Ja, es gibt in Berlin viel mehr Menschen, die eine WBS-Berechtigung haben als die verfügbaren WBS-Wohnungen. An der Zahl sind es eine Million Menschen, die WBS-berechtigt sind, während lediglich 100.000 WBS-Wohnungen vorhanden sind. Aber die Konsequenz daraus darf nicht sein, dass man wirklich bestimmte Gruppen ausschließt, die nichts dafür können, dass sie ihren Aufenthaltstitel nicht verlängert wurde rechtzeitig. Das ist weder solidarisch noch ist das sachgerecht, Menschen aufgrund der Aufenthaltsdauer auszuschließen, zumal sie nichts dafür können. Es ist weder verwaltungstechnisch noch integrationspolitisch eine sinnvolle Regelung, meine Damen und Herren. Unsere bezirklichen Wohnverwaltungen schließen diese Menschen systematisch aus, weil sie daran zweifeln, ob ihr Aufenthaltstitel im Sinne des Paragrafen 27 verlängert wird. Dabei sprechen die Zahlen und die Fakten eine eindeutige Sprache. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin hier den Leiter des Landeseinwanderungsamt, Herrn Mazzanke, der in einem Interview mit der Taz sagt, wir haben 2019 auf Antrag über 160.000 positive Entscheidungen getroffen und 2.700 negative. Das heißt, die Quote, wo wir Nein sagen, beträgt 1,6 Prozent. Zitatsende. Das bedeutet folglich, dass 98,4 Prozent der Menschen, die einen Aufenthaltstitel haben, ihre Aufenthaltstitel verlängern können. Wozu beschäftigen wir unsere Verwaltung mit absurden bürokratischen Prüfungen? Sie müssen diese Anträge aufwendig prüfen und am Ende absagen, obwohl dafür es so gar nicht mal rechtliche Gründe gibt. Meine Kollegin Eralp hat auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zitiert. Sie haben jetzt bemängelt, dass die Vorgangsnummer nicht da ist, aber Sie können das auch recherchieren und lesen. Da steht ganz klar die Regelung, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Urteil am 30.08.2022 wie folgt beschlossen. In seinem Beschluss zur Klage eines Geflüchteten, der im Besitz einer Ausbildungsduldung ist, stellt das Oberverwaltungsgericht fest, dass auch geduldete antragsberechtigt sind, wenn Tatsachen die Prognose rechtfertigen, dass der Aufenthaltstitel, dass der Aufenthalt noch mindestens ein Jahr andauern wird. Also wozu müssen wir jetzt unsere Verwaltungen damit beschäftigen? Es kommt zu Ende, Frau Präsidentin. Also lieber schwarz-roter Senat, schaffen Sie diese Regelung ab und formulieren in den Ausführungsvorschriften, dass alle Menschen die Einkommenskriterien erfüllen, auch wo WBS bekommen, damit wir auch hier diese Ungerechtigkeit beenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat für die SPD-Fraktion der Kollege Dr. Kollatz das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden hier über das Stichwort WBS für Geflüchtete. Wenn ein BAMF-Bescheid vorliegt, ist ja die Grundlage für die Erteilung des jeweiligen Aufenthaltsstatus. Deshalb gibt es die Ausführungsvorschrift zu § 27 Absatz 2 OFG so nicht mehr. Sie lief aus und wurde nicht verlängert. Die Ausführungsvorschrift zur Festlegung der Antragsberechtigung gemäß § 27 Absatz 2 ist also in dem Sinn eigentlich gar nicht erforderlich. Zweitens. Der Ansatzpunkt für den WBS ist einkommensabhängig. Es ist schon interessant, was jetzt dazu vorgetragen worden ist. Der Teil römisch 2 des Antrags hüllt das aus, ist meines Erachtens nach ein falscher Ansatz. Es gibt zwei formale Gründe, den Antrag abzulehnen. Es kommt aber in der Sache auf den inhaltlichen Hauptpunkt an. Richtig ist, dass die Wohnungssituation für Flüchtlinge nicht gut ist. Es ist in der gegenwärtigen Flüchtlingswelle gelungen, die massenhafte Schließung von Turnhallen zur Unterbringung von Flüchtlingen zu vermeiden. Das ist gut. Und das ist auch eine Errungenschaft. Das ist aber noch keine Lösung des Problems. Danke für den Beifall. Leider ist die Ausgabe von WBS aber auch keine Lösung des Problems. Das zeigt der Blick auf die Zahlen von 2022. Ich nehme bewusst die von 2022, weil eben da bestimmte kürzliche Änderungen noch keine Rolle spielen. Freie Sozialwohnungen im Bestand waren im Verlauf des Jahres 3.273. Hinzu kommt die Zahl der neuen Sozialwohnungen im Jahr 2022. Der Zahl der WBS-Inhaberinnen und Inhaber war bereits damals aber bereits 54.000. Und die Verwaltung schätzt, dass mindestens 20.000 Flüchtlinge die Ausstellung eines WBS auch erfolgreich dann beantragen würden. Das heißt also, aus praktischen Gründen wird das keine Lösung des Problems sein. Deshalb war die Grundsatzentscheidung des seinerzeitigen SPD-CDU-Senats richtig, auf die Errichtung von MUFs zu setzen. Nämlich Wohnungen für Flüchtlinge. Und es war richtig, dass die Rot-Rot-Grünen und die Rot-Grünen-Roten-Senate die Errichtung von MUFs auch weiter verfolgt haben. Und ich möchte deshalb auch alle Mitglieder des Hauses, die eine Verbesserung der Wohnsituation für Flüchtlinge wollen, aufrufen, die Errichtung von MUFs zu unterstützen und deren Umsetzung. Denn das ist der Weg, wo am meisten auch erreicht werden kann, wenn man schlichtweg auf die Zahlen guckt. Daran mangelt es manchmal, wenn ein konkretes Objekt diskutiert wird. Ziemlich egal, wo es in Berlin liegt. Das sollte sich ändern, wenn sich die Wohnsituation für Flüchtlinge ändern und nämlich verbessern soll. Der Antrag ist offensichtlich für eine andere Welt, für andere Verhältnisse geschrieben, die in einer entspannten Wohnungssituation mit einem Überhang an Sozialwohnungen wären. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Latsch das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, und da ist er wieder. Der Versuch, illegale Migranten an den Berlinern vorbei zu schleusen, wo man hinschaut, machen Sie Politik für die ganze Welt und vergessen, dass Sie von Berlinern gewählt wurden, um Berliner zu vertreten und für Berliner Politik zu machen. Sie aber sehen sich als Weltpolitiker, insbesondere für den Orient und Afrika. Diese Faszination für den Orient in Ehren. Wenn Sie Politik für den Orient machen wollen, müssen Sie sich dort wählen lassen. Hier, meine Damen und Herren, ist Berlin. Und die Menschen, die hier als Berliner keine Wohnung finden, haben einen Anspruch darauf, von Ihnen vertreten zu werden. Würden die Berliner ehrlich über ihr Treiben informiert, wäre es mit den kommunistischen Parteien je vorbei. Die so schon rückläufigen Sozialwohnungen sollen, wenn es nach Ihnen geht, zur Verdrängung der Berliner Bevölkerung beitragen. Wir als D sagen Nein, laut und deutlich Nein zu solchen Fantasien. Der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft und angesichts der Marktlage findet der Senat kein Mittel dagegen. Sie wollen, Sie aber wollen mehr Migranten und noch mehr Familiennachzug zusätzlich. Noch mehr Berechtigte auf ein noch knapper während des Angebots. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Können Sie halt nicht. Und erkennt auf Anhieb, dass das schief geht. Obenauf waren Sie es, die für die Verknappung an Wohnraum gesorgt haben und die Mietpreise in Berlin in die Höhe getrieben haben. Das kann man den Berlinern nicht oft genug sagen. Die Ursache für das Treiben der Mieten ist rot-rot-grün in der letzten Legislaturperson. Mit diesen Flausen, die Sie da treiben, ist es aber nicht getan. Sie wollen junge, männliche Migranten auf eine Stufe heben mit der im sechsten Monat schwangeren Berliner alleinerziehenden Mutter auf die höchste Dringlichkeit. Haben Sie denn gar kein Gewissen mehr, gar keine Hemmungen? Es reicht nicht, alte Menschen aus ihren Heimen zu werfen und armen Deutschen die kommunalen Wohnungen zu kündigen. Berliner werden verdrängt, diskriminiert, betrogen und missbraucht, um ihre Fantasien zu finanzieren. Selbst Ausreisepflichtige, Abgelehnte sind Ihnen wichtiger als Berliner. Sie spielen Bedürftige gegeneinander aus. Schämen Sie sich. Berliner, die per se beteiligt sind, werden weiter ins Abseits gedrängt. Ich kann hier an diesem Pult nicht sagen, wie ich das empfinde. Das haben wir heute schon mehrfach erlebt. Einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts zufolge fehlen in Berlin 131.000 Sozialwohnungen. Und Sie wollen die schlappen 3.800 Wohnungen, die vielleicht gebaut werden, vielleicht, als weiteres Lockmittel an Migranten verteilen, nicht mit der AfD, meine Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie mitberatend an den Ausschuss für Integration, Frauen und Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Dann darf ich die Ergebnisse der geheimen verbundenen Wahlen verlesen. Wahl eines stellvertretenden Mitglieds und der oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Als stellvertretendes Mitglied wurden für den Abgeordneten Robert Eschricht 145 Stimmen abgegeben, davon 17 Ja-Stimmen, 124 Nein-Stimmen, vier Enthaltungen. Damit ist Herr Eschricht nicht gewählt. Und als stellvertretender Vorsitzender für den Abgeordneten Karsten Woldeit wurden insgesamt 145 Stimmen abgegeben, davon eine ungültige, 17 Ja-Stimmen, 122 Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen. Damit ist auch Herr Abgeordneter Woldeit nicht gewählt. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der G10-Kommission des Landes Berlin. Als Beisitzer war vorgeschlagen, Herr Abgeordneter Robert Eschricht, von den abgegebenen 145 Stimmen, ist eine ungültig, 17 Ja-Stimmen, 122 Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen. Damit ist Herr Eschricht nicht gewählt. Und als stellvertretender Beisitzer für den Abgeordneten Ronald Gläser wurden 145 Stimmen abgegeben, davon eine ungültig, 15 Ja-Stimmen, 125 Nein-Stimmen, vier Enthaltungen. Damit ist auch Herr Gläser nicht gewählt. Wahl von zwei Mitgliedern des Präsidiums des Abgeordnetenhauses. Für den Abgeordneten Frank-Christian Hansel wurden 145 Stimmen abgegeben, davon eine ungültige, 17 Ja-Stimmen, 123 Nein-Stimmen, vier Enthaltungen. Damit ist der Abgeordnete Hansel nicht gewählt. Und für den Abgeordneten Harald Latsch ebenfalls 145 Stimmen, eine ungültige, 17 Ja-Stimmen, 122 Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen. Damit ist auch Herr Latsch nicht gewählt. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses für Verfassungsschutz. Als Mitglied war vorgeschlagen die Abgeordnete Dr. Christine Brinker. Auf sie empfehlen 145 Stimmen, davon eine ungültig, 17 Ja-Stimmen, 120 Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen. Damit ist sie nicht gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied war vorgeschlagen der Abgeordnete Dr. Hugh Bronson. Ebenfalls 145 Stimmen, davon eine ungültig, 17 Ja-Stimmen, 120 Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen. Damit ist auch Herr Dr. Bronson nicht gewählt. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Als Mitglied war vorgeschlagen Herr Abgeordneter Carsten Woldeit. Abgegebene Stimmen 145, ungültig 39, Ja-Stimmen 16, Nein-Stimmen... Das Verlesen dieses Ergebnisses verschieben wir mal, bis die Zahlen lesbar sind. Und machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 9, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Lette-Vereins. Vorgeschlagen als Mitglied war der Abgeordnete Gunnar Lindemann. Abgegebene Stimmen 145, ungültig 4 Stimmen, 15 Ja-Stimmen, 123 Nein-Stimmen. Drei Enthaltungen, damit ist Herr Lindemann nicht gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied war vorgeschlagen Herr Abgeordneter Tommi Tabor. 145 Stimmen, davon 4 ungültige, 16 Ja-Stimmen, 119 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen. Damit ist auch Herr Tabor nicht gewählt. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10, Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Pestalozzi-Fröbelhauses. Als Mitglied war vorgeschlagen Herr Abgeordneter Martin Trefzer. Von den abgegebenen 145 Stimmen waren drei ungültig, 15 Ja-Stimmen, 121 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen. Damit ist Herr Trefzer nicht gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied war vorgeschlagen Herr Karsten Ubelode. Von den abgegebenen 145 Stimmen waren drei ungültig, 18 Ja-Stimmen, 119 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Damit ist auch Herr Ubelode nicht gewählt. Und die Ergebnisse zu Tagesordnungspunkt 8 reichen wir nach der nächsten Rederunde nach. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 36, der Stand auf der Konsenslist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 37, Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19-1328. Merlins Sicherheit nicht gefährden, keine Aufnahmen von Flüchtlingen aus Gaza. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Lindemann. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Berliner. Berlin hat ein Migrationsproblem. Der CDU-Vorsitzende Merz sagt dem Bundestag, dass die Bundesrepublik endlich eine Begrenzung in Asyl und Abschiebung braucht. Der CSU-Vorsitzende in Bayern fordert eine Asylwende. Bundeskanzler Scholz von der SPD sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Und was macht diese CDU-SPD-Regierung in Berlin? Sie erlässt einen Winterabschiebestopp und schiebt überhaupt niemanden ab. Am 7. Oktober letzten Jahres hat die islamistische Terrororganisation Hamas einen Angriff auf Israel, auf die Bevölkerung Israels gestartet. Daraus hat sich mittlerweile in Gaza ein erbitterlicher Krieg entwickelt. In Gaza leben zwei Millionen Menschen, die natürlich, wenn man den Medienberichten Glauben schenkt, innerhalb Gazas auf der Flucht sind. Die Nachbarländer, Jordanien, Ägypten und auch einige andere arabische Länder haben schon offensichtlich in weiser Voraussicht gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge aus Gaza auf. Da muss man sich natürlich fragen, warum diese arabischen Länder, Glaubensbrüder, keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen möchten. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock ist im vorauseilenden Gehorsam bereits nach Ägypten geflogen, zu Beginn des Krieges und hat in der deutschen Botschaft in Kairo Zelte aufstellen lassen für die Registrierung von Menschen aus Gaza mit deutschem Pass und deren Familienangehörigen. Wenn wir eine arabische Familie kennen, wissen wir, das sind dann nicht nur Mama und Papa und fünf bis zehn Kinder, es sind vielleicht auch noch Tanten, Onkels und wir wissen auch nicht, wer noch dazu gerechnet wird. Wir wissen, dass Berlin die Migrationskrise nicht in den Griff bekommt. Berlin hat immer noch Landesaufnahmeprogramme für Syrer, wo der Krieg in Syrien lange vorbei ist. Und darum möchten wir Ihnen diesmal helfen, dass Sie nicht den gleichen Fehler jetzt machen. Darum unser Antrag, keine Flüchtlinge aus Gaza nach Berlin holen, damit Sie kein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Gaza hier machen. Denn was würde mit den Flüchtlingen aus Gaza hier in Berlin passieren? Berlin hat die größte Community an Palästinensern, ungefähr 40.000 Palästinenser, die bereits hier leben. Was haben wir nach dem 7. Oktober in Berlin erlebt? Wir haben riesige Palästinenser-Demonstrationen erlebt, gewalttätige Demonstrationen. Wir haben Anti-Israel-Parolen erlebt, wir haben einen Antisemitismus erlebt, den Berlin zuvor nicht kannte. Hören Sie lieber zu, gerade Sie von den Linken, damit Sie endlich mal was lernen. Sie saßen lang genug im Senat und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Wir wollen keinen Antisemitismus. Wir wollen das jüdische Leben in Berlin schützen. Darum sagen wir Ihnen ganz klar, keine Flüchtlinge aus dem Gaza. Und wenn schon die arabischen Nachbarländer, die Glaubensbrüder, ihre eigenen Glaubensbrüder nicht aufnehmen wollen, die wissen nämlich warum, dass die Menschen zum großen Teil dort radikalisiert sind, was übrigens auch die Israelis wissen. Darum geht die israelische Armee vermutlich auch so vor, wie sie vorgeht. Darum haben wir Ihnen diesen Antrag hier eingereicht, damit Sie endlich für die Berliner handeln. Damit Sie endlich vernünftige Politik für die Bevölkerung in Berlin machen. Denn wenn Flüchtlinge aus Gaza kommen würden, würde das auch eine Überlastung unseres Schulsystems bedeuten. Das würde eine Überlastung unserer Wohnungssituation bedeuten. Das haben wir gerade gehört, dass wir keinen Wohnraum haben. Ja, Sie haben eine Million Wohnberechtigungsscheininhaber, aber nur 100.000 Sozialwohnungen. Also schon da müssten Sie selber als Linke sehen, das war Ihr Antrag vorher, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber mit dem Rechnen funktioniert es offensichtlich nicht. Mein Kollege hat Ihnen das gesagt. Darum geben wir Ihnen unseren Antrag als Arbeitshinweis, damit Sie diese vernünftige Politik machen und endlich keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Denn wenn man keinen Platz in seiner Wohnung hat, kann man keine Gäste holen. Und wir möchten, dass die Berliner Bevölkerung geschützt wird und dass jeder sich auch abends und auch nachts in Berlin sicher auf Berlins Straßen bewegen kann. Herzlichen Dank. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Kollege Dregger das Wort. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In der Tat sind das Fragen, harte Fragen über das Schicksal von Menschen. Und ich möchte auch Sie, Kolleginnen und Kollegen von der AfD-Fraktion, Ihnen doch anraten, dass auch Sie etwas Empathie zeigen. Ich glaube, dass die meisten hier in diesem Hause Mitgefühl haben mit allen, die den Angriffskrieg der Hamas nicht gewollt, nicht begonnen und nicht unterstützt haben, aber zu seinen Opfern werden, darunter viele Frauen und Kinder in Israel, aber auch im Gazastreifen. Natürlich frage ich mich und fragen alle Deutschen mit Empathie für Kriegsopfer. Können wir etwas tun, um diese Not im Nahen Osten zu lindern? Und was würde überhaupt helfen in der gegenwärtigen Situation? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, Ihnen ist ja in Ihrem Antrag nicht gerade viel eingefallen. Sie beschränken sich auf Ihre langjährigen Stereotypen. Sie schüren Ängste vor nicht vorhandenen Flüchtlingsströmen aus dem Gazastreifen. Sie warnen vor Berliner Landesprogrammen zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, obwohl die weder geplant noch existent sind. Und das besonders Kritikwürdige ist, dass Sie keinen einzigen konstruktiven Gedanken darauf verwenden, wie etwaige Flüchtlingsströme vermieden werden könnten. Bis zum heutigen Tage haben Sie in der gesamten mehrjährigen Flüchtlingsdebatte nicht einen einzigen konstruktiven Vorschlag gemacht. Sie beschränken sich darauf, das Klagelied anzustimmen, aber Sie haben keinerlei politische Gestaltungskraft, irgendetwas zu verändern, meine Damen und Herren. Sie hätten noch einmal einen konstruktiven Vorschlag machen können, zum Beispiel, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, dass diejenigen Staaten etwaige Gazaflüchtlinge aufnehmen, die wie der türkische Präsident in völliger Verdrehung der Realität die terroristische Hamas als Freiheitskämpfer glorifiziert. Diese Erklärung des türkischen Präsidenten war doch eine Einladung an etwaige Flüchtlinge aus dem Gazastreifen. Sie hätten auch vorschlagen können, dass Katar oder die anderen Finanziers des Hamas-Terrors erstmals etwas für die Palästinenser tun. Sie haben nichts dergleichen vorgeschlagen. Ihr Antrag enthält nur Destruktives, die Bundesregierung soll machen, aber Sie haben keinen Plan, wie das überhaupt möglich ist. Sie sind nur am Jammern und am schlechte Stimmung verbreiten, aber Sie haben keine konstruktiven Ansätze. Und das geht mir langsam über die Hutschnur. Frau Präsidentin, bitte noch einen Satz. Wir als Union und auch als Koalition werden hingegen alle rechtsstaatlichen Mittel konsequent nutzen, um illegale Migration zu unterbinden. Und dass das funktioniert, hat gezeigt, dass die Bundesinnenministerin Feser nach langem Widerstreben, muss man sagen, die Forderung von CDU und CSU nach Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz umgesetzt hat. Laut Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums vom 15.12.2023 ist die Zahl der unerlaubten Einreisen bundesweit um mehr als 60 Prozent von über 20.000 monatlich auf 7.300 zurückgegangen. 340 Schleuser sind festgenommen worden. Und deswegen sage ich Ihnen, rechtsstaatliche, regelbasierte Migrationspolitik führt zu Ergebnissen und das ist der Weg der Vernunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Franco jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Grundgesetzes. Wieder einmal ein Antrag gegen Flüchtlinge der AfD, der sämtliche Werte unseres demokratischen Fundaments infrage stellt. Das Recht auf Schutz vor politischer Verfolgung, Krieg und Tod ist ein Grundrecht. Ein Grundrecht, das als Lehre des Zweiten Weltkriegs in unserem Grundgesetz verankert wurde. Genauso in internationalen Verträgen. Wenn Regime, Diktaturen oder Terroristen ihr Volk in Geiselhaft nehmen, dann ist es unsere verfassungsrechtliche Pflicht, Menschen Schutz und Sicherheit zu bieten, meine Damen und Herren. Doch wieder einmal verdrehen die Freunde des Faschismus von rechts außen dieses Schutzversprechen und machen Opfer zu Tätern. Allen demokratischen Fraktionen in diesem Haus ist doch klar, die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie hat mit ihrer antisemitischen Ideologie Israel und alle Jüdinnen und Juden angegriffen. Sie will die Vernichtung Israels. Es ist nicht nur unsere Staatsressort, sondern genauso das Menschenrecht auf Menschenwürde, dass wir das als internationale Gemeinschaft nicht zulassen werden. Genauso wenig dürfen wir zulassen, dass die Hamas die Menschen in Gaza in Geiselhaft nimmt. Doch genau das ist, was die Hamas macht. Sie benutzt Krankenhäuser, alte Frauen und Kinder und jüdische Geiseln als Schutzschild. Es gilt, die Hamas zu besiegen und die Menschen in Gaza von dieser Terrorherrschaft zu befreien. Und genauso gilt es, zivile Opfer zu verhindern und sie zu schützen. Deshalb ist es nur konsequent und doch auch der Inbegriff des individuellen Anspruchs auf Asyl, dass jeder Asylantrag, ob aus Syrien, Afghanistan, Libyen oder auch von Menschen aus dem Graserstreifen, geprüft wird. Es wird geprüft, ob Schutzgründe vorliegen und anhand dessen wird dann auch entschieden. Das ist der Kern des Asylrechts. Doch genau das stellen Sie heute wieder einmal in Frage. Was Sie zudem schlicht ignorieren, kein einziger Geflüchteter konnte bislang aus Gaza fliehen, weil die Grenzen dicht sind. Was Sie hier machen, ist billige Stimmungsmache. Schämen Sie sich dafür. Wissen Sie was? Ich bin es auch leid, dass Sie hier im Parlament für Ihre verfassungsfeindlichen Parolen die Bühne bekommen. Ihnen geht es doch gar nicht darum, Menschen zu schützen, weder in Israel noch die zivilen Opfer in Gaza, noch irgendjemanden in Deutschland, der zwischen 1933 und 1945 in diesem Land nicht überlebt hätte. Was Sie wollen, das ist die Abschaffung des Asylrechts. Es ist ganz klar, Sie sehen jeden Ausländer als Gefahr. Dabei sind Sie selbst die größte Gefahr für unsere Demokratie, unsere Werte und unsere Sicherheit. Dass Sie in Ihrem Antrag übrigens die gesamte palästinensische Gemeinde, also 40.000 Menschen in dieser Stadt, zur Zielscheibe machen, zeigt, dass es Ihnen in dieser Stadt nicht um Zusammenhalt, nicht um Dialog und erst recht nicht um Versöhnung geht. Niemand streitet doch ab, dass Straftaten, auch solche auf Demonstrationen verfolgt werden müssen. Antisemitismus wird nicht geduldet. Und zwar egal aus welcher Ecke und auch nicht, wenn er aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft kommt. Rechtsextremismus hingegen ist und bleibt die größte Quelle von Antisemitismus. Ich erinnere an den Anschlag von Halle. Erst vor einer Woche wurde ein Rechtsextremer in Bayern wegen eines Brandanschlags auf eine Synagoge in der Silvesternacht 2022 verurteilt. Es sind die Rechten, die das Gift des Rassismus in diesem Land verteilen. Die Folge war dann nicht erst der Anschlag in Hanau. Über 200 Morde seit 1990 in ganz Deutschland. Mölln, Solingen, der Terror des NSU, Anschläge auf Flüchtlingsheime, das ist die Realität. Die Ideologie der AfD bedroht die Demokratie und sie ist spürbar und real für alle Menschen, die diskriminiert, ausgegrenzt und marginalisiert werden. Kurzum all diejenigen, die auch die AfD parlamentarisch bekämpft. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Grund, wieso Sie und Ihre Anträge in diesem Parlament und auch in keinem anderen Parlament etwas verloren haben. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Dörstelmann jetzt das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Bilder, die uns erreicht haben am 7. Oktober, haben sich eingebrannt, glaube ich, in jedes Gedächtnis, so wie damals bei 9-11. Und eins ist klar, Israel wollte diesen Krieg nicht, aber Israel muss sich verteidigen und es hat von seinem Recht auf Verteidigung Gebrauch gemacht. Meine Damen und Herren, der Krieg ist das letzte Mittel und es ist sicherlich eine fürchterliche Wahl, die man treffen muss. Israel ist eine liberale Demokratie und es schuldet seinen Bürgern Schutz und es schuldet den Geiseln, die immer noch in der Geiselhaft der Hamas sind, das Bemühen, sie zu befreien. Und damit sind wir, glaube ich, beim entscheidenden Punkt. Israel führt richtigerweise einen Krieg, einen Krieg gegen eine Terrororganisation, die auf der ganzen Welt geächtet ist. Meine Damen und Herren, in diesem Kontext diesen Antrag zu stellen, ist hochproblematisch. Er suggeriert, dass aus diesem Kontext heraus massenweise Terroristen jetzt nach Berlin kommen. Das ist ja der Ansatzpunkt, mit dem Sie eine gewisse Stimmung erzeugen wollen. Meine Damen und Herren, ein solcher Antrag zielt auch an den Tatsachen vorbei. Ich darf Sie verweisen auf die Stellungnahme vom Staatssekretär des Inneren, Mahmoud Özdemir, vom 01.11. vergangenen Jahres. Er hat sich darin klar zu den Plänen des Bundes geäußert. Und ich darf Sie darauf verweisen, dass wir keine Landesaufnahmeprogramme derzeit haben, die Sie hier an die Wand malen. Und ich darf Ihnen als Drittes sagen, und Herr Kollege Franco hat das vorhin sehr, sehr gut herausgearbeitet, die Hamas ist nicht nur Terrororganisation. Die Hamas ist in Gaza auch Regime. Und wenn Sie dort alle Menschen, die von diesem Regime betroffen sind, gleichsetzen und wenn Sie daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass jede Humanität, und Herr Kollege Dregger hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dort sind Frauen mit Kindern auf der Flucht, vielleicht verletzten Kindern. Wenn Sie von vornherein mit einem solchen Antrag jede humanitäre Geste ausschließen wollen, dann muss man diesen Antrag ablehnen. Er ist völlig indiskutabel an dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Kollege. Und für die Linksfraktion hat der Kollege Schrader jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja heute in der Aktuellen Stunde über die Bedrohung von rechts geredet. Und dieser Antrag ist ein Paradebeispiel für diese Bedrohung. Weil besser hätte die AfD die Verachtung für Humanität, die unsere verfassungsmäßige Ordnung prägt, nicht zur Geltung bringen können. Wir haben ein Grundgesetz, das gilt. Wir haben eine Genfer Flüchtlingskonvention, die gilt. Wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention, die gilt. Und das bedeutet einfach, es gibt ein Asylrecht für politisch Verfolgte. Es gibt den Schutz für Menschen aus Kriegsgebieten. Wir schützen Menschenleben in diesem Land. Und es gibt eine Prüfung ohne Ansicht der Person, egal ob jemand aus Gaza kommt oder sonst woher. Und dass sie das einfach außer Kraft setzen wollen, weil sie einem Volk pauschal Antisemitismus oder sogar Terrorismus unterstellt. Das ist wirklich blanker, widerlicher Rassismus. Und es ist natürlich auch blanker Hohn, dass ausgerechnet Sie sich hier als Vorkämpfer gegen Antisemitismus aufspielen. Gerade in dieser Situation, nach dieser schrecklichen Überfeier am 7. Oktober, in der Jüdinnen und Juden wieder an Auswanderung denken. Aber sie denken insbesondere auch daran, wenn die AfD wieder an die Macht kommen sollte. Der Antrag an Auswanderung denken Sie, wenn Sie an die Macht kommen sollen. Genau. Finden Sie witzig. Interessant. Es ist außerdem ein Paradebeispiel, leider auch für den Umgang, wie in unserer politischen Landschaft häufig mit den Forderungen von Extremrechts umgegangen wird. Wir haben ja auch in der Aktuellen Stunde darüber gesprochen, dass wir jetzt wirklich alle, alle demokratischen Kräfte gemeinsam entgegenstehen müssen gegen die Bedrohung eines neuen Faschismus. Da müssen wir zusammenstehen. So, aber jetzt gucken wir mal, wer einer der Ersten war, der diese Forderung aus Gaza, niemanden aufzunehmen, übernommen hat. Das war Friedrich Merz, Herr Dräger. Sie klangen hier ein bisschen anders, aber Friedrich Merz hat das sofort übernommen und zwar exakt mit der gleichen Begründung wie die AfD. Und da frage ich mich echt, was ist das für eine Rückgratlosigkeit, zu versuchen aus dieser schrecklichen Situation in Gaza auch noch politisches Kapital zu schlagen. Das ist wirklich armseliger Opportunismus. Und ich appelliere an Sie, wir brauchen die konservativen Kräfte für den Schutz unserer Demokratie. Ja, aber manchmal denken, ah wirklich, die haben nicht kapiert, worauf es ankommt. Weil es kommt darauf an, gegen die AfD den Rücken gerade zu machen, aufzustehen, zu widersprechen und nicht die Forderung zu übernehmen, liebe CDU. Also machen Sie das wenigstens hier. Und was kontrakariert diese Forderung? Natürlich auch das Eintreten gegen tatsächlichen Antisemitismus. Ist doch klar, wir haben hier in Berlin eine sehr große Community von Menschen mit palästinensischen Wurzeln. Hier ist ihre Heimat. Viele davon sind Deutsche. Einer davon ist hier Fraktionsvorsitzender in diesem Haus. Ja, und viele trauern jetzt und sind in Angst um ihre Angehörigen in Gaza oder in den palästinensischen Gebieten. Und sie haben das Recht dazu, zu trauern und Angst zu haben und das nach außen zu tragen. Und denen allen pauschal Antisemitismus zu unterstellen, das spaltet, das seht Hass und verstellt den Blick auf den tatsächlichen Antisemitismus. Ob der jetzt von Hamas kommt oder sonst woher, den müssen wir bekämpfen. Aber mit rassistischen Zuschreibungen erreichen Sie exakt das Gegenteil. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung. Widerspruch hierzu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Dann darf ich noch nachliefern die Ergebnisse zur Wahl zum Punkt 8 der Tagesordnung. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Als Mitglied war vorgeschlagen der Abgeordnete Carsten Woldeit, abgegebene Stimmen 145, ungültige 6, 16 Ja-Stimmen, 118 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Damit ist Herr Woldeit nicht gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied war vorgeschlagen die Abgeordnete Janett Aurich, ebenfalls 145 abgegebene Stimmen, 6 ungültige, 16 Ja-Stimmen, 117 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen. Damit ist auch Frau Aurich nicht gewählt. Tagesordnungspunkt 38 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Grüne unter der Nummer 3.2. Die Tagesordnungspunkte 39 bis 42 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 43 war Priorität der Fraktion der CDU unter der Nummer 3.5. Die Tagesordnungspunkte 44 bis 46 stehen wiederum auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 47. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19-1389, überflüssige Umweltzone abschaffen. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Wiedenhaupt. Bitte schön. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, heute spreche ich über einen wesentlichen Schritt zu einer effizienteren und bürgernäheren Berlin, die Abschaffung der überflüssigen Umweltzone. Und es ist an sich schon fragwürdig, ob Umweltzonen überhaupt einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten können. Denn ob sich die Luftqualität in Berlin, in Berlin-Brandenburg, wesentlich verbessern kann, wenn wir eine lokale Maßnahme haben, das ist schon praktisch kaum möglich. Und wer sich angeschaut hat, die kurzfristige Verschlechterung der Luft vor wenigen Wochen, der hat ja wieder mitbekommen, dass es nicht am Meer Autofahren lag, sondern an witterungsbedingten Dingen. Anfang Dezember, der Wind drehte in südöstliche Richtung. Dort kam er her und brachte Emissionsartikel aus Kohle und Holzverbrennung aus Tschechien und aus Polen nach Berlin und hat diese Verschlechterung gebracht. Das waren keine Autos. Aber zusätzlich, meine Damen und Herren, und deshalb jetzt dieser Antrag, haben die Entwicklungen der letzten Jahre den Sinn von Umweltzonen überholt. Heute erfüllen über 90 Prozent, über 90 Prozent der Fahrzeuge in Berlin die erforderlichen Emissionsstandards. Diese Veränderung zeigt, dass die Umweltzone nicht länger eine Notwendigkeit ist, sondern vielmehr eine bürokratische Last. Weil mit der Umweltzone ein immenser bürokratischer Aufwand verbunden ist. Die Aufrechterhaltung der Zone bedeutet Kosten für Schilder, für Kontrollen, für Plaketten, für Verwaltung, Ressourcen, die wir besser für zukunftsweisende Umweltschutzmaßnahmen einsetzen sollten. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die Industrie- und Handelskammer die Stimme unserer Wirtschaft ebenfalls die Abschaffung dieser Zone unterstützt. Dies spiegelt das wachsende Bewusstsein wider, dass wir effektive Wege zum Umweltschutz beschreiten müssen, ohne unsere Wirtschaft unnötig zu belasten. Wenn aber 90 Prozent unserer Fahrzeuge die grüne Plakette besitzen, also berechtigt sind, in die Umweltzone zu fahren, dann ist klar, dass eine Aufhebung der Umweltzone auch nicht zu einer Verschlechterung der Luftqualität führen kann. Deshalb hat sich ja auch die Luftqualität in den Städten, in denen in den letzten Monaten und Jahren die Umweltzonen abgeschafft worden sind, nicht verschlechtert. Andere Städte wie Leipzig, Heilbronn haben es vorgemacht und Hannover schafft jetzt unter grüner Führung übrigens die Umweltzone ab. All das zeigt, dass es an der Zeit ist, alte Konzepte zu überdenken. Denn die Entscheidung des Umweltausschusses in Hannover, basierend auf der Erkenntnis, dass die Umweltzone keinen Mehrwert mehr bietet, sollte auch für uns Richtungswesen sein. Und es ist auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, denn jede Umweltzone bedeutet ja auch eine Einschränkung der Freiheit, der Freiheit des Autofahrers, eine Straße, die besteht, zu benutzen. Diese Verhältnismäßigkeit kann nicht mehr bestehen, wenn wir wissen, dass auf der anderen Seite kein Erfolg der Einträchtigung gegenübersteht. Wir als AfD-Fraktion fordern deshalb einen pragmatischen Umweltschutz, der auf aktuelle Gegebenheiten reagiert und unnötige Belastungen für Bürger und Wirtschaft vermeidet. Durch die Abschaffung der Umweltzone können wir einen Schritt hin zu einem schlankeren, effizienteren Staat machen, der seine Mittel gezielt und sinnvoll einsetzt. Und Schilder, Plaketten, zusätzliche, unnütze Verwaltungsvorgänge werden dann der Vergangenheit angehören. Ich bitte Sie daher, diesen Antrag zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine moderne, effektive Umweltpolitik stimmen, die wirklich dem Wohl unserer Stadt und ihrer Bürger dient. Und lassen Sie uns einen Schritt zur Entbürokratisierung gehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf spannende Diskussionen. Danke. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Kraft jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, Herr Wiedenhaupt, das, was Sie gesagt haben, das klang ja alles erstmal ein Stück weit nachvollziehbar. Aber wie häufig mit AfD-Anträgen so einfach ist die Welt nicht, wie Sie die hier gerade mal darstellen. Die Umweltzone ist Bestandteil oder ist auf der Grundlage von § 40 Absatz 1 des Bundesemissionsschutzgesetzes zu errichten. Und sie hat, wenn man zurückblickt, sicherlich dazu geführt, dass die Antriebe moderner wurden und damit die Schadstoffemissionen sich auch reduziert haben. Und nach wie vor trägt die Umweltzone gerade in Berlin dazu bei, dass die vielfache Belastung gerade im innerstädtischen Bereich mit Stickoxid, mit Kohlendioxid, mit Feinstaub und mit Treibhausgasen deutlich reduziert wurde. Und, und jetzt kommen wir mal ein bisschen wieder zu den Fakten, wenn Sie sich die Ergebnisse der jüngsten Messungen und Untersuchungen anschauen, dann ist nach wie vor an vielen Messstationen in Berlin, und hier ist der entscheidende Unterschied zu Hannover, der Grenzwert nur sehr, sehr knapp unterschritten, teilweise nur um ein Mikrogramm. Ein Mikrogramm, 40 sind zulässig. Also ein Vierzigstel würde ausreichen, um noch drastischere Maßnahmen dann erlassen zu müssen. Und der Luftreinhalteplan hat eine Bindungswirkung. Und die wurde gerade wieder festgestellt am 12.12.2023 vom Berliner Verwaltungsgericht. Und worauf basiert es alles? Diese Grenzwerte und die bundesrechtlichen Regelungen, das sind alles EU-Vorgaben. Und die können sich jederzeit ändern. Wenn die EU diese Grenzwerte ändern würde und wir jetzt die Umweltzone abschaffen würden, dann würde bürokratischer Aufwand entstehen, wenn wir sie dann nämlich wieder einführen müssten. Also, wie macht man es richtig? Was tut die Senatsverwaltung? Es wird gerade an einer Novelle des Luftreinhalteplans gearbeitet. Der soll Mitte 24 vorliegen. Da wird eine regelmäßige Überprüfung der Umweltzone festgeschrieben. Und dann kann man, ohne den Luftreinhalteplan zu ändern und ohne großen Aufwand, kann man tatsächlich an den Stellen, wo es dann sinnvoll und notwendig ist, auch die Umweltzone abschaffen. Das ist der richtige Weg. Und ich will noch mal darauf eingehen, was passiert, wenn man sich den Weg so einfach macht, wie Sie es getan haben. Wir schaffen einfach mal irgendwas ab. Und jetzt ändern sich irgendwelche Rahmenbedingungen. Sie haben Einträge von anderen Emissionen. Da unterscheiden übrigens die Messstationen ja nicht so. Sie haben Änderungen der Grenzwerte. Sie haben Änderungen des Bundesemissionsschutzgesetzes. Alles nicht in unserer Macht. Alles nicht, was hier in diesem Hause entschieden wird. Dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, weil so gibt es die bundesgesetzliche Regelung dann eben vor, um die Vorgaben für die Luftreinhaltung zu erfüllen. Das heißt, es wären andere Maßnahmen notwendig. Beispielsweise müsste man dann darüber nachdenken, ob man auf noch mehr Hauptstraßen in dieser Stadt Tempo 30 einführt. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist nicht Position der CDU. Wir wollen leistungsfähige Hauptstraßen. Wir wollen Tempo 50 auf Hauptstraßen. Und das soll auch sicher sein. Und deshalb kann die Umweltzone so zumindest, wie Sie es vorschlagen, jetzt nicht abgeschafft werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Kappek jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Liebe Herr Kraft, ich habe im Vorfeld tatsächlich darüber nachgedacht, wie ich diese Rede beginne. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass Sie Ihre Rede anders beginnen, als Sie das sonst bei AfD-Anträgen tun. Und leider haben Sie es nicht getan. Denn wir hatten jetzt in den letzten Monaten immer wieder Anträge zu verkehrspolitischen Themen, die die AfD hier vorgetragen hat. Und jedes Mal haben Sie damit angefangen, erst mal Verständnis zum Ausdruck zu bringen. Und auch heute waren Ihre Worte, klingt ja erst mal vernünftig. Und ich möchte das angesichts der heutigen übergeordneten Thematik doch einmal ansprechen. Ich vermute, Sie meinen das nicht mal böse. Und nichtsdestotrotz hat heute Morgen der regierende Bürgermeister gesagt, wehret den Anfängen, die größte Gefahr für unsere Demokratie und für Deutschland geht von Rechtsextremen wie von der AfD aus. Und ich fand schon bemerkenswert tatsächlich, wer geklatscht hat und wer nicht. Aber die Frage ist ja trotz alledem, was muss passieren, damit auch wirklich der letzte Abgeordnete in diesem Haus eine eindeutige Brandmauer gegen Recht zieht und wir uns alle samt parteiübergreifend darin verständigen, dass wir unsere Demokratie auf immer verteidigen gegen all diejenigen, die unser Grundrecht infrage stellen. Und insofern möchte ich dann doch mal auf unsere deutsche Gesetzgebung zurückkommen. Es ist nicht nur so, dass sich die Umweltzone an Grenzwerten des Bundesemissionsschutzgesetzes orientiert, sondern sie schafft auch einheitliche und klare Regeln für die Wirtschaft. Denn tatsächlich ist das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren kann, wenn es einen Flickenteppich an Regulierungen gibt. Es spielt nicht mehr eine große Rolle, ob wir an dieser Stelle eine grüne, eine blaue oder vielleicht demnächst eine pinke Plakette mit noch strengeren Grenzwerten auf den Weg bringen, solange diese Regeln für alle gelten. Und genau das ist hier der Vorteil. Aber ich möchte, und da Sie die IHK fälschlicher und skandalöserweise hier so falsch zitiert haben, auch an der Stelle noch einmal auf den Sinn, auf den Grundgedanken der Umweltzone zu sprechen kommen, nämlich die Tatsache, dass hier nicht darum geht, irgendwen zu gängeln oder irgendwem ein Schild vor die Nase zu stellen, sondern es geht, meine Damen und Herren, um den Schutz der Gesundheit der Menschen, die in Berlin leben. Denn, und das drücken diese Plaketten aus, das drücken diese Grenzwerte im Bundesemissionsschutzgesetz aus, Es geht um die Frage, ob Menschen nachts schlafen können oder ob die Lärmbelastung gemessen in Dezibel so hoch ist, dass ich nachts kein Auge zubekomme. Und die Wissenschaft, ich weiß, nicht für jeden relevant, für uns schon, weist nach, dass wenn ich auf die Dauer nächtlichen Lärm ertragen muss, dass nicht nur gesundheitliche, sondern irgendwann auch psychische, schwere Schäden hinterlassen kann. Das Gleiche gilt für das Thema Luftreinhaltung und die Frage, was es bedeutet, wenn ich permanent eine zu hohe Feinstaub-, Stickoxid- oder CO2-Belastung in der Luft habe. Insofern finde ich es schon einigermaßen vermessen, sich immer wieder hier vorne hinzustellen und für die Interessen unserer Stadt sprechen zu wollen und gleichzeitig aber hier mit diesem Antrag zu demonstrieren, wie sehr sie die Menschen in dieser Stadt hassen, weil sie Politik gegen die Gesundheit und gegen die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner auf den Weg bringen wollen. Und jetzt muss ich leider doch noch mal einen Bogen ziehen, weil Sie, Herr Wienerhaupt, haben ja hier auch schon mal einen Antrag zum Thema Tempo 50 auf Hauptverkehrsstraßen auf den Weg gebracht. Genau das ist eben das Gegenteil von mehr Gesundheit. Denn nachweislich führt der Unterschied zwischen Tempo 30 und Tempo 50 zu was? Genau mehr Lärm, mehr Feinstoff, mehr Stickstoffoxid und am Ende zu weniger Gesundheit. Aber abgesehen von weniger Gesundheit und der Tatsache, dass Sie die Menschen damit krank machen, führt es auch zu weniger Sicherheit. Und wir haben alleine in diesem Jahr den traurigen Rekord von bereits fünf Menschen, die ums Leben gekommen sind auf Berliner Straßen, Opfer vom Berliner Straßenverkehr. Gestern hat Senatorin Schreiner im Ausschuss sich eine Verknüpfung zwischen Tempo 50 und Verkehrstoten verboten. Excuse me. Wir hatten im Dezember eine Anhörung im Mobilitätsausschuss, wo Herr Brockmann, Ihnen allen sehr bekannt, Leiter der Unfallforschung, uns noch mal dargelegt hat, welchen Effekt auf die Gefahr für Leib und Leben auf der Straße es hat, wenn es mehr Kmh als Regelgeschwindigkeit in Berlin geben wird. Und vor diesem Hintergrund, wieder besseren Wissens, gegen alle Vernunft, hier sich für ein Tempo 50 auf Antrag der AfD stark zu machen, finde ich ein starkes Stück. Und deshalb sagen wir ganz klar nicht nur Nein zur AfD, sondern wir sagen auch Nein gegen jede Maßnahme, die die Gesundheit und die Sicherheit unserer Berlinerinnen und Berliner gefährdet. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Schopf das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen über einen Antrag, der zwar nur einen einzigen Satz enthält, zu dem es aber doch einiges mehr zu sagen gibt. Aber nicht nur die Forderung ist hier ziemlich schmal, die Begründung ist es auch. Die Umweltzone umfasst knapp 10 Prozent des gesamten Stadtgebietes. Dort leben rund eine Million Menschen, also knapp ein Viertel der Berlinerinnen und Berliner. 2008 wurde die Umweltzone eingerichtet, um die Belastung der Luft mit Feinstock und Stickoxiden zu verringern. Dies geschah aus Gründen, meine Vorgängerin hat das ja ausgeführt, Dies geschah aus Gründen des Gesundheitsschutzes, nachdem in den Jahren 2002 bis 2006 die Grenzwerte in allen größeren Straßen überschritten wurden. In der Begründung Ihres Antrages, Herr Wiedenhaupt, haben Sie die Frage untergebracht, ob es sich bei der Umweltzone überhaupt um eine sinnvolle Maßnahme gehandelt hat. Und da sage ich Ihnen ganz klar, der Gesundheitsschutz der Menschen ist nicht nur sinnvoll, er ist sogar auch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Insofern ein Dank an Sie, dass Sie es selbst sind, die deutlich machen, welchen Stellenwert Sie der Gesundheit der Menschen im Land Berlin beimessen. Wir halten die Grenzwerte ein und das ist ein Erfolg. Für Sie ist das aber Grund genug, zu alten Verhältnissen zurückzukehren. Natürlich sollte man ab und an auch mal in den Rückspiegel schauen. Und ich weiß, das macht Ihre Partei, das machen Sie sehr gern, nicht nur in Berlin, auch in Potsdam. Aber man schaut zurück, um aus Fehlern zu lernen und nicht, um sie zu wiederholen. Was Sie hier vorlegen, ist eine Milchmädchenrechnung, frei nach dem Motto, die Werte sind wieder im grünen Bereich, also legen wir den Rückwärtsgang ein. Aber unser Anspruch ist ein anderer, nämlich das Erreichte zu erhalten. Die meisten Fahrzeuge haben heute die grüne Plakette und die Verkehrssenatorin Schreiner hat es im November in einem Interview auf den Punkt gebracht. Sie sagte nämlich, dass das nicht bedeutet, dass die übrigen Fahrzeuge irrelevant seien. Mehr noch, sie verwies darauf, dass wenn eine größere Zahl von Fahrzeugen ohne grüne Plakette einfahren würden, eine gute Verdoppelung des Schadstoffausstoßes in der Umweltzone möglich wäre. Sie weisen, Herr Wiedenhaupt, in Ihrem Antrag auf die Abschaffung der Umweltzone in Leipzig, Hannover und Heilbronn hin. Das haben Sie auch in Ihrem Redebeitrag gerade zum Ausdruck gebracht. Schauen wir doch mal genauer hin in diese Städte. Leipzig, Fehlanzeige, keine Abschaffung der Umweltzone. Das dortige Umweltamt prüft nämlich noch. Hannover, Fehlanzeige, keine Abschaffung, keine Zustimmung durch den Rat der Landeshauptstadt vor kurzem. Heilbronn, stimmt, da haben Sie einen Punkt, da gibt es keine Umweltzone mehr. Dafür gibt es aber Tempo 40 in der Innenstadt und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Keine Zwischenfrage, unangeachtet dessen, das Europäische Parlament hat im September für strengere Grenzwerte ab 2035 gestimmt und sich dabei den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO angeschlossen. Würden die Werte eingehalten, ließe sich in Deutschland rund 30.000 Todesfälle durch Feinstaub und etwa 10.000 Todesfälle durch Stickoxide vermeiden. Würden die Grenzwerte der WHO bereits heute gelten, würden sie in keiner Umweltzone in Deutschland eingehalten werden. Und das sagt doch alles. Und ich denke, Herr Wiedenhaupt, Sie sehen ja auch hier anhand der Redebeiträge, dass Sie für diesen, für Ihren Antrag hier im Plenum keine Mehrheit erhalten werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Linksfraktion hat die Abgeordnete Genbuk jetzt das Wort. Ja, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner, 15 Jahre nachdem die Umweltzone eingeführt wurde, debattieren wir heute darüber. Und das ist ein guter Anlass, nochmal daran zu erinnern, dass es eine linke Umweltsenatorin war, die damals die Umweltzone für Berlin eingeführt hat, gegen alle Widerstände und damit Berlin Vorreiterin wurde und das erste Bundesland, das diese eingeführt hat. Das ist eine gute Sache. Und ich sage Ihnen auch, genau, ich sage Ihnen nämlich auch nochmal, warum. Wir Linke machen ja Politik für die Menschen, die wenig Geld haben. Und es ist vielleicht den Rechten in diesem Parlament noch nicht aufgefallen, aber nachweislich leben insbesondere an den Hauptverkehrsstraßen in dieser Stadt die Menschen mit dem wenigsten Geld. Das ist also eine Frage der Umweltgerechtigkeit. Und da kann man auch mal einen Blick in den Umweltgerechtigkeitsatlas werfen. Da wird man auch schlauer in der Sache. Es geht also um den Schutz der Gesundheit. Das hat meine Kollegin Antje Kappek von den Grünen jetzt schon gesagt. Es geht darum, den Feinstaub zu reduzieren. Und deswegen ist es natürlich besonders bitter, dass hier die Klimaleugnerpartei mit den Faschisten so einen Antrag stellt und wir uns darüber jetzt ernsthaft auseinandersetzen müssen. Na gut, dann versuchen wir das mal. Also ich habe dann nochmal die Parlamentsdokumentation durchforstet und dachte, ich gucke nochmal, wann das letzte Mal diese Partei oder auch andere zu dem Thema aktiv geworden sind. Das war also relativ übersichtlich. Sie legen uns also hier so einen Antrag vor, den Sie vielleicht unter dem Weihnachtsbaum kurz mal dahin geklatscht haben. Das ist schon ein bisschen eine Zumutung, wie Sie uns hier sozusagen mit so einem Einpunktantrag beschäftigen, der in der Sache völlig weltfremd ist. Die Recherche ergab auch, dass also in anderen Bundesländern auch die FDP sich in der Sache auf den Weg gemacht hat. Na klar, Autofahrerparteien United, so sieht die Sache aus. Man kann dazu nur sagen, was Sie hier für eine Debatten vom Zaun brechen, ohne zuvor in den Fachausschüssen auch nur mal über den Luftreinhalteplan zu sprechen, über den Umweltgerechtigkeitsatlas und die ganze Frage zu stellen, wie denn die Umweltzone inzwischen völlig verwoben ist, auch mit der Frage, wie wir hier die Stadt sozial und ökologisch weiterentwickeln, das zeigt, dass Sie also an der Sache, also irgendwie sich auch einen Witz daraus machen, was wir hier im Parlament diskutieren. Es ist wirklich einfach nur abscheulich. Sie sagten jetzt in der Begründung, eine lokale Maßnahme reicht nicht aus. Also die Umweltzone als eine lokale Maßnahme zu beschreiben, ist schon wirklich ein bisschen unterkomplex. Und ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, dass ausgerechnet die Partei, die hier umfangreiche Deportationspläne mit erarbeitet, hier immer von Bürokratieabbau spricht. Das kann man einfach auch wirklich, muss man einfach noch mal klar betonen. Und auch die Argumentation, dass ja hier irgendwie eine Maßnahme für den schlanken Staat, ist einfach nur abenteuerlich. Ich will sagen, das Reichste, ein Prozent, produziert laut Oxfam so viel CO2 wie die ärmsten zwei Drittel zusammen. Ich finde, wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir die Menschen, die am wenigsten haben, entlasten und auch schützen, deren Gesundheit schützen und die Reichsten da zur Kasse bitten und an der gerechten Klimapolitik beteiligen. Das heißt, zumindest mal Privatjets zu verbieten. Da haben wir Ihnen sozusagen auch dem nächsten Antrag vorgelegt. Das ist natürlich die Frage des Tempolimits. Auch darauf wurde in der Debatte schon eingegangen. Es kann natürlich nicht sein, Frau Schreiner, dass Sie jetzt hier sich auch daran beteiligen, das Tempo von 30 auf 50 zu erhöhen. Das ist eine Frage der Umweltgerechtigkeit. Und am Ende des Tages freuen wir uns alle gemeinsam schon auf den anstehenden Volksentscheid Berlin autofrei, denn auch da geht es natürlich um die Frage der Umweltgerechtigkeit, der sozialen und ökologischen Teilhabe in Berlin und eine Zukunft für die Stadt über das Auto hinaus. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr sowie mitberatend an den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann können wir so verfahren. Die Tagesordnungspunkte 48 und 49 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne, Drucksache 19-1393. Menschen mit körperlichen Behinderungen nicht auf der Straße lassen. Endlich eine inklusive und pflegeorientierte 24-7-Unterkunft einrichten. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Grüne und hier der Kollege Kurb. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Erinnern Sie sich noch, was Sie vor knapp einem halben Jahr gemacht haben? Ich erinnere mich noch gut daran, was am 15. August letzten Jahres passiert ist. Denn dieser Tag war anders. Das war ein Mittwoch in den Sommerferien, wo ich morgens ins Büro gefahren bin und am U-Bahnhof Berliner Straße auf die U9 wartete. Ganz vertieft in die Gedanken und mit Musik auf dem Ohr hörte ich plötzlich einen großen Knall und Geschrei auf dem Bahnhof. Ein obdachloser Mann, der im Rollstuhl sitzt, ist mit dem Rollstuhl in die Gleise gefallen. Und die U-Bahn-Anzeige sagte, dass die Bahn in den nächsten drei Minuten kommen würde. Drei Minuten, die beim Menschenleben entscheiden. Drei quälende Minuten, die wie ein Wettlauf gegen die Zeit waren. Alle Fahrgäste, inklusive meiner Wenigkeit, die dort am Bahnsteig standen, handelten sofort. Wir zogen die Notbremse für einfahrende Züge, benutzten die Notrufsäule, stiegen auf die Gleisflächen, um den Mann mit dem Rollstuhl da rauszuholen und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Dieser Tag war für mich ein großer Schock und hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Weil er mir und das, obwohl wir hier regelmäßig uns mit der Situation Obdachlose am Parlament beschäftigen, nochmals deutlich vor Augen führte, welchen Gefahren Obdachlose und gerade diejenigen im Rollstuhl ausgesetzt sind. Ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn in dem Moment keine Fahrgäste auf dem Bahnsteig gewesen wären oder es nachts passiert wäre. Und auch bleibt von diesem Tag bei mir eine tiefe Dankbarkeit für das gemeinschaftliche Handeln der Fahrgäste. Diese Menschen, die sich nicht mehr kennen und alle in dem Moment nur zufällig dort waren, haben Zivilcourage bewiesen. Diese Menschen sind meine Helden. Obdachlos auf der Straße leben zu müssen, ist gerade jetzt bei diesen Minusgraden lebensgefährlich. Jedes Jahr bezahlen viele von Ihnen den harten Winter mit ihrem Leben. Nicht wenige andere ziehen sich massive Erfrierungen zu, die zur Amputation von Gliedmaßen führen können und sie dann im Rollstuhl landen. Damit das nicht passiert, gibt es in Berlin die Kälthilfe. Aber diejenigen von Ihnen, die an den Rollstuhl gebunden sind, sind hier von größtenteils ausgeschlossen, weil viele Kälthilfeeinrichtungen nicht barriereigestaltet sind. Das muss sich in Berlin ändern. Und sozu führt das alles, das führt dazu, dass diese Menschen sowohl tagsüber als auch nachts bei Minusgraden permanent unterwegs sein müssen, um nicht zu frieren. Das führt dazu, dass sie ein Mindestmaß an Körperpflege, und Körperpflege heißt auch Würde, oftmals nicht gewährleisten können und der Gang aufs Klo ein ganz normales menschliches Bedürfnis zu einer unerreichbaren Tortur wird. Das führt dazu, dass Obdachlose im Rollstuhl in Zeitlupe vor unser aller Augen verelenden. Wir sehen es alle doch jeden Tag, wenn wir in die U- und S-Bahn schauen. Damit muss endlich Schluss sein in Berlin. Denn wir haben eine Verantwortung. Eine Verantwortung gerade denjenigen gegenüber, die unter den Obdachlosen es am schwersten haben. Eine Verantwortung, ihnen zu helfen, damit Minusgrade nicht zur tödlichen Gefahr werden. Eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kältehilfe wirklich inklusiv gestaltet wird und niemanden ausschließt. Eine Verantwortung, jetzt alles dafür zu tun, dass Obdachlose im Rollstuhl Wärme und Schutz bekommen, statt Kälte und Verelendung ausgesetzt zu sein. Weil es um die Würde auch dieser Menschen geht und weil es in Berlin keine Obdachlosen erster und zweiter Klasse geben darf. Und deshalb fordern wir als Fraktion den Senat auf, eine inklusive 24-7-Unterkunft für rollstuhlfahrende Obdachlose und Obdachlose mit körperlichen Behinderungen einzurichten. Eine Unterkunft, die wirklich inklusiv gestaltet ist und wo rollstuhlfahrende Obdachlose 24 Stunden und sieben Tage die Woche echte Hilfe bekommen, um wieder Anschluss im Leben zu finden. Denn der Bedarf ist da. Die Stadtmission geht von bis zu 65 Obdachlosen in Berlin aus, die im Rollstuhl sitzen. Ihnen zu helfen, ist keine Frage des Geldes. Es ist ein Gebot des Anstands. Denn das Geld dafür ist da. Es ist eine Frage des politischen Willens. Im Landeshaushalt sind zwei Millionen Euro für eine zweite 24-7-Unterkunft etatisiert. Wir erwarten, dass diese Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen, Frau Sozialsenatorin. Ich nehme Sie beim Wort, dass Ihnen das Ziel, Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu überwinden, wirklich ein politisches Anliegen ist. Und daran werden wir Sie als Fraktion auch messen in dieser Wahlperiode. Und deshalb sage ich Ihnen, liefern Sie, sorgen Sie dafür, dass diese Mittel nicht dem Rotstift zum Opfer fallen. Schaffen Sie eine zweite inklusive 24-7-Unterkunft für Obdachlose, damit der Rollstuhl in Berlin kein Hindernis ist. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat dann der Kollege Wohlert das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen im Abgeordnetenhaus, sehr geehrte Damen und Herren. Im Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 sind für 24-7-Einrichtungen für Obdach- und wohnungslose Menschen 4,6 Millionen Euro vorgesehen. Es sind damit Mittel für zwei Unterkünfte vorhanden. Damit haben die Grünen recht. Zur Wahrheit gehört aber auch, ohne die neue schwarz-rote Koalition und den Einsatz der Sozialsenatorin wäre das nicht möglich gewesen. Die zuvor Linken geführte Senatsverwaltung, auch unterstützt durch die Grünen, hat es in der vergangenen Legislaturperiode versäumt, eine sichere Anschlussfinanzierung nach Auslaufen europäischer Mittel sicherzustellen. Nachdem die Berliner Stadtmission ihre 24-7-Unterkunft nicht fortführen konnte, soll nun ein Betreiber für eine zweite Unterkunft gefunden werden. Dazu will der Senat ein Interessensbekundungsverfahren einleiten und durchführen. Aber selbstverständlich muss bei mit Landesmitteln unterstützten Einrichtungen die Not obdachloser Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf in besonderem Maße berücksichtigt werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen auf der Straße verelenden oder gar erfrieren. Wir sollten uns deshalb bei unseren gemeinsamen Überlegungen nicht nur auf ein mögliches Angebot einer 24-7-Unterkunft mit besonderer Zielgruppe beschränken. Alle Notunterkünfte sollten im Idealfall barrierefrei zugänglich sein und eine medizinische Grundversorgung ermöglichen oder zumindest vermitteln können. Im Sozialausschuss müssen wir dieses Anliegen diskutieren und parteiübergreifend unterstützen. Vielen Dank. Für die Linksfraktion folgt dann die Kollegin Schubert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Grünen ist richtig und wichtig. Es ist Zeit, dass wir darüber diskutieren, dass es nicht nur um Obdachlose insgesamt gibt, sondern dass es sehr unterschiedliche Gruppen von obdachlosen Menschen gibt, die auch auf unterschiedliche Weise Unterstützung und Hilfe brauchen. Wir haben mittlerweile auch Familien, die auf der Straße leben müssen oder zumindest wohnungslos sind und die dringend Unterbringung brauchen. Wir haben viele alleinstehende Frauen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben als alleinstehende Männer. Und wir haben eben auch Menschen mit erheblichen körperlichen Einschränkungen und Rollstuhlfahrende. Und da haben wir ein noch größeres Problem, weil nicht alle Einrichtungen oder eigentlich fast keine Einrichtungen barrierefrei sind. Und das ist noch eine große Herausforderung. Die Stadtmission, Tarek Thailan Kurt hat es gesagt, hat gesagt, mindestens 65 rollstuhlfahrende Menschen sind ohne Obdachlose. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, weil das sind nur die 65, die sich bei der Stadtmission auch gemeldet haben. Das heißt, wir stehen hier tatsächlich vor einem richtig großen Problem, was sowohl in den Bezirken als auch hier angegangen werden muss. Das deutet aber auch auf ein Problem hin, was wir insgesamt auch im gesamten Wohnungsbau haben. Die Auseinandersetzung um die Barrierefreiheit von Wohnungen, die läuft ja noch. Und wenn Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder auf den Rollator schwer körperbeeinträchtigt sind, ihre Wohnung verlieren und keine neue finden, ja wo landen sie dann? Deswegen glaube ich, muss man da mehrere Hebel ansetzen, um Menschen, die beeinträchtigt sind, tatsächlich auch vernünftigen Wohnraum zuzuweisen. Dazu gehört die Bauordnung, wo die Barrierefreiheit verankert werden muss. Dazu gehört der Umbau bei Sanierungen, dass sie barrierefrei sind, damit die Menschen, die davon betroffen sind, neue Wohnungen finden können. Aber dazu gehört eben auch, dass die Angebote nicht nur in der Kältehilfe, sondern in der Wohnungslosenhilfe insgesamt auch barrierefrei und barrierefreier werden. Das ist zwingend. Und jetzt wird ja in Berlin auch einiges gemacht, übrigens auch schon vor diesem Senat. Und Herr Wollert, seien Sie ganz versichert, hätte es nicht diesen Regierungswechsel gegeben, wären die 24-7-Unterkünfte auch weitergeführt worden, weil die Finanzierung stand ja bis Ende November 2023. Und bekanntlich sind Sie seit erst, seit Ende, ich weiß gar nicht mehr, seit April jedenfalls im Amt. Also schmücken Sie sich mal nicht mit fremden Federn. Wir waren uns da jedenfalls sehr einig, dass diese 24-7-Unterkünfte, die als Modellprojekt unter Elke Breitenbach gestartet sind, die erwiesen haben, dass es sinnvolle Maßnahmen sind, um wohnungslosen Menschen einen Weg zurück in die Gesellschaft zu führen, um sie zu unterstützen, zu coachen, ihnen erst mal ein sicheres Zuhause zu geben und von da aus zurück auch in den Wohnungsmarkt, in den Arbeitsmarkt zu kommen, dass diese 24-7-Unterkünfte weiter vorangebracht werden. Und deswegen waren wir auch froh als Opposition, dass die zweite Unterkünfte etatisiert worden ist im Haushalt. Nun hat sich ergeben, dass diese zweite Unterkünfte nicht mehr an den Start gehen konnte, aus was für Gründen auch immer. Darüber haben wir hier schon diskutiert. Da geht es mir jetzt auch nicht um Schuldzuweisungen. Tatsache ist, dass sie im Moment nicht existiert. Und was die größte Gefahr ist, dass dieses Geld dann der Pauschalen, der Bedienung der pauschalen Minderausgabe zum Opfer fällt. Wir hatten im letzten Ausschuss darüber schon gesprochen und die Sozialsenatorin hat sich da etwas zurückhaltend geäußert, was denn nun damit ist, wie denn die PMA aufgelöst wird und ob es denn tatsächlich die zweite 24-7-Unterkunft gibt. Aber das muss doch eine der zentralen Herausforderungen sein, dass wir diese zweite 24-7-Unterkunft so schnell wie möglich wieder kriegen, dass auch nicht verzögert wird, dass jetzt dieses Interessenperkundungsverfahren losgeht und dass zu den Kriterien gehört, dass eben auch rollstuhlfahrende, körperbeeinträchtigte Menschen in dieser 24-7-Unterkunft Aufnahme finden können, damit wir dort, wo es so dringend Hilfe braucht, nicht tatsächlich dann irgendwann mal in der Situation sind, dass rollstuhlfahrende Menschen unter der Brücke erfrieren oder Ähnliches. Und auch rollstuhlfahrende Menschen haben ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Und eine Wohnung, ein Zuhause ist eine der wichtigsten Formen von gesellschaftlicher Teilhabe. Deswegen, glaube ich, müssen wir alle Hebel bedienen, damit es zu diesen Ausschlüssen nicht weiterkommt. Wo wir da unterstützen können, sind wir immer dabei. Aber in der Bringschuld ist jetzt der Senat, selbstgewählte Seele. Und für die SPD-Fraktion folgt der Kollege Düsterhöft. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, mit welchem Engagement Sie sich um die 24-7-Unterkünfte bemühen. Wir reden hier bisher schließlich nur über zwei Einrichtungen. Und davon ist eine aufgrund von Problemen mit der Immobilie bekanntermaßen geschlossen. Aber, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, ich danke ausdrücklich für die sehr sachliche und äußerst engagierte Debatte, die wir gemeinsam im Sozialausschuss führen. Und man merkt, dass uns dieses Thema parteiübergreifend sehr am Herzen liegt. Dafür vielen Dank in diese Runde. Ich möchte die Chance aber ebenso wie Herr Wohler nutzen und noch einmal kurz darauf hinweisen, dass die 24-7-Unterkünfte tatsächlich allen Parteien von Linken bis zur CDU sehr wichtig sind. Deshalb hat auch die Senatssozialverwaltung vor dem Haushaltsbeschluss dafür gesorgt, dass die Finanzierungslücke im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Und diese Koalition, tatsächlich hat es Herr Wohler absolut richtig dargestellt, hat dafür gesorgt, dass die nötigen Mittel im neuen Haushalt eingestellt wurden, um zwei Einrichtungen auch in den Jahren 2024 und 2025 zu finanzieren. Und mir sei noch der Hinweis gestattet, dass bei den Haushaltsanmeldungen der alten Senatsverwaltung nur eine Einrichtung angemeldet worden war. Aber nun zum Antrag. Ja, wir haben ein massives Problem mit obdachlosen Menschen mit einer Behinderung und oder einem Pflegebedarf. Ich habe selbst sechs Jahre lang in der Pflege gearbeitet, am Bett gestanden, gepflegt, aktiv. Und ich bin auch immer in der Pflege tätig. Und ich weiß, wie schwer die Pflege von Menschen ist, wie viel Zeit das kostet, wie aufwendig und zugleich lebensnotwendig das ist. Der Umstand, dass Menschen mit einer offenen Wunde, einem Dekubitus, was bei Rollstuhlfahrenden nicht ungewöhnlich ist, einer starken Gehbehinderung oder einer Inkontinenz auf der Straße leben, ist menschenunwürdig. Wir haben erst in der letzten Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales vor genau einer Woche über das Thema 24-7-Unterkünfte gesprochen. Senatorin Kiesel-Thepe und Staatssekretär Boskoth berichteten uns, dass die Förderrichtlinie für die Ausschreibung der neuen zweiten 24-7-Unterkunft demnächst fertig ist und man so schnell wie möglich diese Ausschreibung auf den Weg bringen möchte. Lassen Sie uns gern diese Ausschreibung anhalten und im Ausschuss konkret über die Förderrichtlinien und die damit verbundene Ausschreibung sprechen. Lassen Sie uns darüber sprechen, ob Menschen mit Behinderung und oder einem Pflegebedarf in den Mittelpunkt dieser Ausschreibung gestellt werden sollten. Können wir sehr gerne machen. Ich möchte Sie dann aber doch noch kurz warnen bzw. darum bitten, meckern Sie dann aber weder im Ausschuss noch hier im Plenum darüber, dass die Ausschreibung noch nicht raus ist, dass der Träger noch nicht gefunden wurde und dass das zur Verfügung gestellte Geld in diesem Jahr nicht in Gänze dann abfließen kann. So ehrlich müssen wir dann im Umgang sein und dann können wir sehr gerne die Debatte gemeinsam führen. Und ich bin am Ende, liebe Kollegen. Tut mir leid. Das hoffen wir nicht. Ich habe übersehen, dass es offenbar noch eine Zwischenfrage von Frau Schubert gibt. Möchten Sie die beantworten? Dann haben Sie auch mehr Redezeit. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Also bitte sehr, Frau Schubert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sind Sie mit mir einer Auffassung, dass die Senatsverwaltung auch einfach das Erfordernis der Barrierefreiheit als anzustrebendes Ziel in die Förderrichtlinie reinschreiben kann und wir das nichts verzögern müssen und das überhaupt nicht im Ausschuss beraten müssen, sondern dass die Senatsverwaltung das einfach machen kann? Als Versuch, es hinzukriegen, weiß, dass das nicht einfach ist. Nein, dieser Ansicht bin ich tatsächlich nicht, weil die Barrierefreiheit nicht ausreicht. Wir brauchen ja nicht nur einen normalen Betreiber, in Anführungsstrichen, für eine obdachlosen oder wohnungslosen Unterkunft, sondern wir brauchen einen Betreiber, der spezialisiert ist auf Pflege beziehungsweise der in der Lage ist zu sagen, ich suche mir noch einen Pflegedienst, der mich dabei unterstützt. Das ist eine riesige Herausforderung, über die wir dort reden und das sollten wir auch tatsächlich im Ausschuss noch mal debattieren. Und dann heißt es tatsächlich jetzt, diese Ausschreibung anzuhalten, zu sagen, lieber Senat, halte ich ein bisschen zurück. Wir debattieren erst darüber, ob das nicht unser Mittelpunkt wird. Gut, dann folgt die AfD-Fraktion, und zwar mit der Abgeordneten Aurecht. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag geht es ja vorrangig darum, Einrichtungen wie beispielsweise die Stadtmission barrierefrei zu machen, was an sich im Jahr 2024 auch ganz ohne Antrag eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Steuergeld nehmen Sie doch genug ein. Aber wenn wir schon von Kosten reden, schon aus Kostengründen, erscheint es natürlich auch sinnvoll, bei einer geschätzten Zahl von 65 in Berlin Betroffenen zentrale Angebote zu schaffen. Und sinnvoll wäre es auch, um kurzfristig Hilfe anbieten zu können, den Träger gleich zu benennen, der diese Aufnahme erst einmal übernehmen könnte. Geld, haben wir gerade gehört, ist ja schon vorhanden. 4,6 Millionen, glaube ich, hatten wir da im Haushalt mit etatiert. So, das ist die eine Sache mit der Barrierefreiheit. Aber wir haben ja auch hier in dem Antrag Pflegeaspekte. Und die Diskussion gibt es, glaube ich, seit 20 Jahren, ob nicht mindestens ein Teil der staatlichen Leistungen im Rahmen der Fürsorge für Obdachlose im gesundheitspolitischen Bereich geregelt werden sollten. Das liegt an den individuell unterschiedlich geprägten Situationen obdachloser Menschen. Menschen werden ja nicht auf der Straße geboren. Sie landen auf der Straße, weil sie einen Schicksalsschlag erlitten haben oder weil sie im medizinischen Sinne krank sind. Sicherspielen natürlich psychische Erkrankungen oft einhergehend mit Suchterkrankungen, Alkoholismus in Verbindung mit Arbeitslosigkeit und Verwahrlausung eine wesentliche Rolle. Und das System ist nun so aufgebaut, dass diesen Menschen nur sozialhilferechtliche Leistungen geboten werden. Im Ergebnis gibt es eine Spirale, wo die Träger vor allem der sozialhilferechtlichen Leistungen zahlen, zahlen, zahlen und die betroffenen Menschen sich ja dann irgendwie dort einrichten. Es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig, denn es fehlt, das haben wir ja gehört, an Personal, an Ausrüstung, an Platz. Der Leiter der Kältehilfe bei der Stadtmission sprach von ein paar Aufbewahrungsmöglichkeiten, um Rollstuhlfahrer vor dem Erfrieren zu bewahren. Und er sprach von seiner Ambulanz, wo ehrenamtliche Ärzte, kranke Obdachlose ohne Versicherung versorgen. Das Wartezimmer, zwölf Quadratmeter groß. Nachts schlafen dort drei Rollstuhlfahrer auf Feldbetten. Jeder weitere muss im Sitzen schlafen, weil der Platz für zusätzliche Betten fehlt. So weit, so schlecht. Notwendig wäre es eine Mindest-teilweise-Versorgung aus dem Gesundheitsbereich bei Zuwendung zur Bekämpfung von Sucht- und psychischer Erkrankung. Unser Gesundheitssystem ist natürlich jetzt auch nicht überflutet mit Geldern. Leistung und Pflege sind nicht nur soziale Leistungen, sondern auch gesundheitliche Leistungen. Das heißt, die Schaffung eines Konzepts, das die Pflege mit umfasst, wäre an dieser Stelle nötig. Und sofern Sie dieses Vorhaben ernst gemeint haben, wäre es auch erforderlich, eine bundesrechtliche Lösung dort anzustoßen. Sie können das ja, Sie regieren ja auf Bundesebene. Ja, und die Lage der Obdachlosen, insbesondere derer mit körperlicher Behinderung, ist seit Jahren sehr schlecht. Und mithilfe der, ich zitiere hier aus der Antwort des Senats von 2018, gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung sollte die Bedarfe vulnerable Gruppen auch von Personen, die stark mobilitätseingeschränkt sind, besondere Berücksichtigung finden. 2018. Seitdem ist offensichtlich nicht viel passiert. Und Sie haben doch auch regiert, liebe Grüne. Und es ist nicht viel passiert, sonst hätten wir ja heute nicht wieder diesen Antrag und müssten wieder darüber sprechen. Sechs Jahre. Hatten Sie Zeit. Unser Erschreckender ist es, dass auch heute noch immer Rollstuhlfahrer aufgrund von fehlender Barrierefreiheit, von Hilfeangeboten ausgeschlossen bleiben, bei Minusgraden auf der Straße verbleiben und Gefahr laufen zu erfrieren. Schrecklich und unwürdig für unsere Stadt. Und warum haben Sie das bis heute nicht umgesetzt? Das frage ich mich die ganze Zeit. Gutes Handeln und positive Handlungserfolge gelingen nicht nur allein durch gute Gesinnung. Und die Situation der Obdachlosen in Berlin steht sinnbildlich dafür. Das sehen wir überall in Berlin. Nicht nur, weil auch weiterhin verfügbare Angebote vollkommen unzureichend sind. Es ist Ihre Politik, die auch Obdachlosigkeit fördert, durch Wirtschaftskrise, Energiekrise, Migrationskrise, Inflationskrise. Ihre Misswirtschaft führt zur Notlage von immer mehr Menschen. Und das zeigt auch die Zahl der untergebrachten Wohnungs- und Obdachlosen bundesweit. Von 178.000 im Jahr 2022 ist die gestiegen auf sage und schreibe 372.000. Meine Damen und Herren, Barrierefreiheit, Unterkünfte für Obdachlose, alles ganz wichtig. Aber nur die Verwahrung kann es nicht sein. Es muss endlich auch um Prävention von Wohnungslosigkeit gehen. Die klaffende Wunde Ihrer Politik muss endlich repariert werden. Und worum es gehen muss, ist politische Wunschvorstellungen und der daraus resultierenden Symbolpolitik mit Realpolitik endlich zu begegnen. Geld ist da für die Unterkünfte. Machen Sie es endlich. Wir warten drauf. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Widerspruch höre ich dazu nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 51 steht auf der Konsensliste. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 52, ein Antrag der Fraktionen Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Auf Drucksache 19, 1395, Ausstellung des Berechtigungsnachweises vereinfachen. In der Beratung beginnt hier die Fraktion Die Linke. Und zwar mit der Kollegin Schubert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin erst mal froh, dass der Senat und die BVG endlich reagiert haben. Und jetzt die Übergangsregelung wieder einführen. Man könnte sagen, links wirkt, grün wirkt, Opposition wirkt, gute Sache. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir hatten zwei Anhörungen im Sozialausschuss. Und dort hat man gesehen, wie kompliziert der Sachverhalt ist. Weil der Ansatzpunkt zu sagen, wir wollen eine möglichst stigmatisierungsfreie Lösung, damit niemand sich bei Kontrollen outen muss, als Mensch, der Bürgergeld bekommt oder Grundrente bekommt oder Asylbewerberleistungsgeld oder Wohngeld bekommt. Das ist ja erst mal ein richtiger Ansatz. Genauso wie der ursprüngliche Ansatz, warum man das Verfahren überhaupt in Gang gesetzt hat, nämlich die Bürgerämter zu entlasten, auch sinnvoll ist. Das ist ja mit der Argumentation der BVG, das muss alles fälschungssicher sein. Das war ja auch ein Antriebspunkt. Das scheint mir irgendwie jetzt nicht mehr so wichtig zu sein. Jedenfalls hat die BVG in unserem Ausschuss erklärt, das sei ja alles gar nicht ihr Problem. Interessant. Aber gut, nehmen wir zur Kenntnis, das macht es jetzt natürlich einfacher, erst mal wieder die Übergangslösung in Gang zu setzen. Die Praxis hat natürlich gezeigt, dass die Menschen, die am wenigsten Geld in dieser Stadt haben, für die das 9-Euro-Ticket gemacht worden ist, das 9-Euro-Sozial-Ticket. Und da sind wir uns ja auch einig, dass das wichtig ist, dass wir gesellschaftliche Teilhabe darüber organisieren, dass auch Menschen mit wenig Geld mobil sind, dass sie sicher von A nach B kommen können mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass genau diejenigen, die sind, die dann am stärksten betroffen sind von den Kontrollen. Und ich glaube ehrlich gesagt, weil ich habe es mehrfach erlebt, dass die dann auch gezielt ausgesucht worden sind und dann gefragt worden sind. Und da habe ich mir zum Teil den Mund fusselig geredet bei den Kontrolleuren, wenn die ihren Leistungsbescheid dabei hatten und die Kontrolleure sagten, sorry, ist mir ganz egal, Vorschrift ist Vorschrift und die dann erst mal dieses Strafgeld aufgedrückt kriegen. Das kann es nicht sein. Und deswegen, wie gesagt, bin ich froh, dass der Senat jetzt reagiert hat. Und umso wichtiger ist es, dass diese Übergangslösung jetzt so lange läuft, bis auch eine wirklich funktionierende Lösung da ist. Ich habe jetzt schon wieder gehört, zum 1.4. soll sie da sein. Das glaube ich im Leben nicht. Da möchte ich gerne so und so viele Probeläufe sehen, dass es wirklich funktioniert. Weil was nicht sein kann, dass dann wieder Menschen mit wenig Geld 60 Euro Strafe zahlen müssen, weil irgendwas in der Bürokratie, in den digitalen Abläufen oder sonst wo nicht funktioniert und sie die Zeche zahlen müssen. Weil 60 Euro, das ist richtig viel Geld. Ich hatte Menschen am Telefon, die regelrecht in Tränen ausgebrochen sind, weil sie nicht wussten, wie sie das finanzieren sollen. Und dann habe ich sie nochmal angerufen, dann hatte sie nach drei Monaten die VBB-Trägerkarte und dann hat sie gesagt, jetzt kriege ich die 60 Euro wieder, aber ich muss sieben Euro Gebühren zahlen für etwas, was sie nicht zu verantworten hat. Und deswegen glaube ich, ist es auch notwendig, dass wir nicht nur die Übergangsregelung so lange brauchen, wie es wirklich funktioniert, sondern auch, dass die, es sind glaube ich fast 7.000 Menschen, ihre Kohle wiederkriegen, dass sie diese 60 Euro wiederkriegen und zwar ohne sieben Euro Gebühr. Weil das haben sie nicht zu verantworten. Und noch ein letzter Gedanke. In unserem Antrag haben wir ja geschrieben, vielleicht ist es auch schlau, bis es eine vernünftige Lösung gibt, die auch funktioniert, den Berlin-Pass wieder einzuführen. Weil es hat sich auch herausgestellt, und das hat auch die Anhörung ergeben, dass die Ausstellung der Berlin-Presse nicht das ist, was die Bürgerämte zur Überlastung gebracht hat. Da kommen die Menschen hin mit ihrem Leistungsbescheid, kriegen ihr Klappkärtchen, kriegen Stempel und Prägeding drauf und dann gehen sie wieder, ohne Termin oder irgendwas am Infocounter. Das wäre deutlich weniger stigmatisieren, als wenn man immer diese ganzen Zettel mit sich rumführen muss und vorzeigen muss. Ist jetzt nochmal eine Anregung, steht auch in unserem Antrag. Vielleicht wäre das viel einfacher, das erstmal zu machen, bis dann wirklich was funktioniert. Und dann der letzte Wunsch, wenn es dann was gibt, was funktioniert, braucht es einen Probelauf. Weil ich glaube, wir hätten viel, viel weniger Ärger gehabt, wenn nicht schon zum 30.09. diese Übergangsregelung einfach ausgesetzt worden ist oder abgeschafft worden wäre, ohne dass wir wussten, dass es wirklich funktioniert. Da muss man, glaube ich, aus Fehlern lernen, die wir jetzt gemacht haben, oder die jetzt gemacht haben, ist jetzt auch egal. Jedenfalls stehen wir jetzt irgendwie insgesamt dafür in der Verantwortung gegenüber den Menschen, die darauf angewiesen sind, dass es hier funktioniert, weil sie einfach sonst kein Geld haben. Dankeschön. Und dann folgt für die CDU-Fraktion der Kollege Wohler. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen im Abgeordnetenhaus, sehr geehrte Damen und Herren. Der Digitalisierungsversuch vom Berlinpass hin zum Berechtigungsnachweis ist offenkundig gescheitert. Es dauert oft Wochen oder gar Monate, bis Armutsbetroffene den Nachweis erhalten und ein Sozialticket für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs beantragen können. Meine Damen und Herren, das sind unzumutbare Zustände. Zustände, und da kann ich nur meinen Redebeitrag von vorhin wiederholen, die von der damals Linken geführten Senatsverwaltung auch unterstützt durch die Grünen verursacht wurden. Von Vertretern von Parteien, die sich die Armutsbekämpfung besonders oft auf die Fahnen schreiben möchten. Der Fehler, ein zu komplexes Verwaltungsverfahren und eine zu kurze Übergangsregelung zu schaffen, dürfen nicht, aber können, wie wir sehen, passieren. Statt uns nun nur mit sich selbst reinwaschenden parlamentarischen Initiativen und Wortbeiträgen zu beschäftigen, erwarte ich, dass der Fehler durch Linke und auch durch Grüne klar eingestanden und bei den Betroffenen öffentlich um Entschuldigung gebeten wird. Die Koalition wird sich zeitnah abschließend zusammensetzen, um eine dauerhafte, unbürokratische und verlässliche Lösung für den Berlinpass zu finden. Für uns als CDU ist klar, die alte Regelung muss in weiten Teilen wieder an Kraft gesetzt werden, das bisherige Verwaltungsexperiment beendet werden. Die offene Frage ist nur, über welche Stelle der Pass dann ausgestellt werden soll. Mit Blick auf die großen Herausforderungen, die wir bei der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung angehen müssen, wollen wir keine Behörde mit dieser Aufgabe überfordern. Deshalb werden wir auch die Bezirke an der Lösungsfindung beteiligen müssen. Ich bin der Sozialsenatorin und ihrer Verwaltung und der BVG sehr dankbar, dass eine erneute Zwischenlösung auf den Weg gebracht würde und auch der aktuell gültige Leistungsbescheid jetzt ausreicht, zumindest bis April. Gemeinsam ist es jetzt für uns eine Aufgabe als Koalition, ein erneutes Verwaltungschaos für Armutsbetroffene zu verhindern. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen folgt der Kollege Kurth. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner, wer in Berlin in Armut lebt, den begleitet ein roter Faden im Leben. Und das ist der Mangel. Der Mangel an Geld, um deshalb auf vieles im Leben verzichten zu müssen. Der Mangel an Möglichkeiten, weil ohne Geld man nur überhaupt das zur Auswahl hat, was nichts oder nur wenig kostet. Und der Mangel an Teilhabe, weil die grundlegenden Dinge der Daseinsvorsorge, ohne die ein gutes Leben in der Stadt nicht möglich sind, wie die Fahrt mit dem Bus oder auch mal der Besuch im Museum, ohne ausreichend Geld nicht machbar ist. Der Mangel ist die Konstante im Leben armutsbetroffener Menschen in Berlin. Und deshalb ist der Berlin-Pass oder wie er jetzt neudeutsch im Verwaltungssprech des Senats heißt, berechtigten Nachweis. So wichtig für die Menschen in Berlin. Weil er ihnen Türen öffnet. Weil er es ihnen ermöglicht, teilzuhaben und den Mangel ein bisschen zu überwinden. Denn wer teilhaben kann, kann auch von etwas teil sein. Von einer Stadt, in der Mobilität keine Frage des Geldes ist. Von einer Gesellschaft, in der der Gang ins Museum nicht nur wohlhabend vorbehalten ist. Und von einem Sozialstaat, dessen Bürgerinnen und Bürger diesen auch tragen und akzeptieren, weil er sie auch in finanziell schwierigen Zeiten unterstützt. Gerade jetzt, in einer Zeit, wo die Demokratie an Akzeptanz verliert, ist das wichtiger denn je. Teilhabe für alle mit dem Berlin-Pass. Darum muss es doch gehen. Und die Grundvoraussetzung dafür ist ein unbürokratisches Verfahren, um als armutsbetroffener Mensch diesen auch zu bekommen. Aber die letzten Monate haben wir in Berlin das komplette Gegenteil erlebt. Geplant war, das Verfahren zum Erwerb des Berlin-Passes zu vereinfachen und den Gang ins Bürgeramt zu sparen. Das Ergebnis war, aufschreiende Sozialstaaträte, die komplett überfordert sind und sich alleingelassen gefühlt haben. Geplant war, dass der Berlin-Pass den Leuten automatisch zugeschickt wird und zur Teilhabe berechtigt. Das Ergebnis war, dass die BVG einfach eine neue Trägerkarte als Zugang zu Hürde eingeführt hat und die man das Sozialticket nicht benutzen kann. Viele, insbesondere ältere Menschen, wurden von der BVG dazu nicht mal im Kundenzentrum beraten. Das ist inakzeptabel. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Die Verantwortung für die Umstellung des Verfahrens zum Berlin-Pass trägt nicht dieser Senat. Aber die Verantwortung für diesen Antrag, den tragen Sie, liebe CDU und SPD. Weil Sie in den letzten Monaten zugeschaut haben, aber nichts getan haben, um das Verfahren zu vereinfachen. Seit Monaten ist bekannt, dass mittlerweile über 7.000 Menschen in Berlin von der BVG ein erhöhtes Beförderungsentgelt bekommen haben. Nicht, weil sie keinen V-Ausweis haben, sondern weil die BVG die Nachweise zur Nutzung des Sozialtickets nicht anerkannt hat. Wo ist eigentlich die sozialdemokratische Senatorin für die BVG in diesem Senat? Wo ist Franziska Giffey? Ich habe sie bisher zu dem Thema nicht gehört. Es ist doch klar, was zu tun ist. Diesen fast 7.000 Menschen müssen die Gebühren aus Kulanz erlassen werden, weil es unsinnig ist, dass arme Menschen für die Fehler von anderen bezahlen sollen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Seit Monaten ist bekannt, dass es nicht nur einen digitalen Zugang zum Berlin-Pass braucht, sondern auch einen analogen wie früher über die Bürgerämter. Passiert ist nichts und der Sozialstaatssekretär hält am digitalen Verfahren fest. Das haben wir im Ausschuss gehört, das nachweislich insbesondere Senioren von bezahlbarer Mobilität ausschließt. Seit Monaten ist bekannt, dass das neue Verfahren mit dem Zettel aus dem Sozialamt, mit dem QR-Code, zu einer Zettelwirtschaft geführt hat, aber nicht zu mehr Digitalisierung bei Betroffenen. Passiert ist nichts und eine App durch die Sozialverwaltung ist auch noch in weiter Ferne. Worauf warten Sie eigentlich noch als Koalition? Jetzt werden Sie sagen, dass Sie unseren Antrag gar nicht brauchen und für eine bodenlose Frechheit halten, um den Kollegen von der SPD zu zitieren und ablehnen werden, weil die Übergangsregelung seit gestern in Kraft ist. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass Sie nach Monaten endlich, meine Kollegin Frau Schubert hat es angesprochen, auch dank des Drucks der Opposition, dank des Drucks von Grünen und Linken hier angefangen haben. Aber lesen Sie auch den kompletten Antrag. Denn es geht mit diesem Antrag nicht nur um die Übergangslösung. Es geht auch um das ganze Verfahren für den Berlin-Pass. Die digitale Trägerkarte bei der BVG muss weg. Es braucht auch eine digitale App. Und das fordern nicht nur wir, sondern auch Ihr Kollege von der CDU aus dem Sozialamt Neukölln. Der Zugang zum Berlin-Pass über die Bürgerämter muss wieder möglich sein, damit digitale Zugangshürden nicht über Teilhabechancen in Berlin entscheiden. Es ist klar, worum es geht. Liefern Sie als Koalition beim Berlin-Pass. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Verfahren endlich zügig vereinfacht wird, weil Teilhabe in einer solidarischen Stadt nicht nur auf dem Papier stehen darf, sondern sich immer an der Realität messen lassen muss. Danke. Für die SPD-Fraktion folgt der Kollege Düsterhöft. Die Uhr läuft schon. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2016 darf ich die Menschen aus meinem Wahlkreis hier im Abgeordnetenhaus vertreten. Und genauso lange bin ich auch schon im Sozialausschuss engagiert. In all den Jahren habe ich es noch nicht erlebt, dass sich der Ausschuss gleich zweimal hintereinander mit demselben Thema befasste und alle, ausnahmslos alle Anzuhörenden, uns darum baten, umgehend tätig zu werden. Umgehend. Ich will gerne noch mal vor Augen führen, wie die Ausstellung des Berlin-Passes bis Ende 2022 lief. Die Erstausstellung sowie die Verlängerung des Berlin-Passes erfolgten in einem einfachen Verfahren für alle Personenkreise in gleicher Weise. Ohne vorherige Terminabsprache konnte der Berlin-Pass bei den Bürgerämtern sofort ausgestellt und verlängert werden. Hierfür war nur die Vorlage des aktuellen Leistungsbescheides, logisch, eines Passbildes sowie eines gültigen Ausweises erforderlich. Simpel, einfach, unkompliziert und durch das Bürgeramtspersonal am Infotresen zu bewältigen. Wie kam man im Herbst 2022 nur auf die Idee, dieses einfache Verfahren so neu aufzusetzen, dass alle Beteiligten selbst zwölf Monate nach der Umstellung nur noch massive Probleme haben? Übrigens, Herr Kurt, weil Sie es eben so ansprachen, nein, Ihr Antrag ist nicht überflüssig. Die Diskussion haben wir aber vorangetrieben. Und Sie waren genauso in der Verantwortung. Also nicht gleich wieder alles abschieben wollen. Um die Bürgerämter zu entlasten zu wollen, zweifelsohne ein ganz wichtiges Anliegen, hat man die Jobcenter, die Sozialämter, die Wohngeldstellen, die BVG, die S-Bahn und zuallererst die Betroffenen ins Chaos geschickt. Ein Chaos, welches so groß war, dass schnell klar war, dass eine Übergangsregelung gefunden werden muss. Eine Regelung, die besagt, dass der einfache Leistungsbescheid des jeweiligen Amtes als Nachweis ausreicht und man weder einen Berlin-Pass noch einen Berechtigungsnachweis noch eine Kundenkarte benötigt. Eigentlich total albern. Man fragt sich so ein bisschen, warum gibt es das ganze System. Und obwohl nach neun Monaten dieses neue System noch immer nicht funktionierte, hat man diese Übergangsregelung einfach aufgehoben. Ein Witz für alle Beteiligten. Wir haben die Zusage der BVG, dafür vielen Dank, Frau Kisseltepe, dass die Übergangsregelung unverzüglich wieder in Kraft gesetzt wird. Gleiches gilt auch für die S-Bahn, Berlin GmbH. Und ich sage es hier ganz deutlich, so wie auch die Kollegin Schubert es schon gesagt hat, diese Regelung wird es dann wieder abgeschafft, wenn es eine funktionierende, gut laufende und dauerhafte Lösung gibt. Vorher nicht. Und ich möchte es auch hier ganz deutlich sagen, ich erwarte, dass die Forderungen wegen Fahrens ohne Ticket durch die S-Bahn, Berlin GmbH und die BVG für die Menschen aufgehoben werden, die zwischen Oktober 2023 und heute zwar ein Berlin-Ticket S gekauft hatten und einen gültigen Leistungsbescheid hatten, aber keinen Berechtigungsnachweis vorlegen konnten. Denn wenn ein System so dysfunktional ist, dass tausende Menschen nicht zu ihrem Recht kommen können, dann kann es nicht sein, dass dies zum Nachteil der Menschen ist. Die SPD erwartet, dass dieses dysfunktionale und komplizierte Verfahren umgehend überarbeitet und so schnell wie möglich eine tragfähige und funktionierende Lösung entwickelt wird. Und die SPD erwartet, dass das alte Berlin-Pass-System zum 01.01.2025 wieder eingeführt wird, sollte es der Senatsverwaltung und der BVG nicht gelingen, ein funktionierendes digitales System zu etablieren. Ich danke Ihnen. Und für die AfD-Fraktion hat die Kollegin Auricht das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist eigentlich mein Lieblingsantrag heute. Der hier zur Debatte stehende Antrag ist ein weiteres Zeugnis der linken Inkompetenz. Denn genau der Missstand, den wir jetzt hier bei der Ausstellung des Berlin-Passes erleben, ist durch Ihre Unfähigkeit und Dilettantismus entstanden. Und wir erinnern uns an die Pressemitteilung des Senats vom 5. Oktober 2021. Dabei ging es ja um die Abschaffung des Berlin-Passes. Ab 1. Juli 2022 wird es den Berlin-Pass in der aktuellen Form nicht mehr geben. Vielmehr erhalten leistungsberechtigte Personen automatisch nach Bewilligung ihrer Leistung der Leistungsstelle den Berechtigungsnachweis. Super. Gute Idee. Begründet wurde der Wegfall des Berlin-Passes unter anderem, dass das automatisierte Ausgabeverfahren zum wesentlichen Vorhaben des Zukunftspakt Verwaltung gehört. Und dass ein weiterer Schritt hin zur diskriminierungsfreien Umgang und Miteinander in der Stadtgesellschaft sei. Okay. So, diskriminierungsfrei ist jetzt alles, funktioniert nur leider nicht mehr. Denn statt dem Berlin-Pass muss man jetzt den Berechtigungsnachweis beantragen, inklusive QR-Code. Auch das Sozialticket bei der BVG kann man bekommen, rein theoretisch jedenfalls. Aber für den Kauf benötigen Sie nur noch ein weiteres Dokument, die VBB-Kundenkarte S. Diese Karte müssen Sie online beantragen auf vbb-kundenkarte.de, dann zum Kauf vorlegen und dann auch bei der Kontrolle vorlegen. Ist doch ganz einfach. Haben Sie doch alle jetzt sofort verstanden. Und schlimm ist, dass man, wenn man das ganze Gewusel dann auch noch absolviert hat, dann trotzdem gewisse Zugänge zu Einrichtungen mit diesem Dokument nicht hat, die man vorher hatte, als man den Berlin-Pass hatte. Also es funktioniert überhaupt nichts mehr. Es ist komplizierter und chaotischer geworden, bis hin zu Ausschreitungen an den Ticketschaltern, wie uns die BVG im Ausschuss berichtete. Und außerdem, ich glaube, Herr Wohlat hat es schon gesagt, dauert es, bis man diesen Berechtigungsnachweis hat, ewig, Wochen, Monate. Das hat dann wieder zur Folge, dass Fahrgäste fürs Schwarzfahren zahlen müssen, obwohl sie eigentlich berechtigt sind und gar keine Schuld an der ganzen Situation haben. So, das hätte man natürlich alles nicht wissen können, nicht wahr? Aber es gab auch schon damals kritische Stimmen, die gewarnt haben, dass die Umsetzung so irgendwie nicht funktionieren könnte. Aber man wusste es ja wieder besser bei den Linken. Und wie sagte ein Betroffener, so zutreffend, ich zitiere mit Erlaubnis, das kommt eben raus, wenn die Politiker was entscheiden, ohne die Praktiker einzubeziehen. Die Verwaltung ist nicht schuld, sondern die, die wieder mal am grünen Tisch sitzen und sich was ausdenken. Zitat Ende. So, und deshalb müssen wir hier über diese Problematik jetzt widersprechen. Alles wieder andersherum und rückwärts zurück zum alten System Berlin-Pass. Rinnene Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, würden die Bauern jetzt sagen. Aber ganz ehrlich, so geht das nicht. Berlin mit seinen fast 4 Millionen Menschen ist doch kein Experimentierlabor für ahnungslose und inkompetente Politiker. Sie können doch nicht immer wieder mit Trial- und Error-Methoden vorgehen. Ach, mal sehen, was passiert vielleicht und hoffentlich geht es ja gut. Es geht doch hier um Menschen. Hier kommt es darauf an, mit Verantwortung durchdachte und realisierbare Konzepte zu entwickeln, die dann auch funktionieren. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen. Und Sie sind daran gescheitert. Und damit haben Sie den Berlinern das Leben schwerer gemacht, noch schwerer. Nichts funktioniert mehr in dieser Stadt. Hören Sie auf, unsere schöne Stadt immer stümperhafter zu regieren. Und dem Senat kann ich nur ans Herz legen, schaffen Sie baldmöglich ein durchdachtes, umsetzungsfähiges und vor allem funktionierendes System für eine reibungslose Nutzung von Sozialticket. Oder gehen Sie dann wirklich zum altbewährten System zurück. Manchmal ist das Alte nicht das Schlechteste. Wenn durch Ihre Politik schon immer mehr und mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen sind, dann kümmern Sie sich gefälligst auch darum, dass Sie die auch problemlos erhalten. Und eins noch. Ich habe, glaube ich, in dem Antrag auch irgendwas von Ihrer neuen Wunderwaffe, der App, gelesen. Immer wenn irgendwas nicht funktioniert, kommen Sie mit einer neuen App. Antidiskriminierungs-App, Notruf-App, Gesundheits-App, Corona-App, Warmen-App, Frauenschutz-App, Sozialticket-App, das ist Blödsinn. Erst muss ein System zuverlässig laufen und dann kann man eine App darauf applizieren. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird hier die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Arbeit und Soziales und mitberatend an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so und kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 52a. Der war die Priorität der AfD-Fraktion unter Punkt 3, 4. Und der Tagesordnungspunkt 23 steht auf der Konsensliste. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Plenarsitzung findet am Donnerstag, den 1. Februar 2024, um 10 Uhr statt. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen, dass jetzt eine Sitzung des Ältestenrats folgt und damit die Sitzung schließen.